Und deswegen ist er gekommen und hat die Sünden aufgenommen. Diese ganzen Götzendiener, diese Muslime, die dann, hohoho, euer genagelter Gott, hohoho, die sind schon gerichtet. Diese sind schon gerichtet, das sind Heuchler. Das sind Heuchler und die bleiben auch Heuchler. Bis sie sich natürlich bekehren, weil sie haben ihr Leben lang Zeit, den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Und deswegen, ich bin da so jemand, ich bin da sehr, sehr direkt. Ob es diesen Muslimen passt oder nicht, das ist mir egal. Ich bin knallhart in meiner Wortwahl und ich nehme auch nichts zurück, das, was ich sage. Es sind Heuchler, die Muslime. Es ist einfach so. Man muss ehrlich sein, man muss Fakten sprechen. Wir sind nicht hier, um Tap-Tap-Dancing zu machen, wie deren Allah, der von links nach rechts geht und dann abrogiert sich dieser Vers und hohohoho, das abrogiert den anderen, hohohoho, aber ich habe das gesagt. Und in dem anderen Vers sagt er wieder, ha, 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 das. Nein, wir müssen die Wahrheit sagen, ja. Weil das sind Lügner, das sind Heuchler, die werden niemals ehrlich sein. Das ist ein Fakt, ja. Du zeigst denen Verse, die heucheln und lügen noch. Ja, das ist das Problem bei denen, ja. Und deswegen, 6x6, ich hoffe, ich kann mit dir noch tiefgrüniger in die Materie gehen. Ich möchte nur noch ein bisschen Bergpredigt machen nochmal für die Leute, ne. Und ich bedanke mich wirklich, dass du mir wirklich gut zugehört hast und ich hoffe, dass du den Herrn Jesus Christus annimmst und dass wir einfach beim nächsten Live zusammen einfach tiefgründiger zusammensprechen. Ja, können wir gerne machen. Ja, es macht Spaß, so Leute wie du beispielsweise, die sehr, sehr viel Ahnung haben, denen zuzuhören. Du, ich bin nicht allwissend, ich bin nicht allwissend, aber ich tue mein Bestes. Für mich vor einiger Zeit war es nicht erklärlich im Kopf, so wie die Trinität funktioniert. Allerdings habe ich einige von deinen Brüdern, Glaubensbrüdern immer zugehört und jetzt verstehe ich auch, jetzt hat es Klick gemacht. Ja. Das ist ein Prozess. Du, das ist ein Prozess und ich bin fest davon überzeugt, wenn du uns noch mehrmals zuhörst, dann wirst du das auch verstehen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du von ganzem Herzen dabei bist, bin ich fest davon überzeugt, wirst du diese Liebe spüren und du wirst automatisch sagen, hey, ich möchte den Herrn Jesus Christus annehmen und du wirst auch diese Liebe spüren. Und dann gebe ich dir Brief und Siegel. Was mir zum Beispiel im Christentum gefällt, ist einfach diese Nächstenliebe. Die Christen haben die Nächstenliebe. Was zum Beispiel, man kann sagen, was man will, im Islam gibt es sowas nicht. Nein, gibt es auch nicht. Die werden ja schon so beigebracht zu beleidigen. Du musst nur einmal sagen, Allah, dann sind sie schon aggressiv. Du musst nur einmal sagen, Mohammedan, dann sind sie schon aggressiv. Das ist keine liebende Religion, das ist eine heuchelnde Religion, meiner Meinung. Sie beleidigen, sie drohen, sie rufen zum Muezzin. Das sind für mich Heuchler von A bis Z. Das sind Heuchler in meinen Augen. Meine Meinung wird sich auch nicht ändern diesbezüglich, weil sie zeigen es. Sie drohen auch christlichen Brüder und Geschwister. Privat. Du kannst noch so nett sein, wie du willst. Sie werden dich trotzdem beleidigen. Ich kann euch mal eine interessante Nachricht zeigen, die jetzt auch, ich habe letztes Mal live, da habe ich ein bisschen über Islam geredet und dann hat es einem Typ nicht gefallen und was er geschrieben hat. Ich hoffe, die Nachricht ist noch da. Ich hoffe, zeig uns das mal. Das würde mich auch interessieren. Ich habe einen Screenshot gemacht. Sehr, sehr interessant bezüglich Nächstenliebe. Ja, perfekt, da ist das. Lies mal vor. Du, H, Punkt, Punkt, H, S, du, H, S, so. Ich, F, Punkt, Punkt, dich, du, B, A, S, ach du, Scheiße. Wenn ich, dich, T, Punkt, 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 komme ich ins Paradies. Du, B, A. Ah, und was für eine, was ist da? Aha, aha, Alpe, ah, okay, so einer ist das also. Also der Typ geht davon aus, also wenn er mich mit mir das macht, kommt er dafür ins Paradies, weil er dieser eine Welt soll beginnt. Und soll ich ganz ehrlich sein, das sind Menschen, du musst immer was dabei haben, egal wann, weil das sind Heuchler. Du musst dich verteidigen können, weil das, das sind diesen Angriffs lustig. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Es ist egal, wie es ist, ich meine, ich in Christus, ich sage dir ganz ehrlich, man muss sein Leben verteilen. Wenn es um dein Leben geht, vor allem bei so einer Nachricht, ja, musst du, das musst du schon ernst nehmen. Es ist egal, wie, das musst du immer ernst nehmen, weil das sind Heuchler. Die kriegen das so beigebracht, das ist einfach so. Die kriegen das so beigebracht, ja. Die kennen die Nächstenliebe nicht, die lieben auch keine Christen, die lieben auch keine Juden. In deren Schriften sind Ungläubige Juden und Christen, ja. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt, ja. Sie sagen es indirekt, ja. Der eine oder der andere, der schämt sich für seine Religion nicht, der spricht es aus und sagt, ja, die Ungläubigen sind Juden und Christen. Und dann finde ich, okay, hey, er ist ehrlich wenigstens. Aber die Heuchler, die werden es niemals sagen. Deswegen, du bist auf dem richtigen Weg und ich bin fest davon überzeugt, dass du in Gottes Händen wirklich, du bist geschützt. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Ja, hier schreiben manche Leute, dass sie Muslime sind, aber die jeden lieben. Okay, das vielleicht aus der menschlichen Perspektive. Aus der menschlichen Perspektive. Aber es steht nirgendwo in der Heiligen Schrift im Koran von denen, dass du jeden lieben sollst. Also wenn du zum Beispiel Muslim bist, dass du einen Juden lieben sollst, einen Christen lieben sollst. Es steht ja dort sogar, du darfst Juden und Christen nicht als Freunde haben. Denn wenn du die als Freunde hast, dann bist du einer von ihnen und dann bist du ein Ungläubiger. Genau. Also wie kannst du ein Ungläubiger lieben? Genau, genau. Ja, und Jesus Christus macht da keinen Unterschied. Sei es eine Araberin, sei es eine Chinesin, sei es eine Inderin, sei es eine Deutsche, sei es eine Skandinavin, sei es eine, keine Ahnung, Russin. Was, egal welche Nationalität. Wenn die Liebe da ist, dann hast du diese Frau unfertig. Hier geht es nicht darum, oh, sie muss aber eine Mohamedan sein. Hahaha, Russlala. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, da wo die Liebe hinfällt. Und da spielt es keine Rolle, welche Nationalität. Und deswegen sind das Heuchler. In meinen Augen Heuchler. Ändert sich nichts daran. Ja. Deswegen, mein lieber Bruder, ich küsse dein Herz. Danke, dass du angenommen hast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, wir bleiben einfach 100% in der Wahrheit und das ist, äh, einfach wichtig. Ansonsten 666, ähm, Bruder, zu mir einen einzigen Gefallen aber. Mhm. Wenn der Tag gekommen ist, ja, dann musst du aber diesen, äh, 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 666 verschwinden lassen. Ja, wirkt ein bisschen, meinst du aus meinem Nickname oder wie? Ja, das ist, das ist ja nichts Gutes. Naja. Versuch, versuch dein Bestes. Ich will dir, ich will dir nur helfen, Bruder. Ich bin nur da, um dir zu helfen. Ja, ich hab gesehen, Alvaro zum Beispiel ist auch Christ geworden, ne? Richtig, ja, genau. Dank. Ja, und, ähm, er ist Christ geworden, weil er, weil er gemerkt hat, dass der Herr Jesus Christus echt ist. Und deswegen, das würde ich dir auch ans Herz legen. Alles klar. Aber wir reden nochmal, das ist ein Prozess, das ist nicht heute auf morgen. Alles gut, okay? Perfekt, perfekt. Alles klar. Ich bedanke mich und, ähm, wir sprechen ein andermal, ne? Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Alles klar. Super, super. Also. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao. Ist doch was Schönes, Leute, ne? Dass wir einfach mit den Leuten auch sprechen, offen sind und, ähm, einfach ehrlich sind, ne? Und, ähm, ich bin fest davon überzeugt, durch Christus wird er gestärkt sein, ne? Durch Christus wird er gestärkt, ja? Genau, Leute. Stark Flex. Danke, 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 Leute. Ich küsse doch eure Herzen, ne? Es ist wichtig, dass wir Fakten sprechen, ja? Dass wir einfach die Wahrheit sagen, ja? Und, ähm, ja, die Bibel, ähm, tatsächlich, ich bin ehrlich zu euch, die Post war zu. Warum auch immer die Post zu war, ich weiß es nicht, ähm, aber ich werde es gleich am Montag machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Montag, ob die Post offen hat. Ähm, der Bruder, den habe ich schon geschrieben und, ähm, tatsächlich, er möchte den Herrn Jesus Christus annehmen, ja? Ähm, unser afghanischer Bruder und, und, ähm, wirklich alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Er geht auch morgen zum Gottesdienst, ja? Ähm, er geht auch, wie gesagt, morgen zum Gottesdienst und, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön. Montag ist alles zu, okay, dann Dienstag, ist kein Problem. Und ich werde es Ihnen auch per Express schicken, denn hat er es auch gleich, ja? Ich glaube, vielleicht am selben Tag oder am nächsten Tag, dann hat er die Bibel und dann passt das, ne? So, meine Lieben, ho, 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 he, 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 jetzt schauen wir mal, was machen wir denn jetzt? So, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute, strong life, dankeschön, den Kies, ich grüße auf dein Herz. Hallo, Robbery. Ich habe eine Frage, ähm, warte, wenn Jesus, ja, Gott ist, ne? Und er wurde ja geboren als Kind von seinem Vater. Okay. Wie kann er dann seinen Vater anbeten? Also, man braucht einen, Jesus wurde doch geboren, oder? Okay, laut islamischer Sicht wurde Isa auch geboren, das ist auch Jesus, okay, und weiter? Ja, und damals, du musst vorsichtig sein, was du sagst, weil sonst zerlegst du deinen Koran gerade selbst, ne? Du weißt schon, Isa wurde laut Islam auch geboren, das weißt du. Also, ich wollte nur Sachen über Christentum sagen, weil, ich weiß nicht, ich habe viele Videos von ihr geguckt und so, ähm, Dings, wenn Jesus ja geboren wurde und damals er schon einen Vater hatte, oder? Ja, und das Problem ist, Robbery, ich kann mit dir jetzt nicht so lange reden, weil du bist sehr, sehr jung, ich höre das aus deiner Stimme. Und ich darf mit dir hier, äh, live, nicht... Eigentlich ist aber, meine Stimme ist halt zu jung. Eigentlich bin ich fit. Ja, aber du bist zu jung, du bist zu jung. Lass vielleicht einen Älteren, der neutral ist, hochkommen und, äh, dass er vielleicht mal spricht, aber das geht nicht. Äh, erst ab 18, mein Freund, ne? Ich muss dich runterschmeißen, tut mir leid. Ja, warte ich. Nein, nein, nicht warte, das geht nicht. Sia Crate, komm mal bitte hoch, stell eine Anfrage, Sia, Sia, stell eine Anfrage, bitte, 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 komm hoch. Sia Crate, stell eine Anfrage, komm hoch, komm hoch, oder ich, ich stell dir eine Anfrage. So, Ramirez, ich küss doch dein Herz. Sia ist doch da, es ist doch schön. Sia, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, hallo. Hallo Sia, wie geht's dir? Ja, ich hör dich. Ja, gut, danke, mir geht's gut, also ich war im Bett, also, du hast auch sehr lange gedauert, deshalb habe ich eingeschlafen. Ja, alles gut, alles gut. Guck mal, ich lass dich, ich lass dich auch, ich lass dich auch gleich schlafen, aber ich wollte einfach nur, dass die, die Leute, die hier sind, ähm, dass die sehen und erkennen, oder auch die, die zugehört haben gestern, ähm, deine Geschichte gehört haben, ja, was dir widerfahren ist und, ähm, ich will dir nur von meiner Sicht aus sagen, es tut mir mega leid, dass du solche Dinge, äh, erleben musstest und, ähm, du hast mir geschrieben gehabt und, ähm, du hast gesagt, dass du den Herrn Jesus Christus annehmen möchtest und du, äh, weißt nicht wie, äh, und da habe ich mir einfach mal was Schönes, ähm, ausgedacht und, und, und was Schönes möchte ich, äh, sagen, das heißt also, dass wir einfach mal zusammen einen, ähm, Gebetsspruch einfach mal zusammen machen. Ist das okay? Ja, gerne, also, ich hab, äh, ich hab, äh, heute auch mit dem, vielleicht kennst du auch Abu Kranja, kennst du auch? Kranja, natürlich, das ist ein Bruder von uns. Genau, ich hab mit ihm auch, äh, lange auch gesprochen und, äh, auch, äh, geschrieben auch mit ihm auch, er hat mich auch so paar, äh, Antwort auch richtig gute Antwort zu geben, er hat mich auch richtig, äh, zum tiefen Gedanken gebracht und, äh, das hat auch wirklich, äh, ähm, wirklich mein Herz auch bekehrt und so, ich hab komplett alles und, äh, ja, so, ich war auch heute, also heute Nachmittag, zwischen 18 oder 17 Uhr war ich auch im Gym und, äh, ich war die ganze Zeit auch im Gedanken und ich konnte auch nicht so viel gut auch zur Motivation, zum Training, aber auf jeden Fall habe ich auch irgendwie, irgendwie habe ich auch geschafft, ich hab nach Hause gekommen und, äh, ich war ganz seit dem Gedanken und so, hey, es ist wirklich so, muss ich auch tun oder, äh, oder, es will so, oder, Jesus will wirklich mich auch den, dem Weg auch bringen oder, wie geht das und so weiter, okay, aber auf jeden Fall, ich will mit dir, ja, auf jeden Fall bin ich, bin ich auch, äh, so, jetzt auch, äh, in dem Punkt auch entscheiden, so getroffen, ja, okay, ich will auch annehmen und auch tatsächlich, das ist auch in der Nähe von mir auch so noch eine Gemeinde, so in Freikette und, äh, die haben so Gottesdienst und so, nur preis, keine Ahnung und sowas hatten, ja, und weil ich höre auch hier der, jeder Sonntag, weißt, und deswegen, also, ich bin, also, ich freue mich auch morgen, das hier, das ist die beste Entscheidung und, ähm, deswegen möchte ich mit dir zusammen ein, ein, ein schönen Gebet, ähm, einfach etwas Schönes, wo du den Herrn Jesus Christus annimmst und ich, ich gehe davon aus, du wirst sehr, sehr gut schlafen können, ähm, wenn du möchtest, kannst du mir nachsprechen und, ähm, dann kannst du auch schlafen gehen, mein Lieber, weil ich denke mal, du bist verdammt müde. Ah, danke schön, ja, kann ich tun, ja, kann ich tun, okay. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Nochmal, Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Jesus Christus, genau. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbstbestimmt. Ich habe bisher mein Leben selbstbestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich gebe jetzt mein Leben. Mit Leib und Seele und Geist Mit Leib und Seele und Geist Genau Mit Vergangenheit Mit Vergangenheit Gegenwart und Zukunft Gegenwart und Zukunft Übernimm die Herrschaft in meinem Leben Übernimm meine Herrschaft Übernimm die Herrschaft Übernimm die Herrschaft In meinem Leben In meinem Leben Okay Und verändere mich so Und verändere mich so Wie du mich haben willst Wie du mich haben willst Ich danke dir Ich danke dir Dass du mich angenommen hast Dass du mich angenommen hast Amen Willkommen mein lieber Bruder Ich küsse dein Herz Das war's? Das war's Bruder Das war's Ja Dass du wirklich in Ruhe In aller Ruhe Dass du verstehst Hey Der Herr Jesus Christus Ist der Einzige Und der Wahre Und der wirklich Der wahrhaftige Gott Der für deine Sünden Ans Kreuz ging Dass du das weißt Ja Amen Also Ja Also ich hab auch Wie gesagt Ich hab davor Hab ich auch Bibel Gelehrt und so Ich war auch so Gedankt Aber ich war nicht so Aktiv Weiß Die Leute Die Leute Hat mich auch nicht so Viel Situationen Gezüglich Weil ich hatte auch Nicht so viele Leute Und Leute auch Kontakt gehabt Und so Deswegen Also seitdem Hab ich auch mit der Buchhandja und so Geredet Und der hat Richtig mich auch so Also Meine Augen So geöffnet Über muslimische Und so Also deswegen Es hat mich auch Also ich freue mich Über wirklich Jetzt in dem Bereich Bin Und auch Sehe ich auch Die Leute So Auch sehe ich auch Jetzt die Kommentare Alles im Herzen So reingeben Also wirklich Also Du hast Du bist Du bist jetzt In Christus Du bist Du bist ein Teil Der Community Hey Und die Leute Lieben dich dafür Auch gestern Schon alleine Wo du deine Geschichte Erzählt hast Ich sag dir Ganz ehrlich Ich bin sehr Innerlich Bin ich sehr emotional Gewesen Aber ich konnte Das nicht zeigen Weißt du Weil Ich muss mich schon Beherrschen können Und ich beherrsche Mich auch tatsächlich Wirklich Und Hey Ich bin so Gottfroh Dass du deine Sorgen In Gottes Händen lässt Ja Und Er wird für dich kämpfen Er hat Er wird Er wird siegen Für dich Nur dass du Bescheid weißt Denn er hat schon gewonnen Nur dass du Bescheid weißt Ja Also ich hab Also gestern Abend Hab ich auch nicht so richtig Alles gesprochen Also wie gesagt Ich hab sehr hart erlebt Und es hat mich auch alles Zum hassen gebracht Und so Und so Also als Ex-Muslimus So sagen Dass die Leute Söhnen Auch so So Was gestern Hat mich total fertig gemacht Boah Also ich hab Alles Ich konnte Ich konnte auch Mein Finger War so müde Dass ich auch so viel Blockieren Und Haben mich total fertig gemacht Aber ja Ich wünsche mich auch Alle Leuten Sind Auch nicht so glauben Also wirklich Ich hab Ich hab selber Ich hab selber so Ich hab mich selber so Ich hab Ich war ungefähr Also seitdem Muslime Und so bin ich rausgekommen So in vier Jahren Also ich hab an mich selbst geglaubt Und so Ich hab gesagt Hey ne Es gibt keinen Gott mehr Es gibt keine andere Ist möglich Und so was Und alles drum und dran Ich hab jetzt auch Also wirklich Ich hab schon gesehen Und Es ist die Wahrheit Also Leute Das ist kein Spaß Und das ist kein Scherz Oder so Das ist wirklich Ich hab selber erlebt Deswegen Ich hab selber Also kann ich sagen Leute Das ist die Wahrheit Amen Amen Ich ehre dem Herrn Amen Alle Ehre dem Herrn Und ganz ganz viel Liebe Sia Und Geh schlafen Damit du morgen Fürs Gottesdienst Damit du stark bist Ja Und Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Amen Genau Und Möge der Herr Dein Mensch Ja Ich wollte nur sagen Weißt du wie viele Engel Sich jetzt freuen Im Himmel Dass du zu Jesus Gefunden hast Deswegen bin ich nur Hochgekommen Dir das zu sagen Bruder Ich hab gestern Die ganze Nacht An dich gedacht Ganz ehrlich Und ich freue mich Wirklich vom ganzen Herzen Dass du zu Jesus Gefunden hast Oh Ich weiß noch Melissa Schwester Ja Melissa Melissa Ich wollte gleich Mir weg Hey wirklich Sehr sehr schön Ich will auch Ein bisschen Motivation Ich will auch Sehr schön Das ist sowas von schön Jetzt wirst du wissen Was Liebe ist Amen Bete nur Gott Bete nur Gott Der soll sich dir zeigen Bruder Und Für seine Liebe Du brauchst keine Liebe Von den Menschen Und keiner Keiner kann dir was machen Die können höchstens Dein Fleisch umbringen Aber Nicht dein Nicht dich selber Wie soll ich das erklären Ich bin jetzt Seele Seele Genau Amen Schwester Amen Deswegen Du bist in der sauberen Lehre Du hast den Herrn Jesus Christus An deiner Seite Und lege deine Sorgen Immer wenn du betest Sie ja Lege deine Sorgen Immer bei den Herrn Jesus Christus Und wenn du Fragen hast Wenn du Fragen hast Ja Ich mache gerade momentan Bibelstudie Ja Also Ich will das studieren Ich mache da eine kleine Bibelstudie gerade Mit theologischer Auslegung Und Wenn du Fragen hast Ja Matt Ich küsse noch dein Herz Wenn du Fragen hast Komm zu den Brüdern Ja Stell Fragen Egal welche Fragen Ich bin fest davon überzeugt Dass du Antworten kriegen wirst Patrick Altendorfer haben wir da Er hat mega viel Wissen Wir haben einen Chanser da Wir haben Arzach da Die Wirklich diese Jungs Die haben was auf den Kasten Ja Und Ja also Deswegen Also ich habe Ich habe Sorry Das habe ich auch Das angesprochen Also Ja Das Ich habe auch Wie gesagt Also heute Der Mohanja Was hat auch geredet Auch und so Ein paar Tage Habe ich auch Davor habe ich auch schon Also Ich habe Live Von Livestream Von Aboukhanja Habe ich auch verfolgt Und so Und so Und der hat wirklich Mit Respekt Der haben alle Muslime Hat auch Sehen geschissen Der haben beleidigt Und so weiter Aber Ein Fehler Ganz kurz Sehr great Ein Fehler Ein Fehler Was ich schon wieder Gemacht habe Ich vergesse Immer wieder Belgrad Abou Belgrad Zu erwähnen Abou Belgrad Ist auch ein sehr Sehr guter Bruder Wenn du Sein Stream siehst Geh hoch Du kannst auch mit ihm reden Abou Belgrad Ist eine Maschine Gewonnen Der ist richtig gut Also Die andere Kenne ich auch nicht Auf dem Fall Ich habe mit dem Aboukhanja Also Sehr gut auch Kennengelernt Er ist auch Ein bester Mann Auf dem Fall Er hat Auf mich auch So Und ja Auf dem Fall Er hat mich auch Viel Meine Augen So geöffnet Hat mich auch Gewertet Und so Ganz ruhig Und so nett Ich habe So voll Gefeiert Und so Und deswegen Habe ich auch Dir geschrieben Auch Ich habe auch Hingeschrieben Bruder Du hast auch Seitdem Mit dir Habe ich auch Geredet Und ich habe Ich war im Gym Also eigentlich Andere Tage Ich habe ganz normal Schon positiv Ich habe zu Hart trainiert Aber heute Keine Motivation War Ich war nicht Selbst da Also Ich habe Voll mit Gedanken Und so weiter Aber Auf dem Fall Ich habe Auch An ihm Auch geschrieben Und Ja Also Ja Ich freue mich Einfach Hier Wir freuen uns Wir freuen uns Alle für dich Glaub mir Wir freuen uns Alle für dich Guck mal Bruder Du musst wissen Erst jetzt Werd dich der Teufel Noch mehr Angreifen Weil er Gemerkt hat Dass er dich Verloren hat Jetzt Jetzt wirst du Noch mehr Wahrscheinlich Probleme haben Aber Keine Angst Mit Jesus Schaffst du alles Amen Also Eine Sache Kann ich auch Sagen Die Leute Kann mich Auch nicht So Richtig Fertig Machen Also Ich Das Glaube Weil ich Habe Selber So Das habe Ich Auch Erlebt Selber Ich Weiß Wie kann ich Auch mit Menschen Zukunft Gehen Also Da wurde Ich Auch Ungläubiger Auch Die Muslime Haben Mich Auch Geschossen Aber Es Ist Auch Egal Aber Von Menschen Sache Das Interessiert Mich Gar Nichts Also Also Das Ist Auch Keiner Von Meiner Seite Sagt Okay Ich Bin Auch Erst Zum Glauben Gekommen Ich Kann Auch Aber Ich Hab Damals Ich Auch Ungläubiger War Ich Auch Aber Trotzdem Ich Habe Niemand Beleidigt Auch Trotzdem Okay Du Bist Recht Lass Mich Ruhe Das Fertig Und So Habe Ich Auch Aus Gekommen Und Deswegen Also Ich Habe Ich Habe Keine Angst Gott Ist Da Du Brauchst Jetzt Sowieso Gar Keine Angst Mehr Haben Du Hast Den Herrn Jesus Christus An Deiner Seite Du Hast Den Wahrhaftigen Gott Der Der Hinter Dir Steht Ja Und Nichts Und Niemand Kann Dir Bist In Der Gesunden Lehre Ja Schuster Dürfte Ich Auch Was Sagen Ihr Könnt Alle Reden Ihr Müsst Euch Nicht Schämen Ich Nutze Jetzt Einfach Deine Reichweite Und Deine Zuschauer Hier Ich Ich Habe Schon Zu Juli Vorhin Gesagt Ich Will Mich Einfach Bedanken Bei Natürlich Vor Allem Meinen Schwestern Dass Man Wieder Weiß Was Nächsten Liebe Unter Frauen Ist Weil Das Ja Gesellschaft Sehr Mau Geworden Konkurrenz Eifersucht Neid Und Ich Habe So viel Wärme Und So viel Liebe Mit Meinen Mädels Hier Ich Bin So Dankbar Für Jede Schwester Die Ich Treffe Natürlich Auch Für Jeden Bruder Aber Es Nochmal Anders Mit Schönen Schöner Schöner Mensch Nicht Schönen Von Außen Sondern Auch Von Innen Und Ich Bin Auch Froh Dass Ich Kennengelernt Hab Und Jeden Einzelnen Hier Wirklich Ist das Ist das Heute Ein Liebesbrief Hier Oder Was Ist Hier Los Der Papa Er Kommt Wieder Er Ernährt Unsere Herzen Mit Liebe Und Mit Glück Und Mit Allem Ich Sprühe Vor Es Ist Schön Es Schön Leute Und Sie Liebe Das Ist Schon Verführerisch Irgendwo Der Herr Ist Auch Verstand Ich Wir In Uns Wir Wir Lachen Alle Wir Sind Glücklich Wir Sind Dankbar Wir Sind Erfüllt Wir Haben Von Nichts Und Niemand Angst Der Teufel Der Kann Uns Mal Kreuz Sportlich Der Teufel Der Hat Keine Zeit Und Keine Kraft Und Keine Macht In unserem Leben Weil Wir Sind Von Licht Überflutet Amen Ich Wollte Sagen Ich Weiß Nicht Ich Hab Alles Verpasst Was Da Passiert Ist Aber Ich Hab So Mitbekommen Gerade Du Bist Christ Geworden Halleluja Bruder Willkommen In Christentum Willkommen In der Wahrheit Und Hab Keine Angst Ja Das Sagt Die Bibel Auch Hunderttausend Mal Hab Keine Angst Weil Der Teufel Wenn Du Angst Hast Bist Du Geistig Gestorben Auch Wenn Du Hier Noch Lebst Du Wirst Nicht Leben Können Mach Deinen Kopf Hoch Und Zeig Deine Brust Raus Und Lauf Auf Der Straße Mit Stolz Weil Du Bist Jetzt Ein Sohn Gottes Und Keiner Kann Dir Was Keiner Malik Malik Wollte Was Sagen Hört Ihr Mich Ja Wir Hören Dich Super Gut Guten Abend Frau Ostern Erstmal Ich Wollte Was Sagen Was Reden Kann Ich Das Kurz Ja Bist Du Christ Ja Oder Bist Du Christ Ja Oder Geh Ich 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 Bruder Für Mich Ist Trash Bruder Ja Ich Wollte Was Du Wirst Angerufen Weg Ist Er Du Machst Gerade Kaffeepause Du Bist Aus Der App Raus Jetzt Jetzt Okay Ein schöner Abend Bruder Ich Bin Jetzt Wieder Bruder Alles Gut Ich Weiß Ich Weiß Für Mich Ist Für Mich Ein Mensch Der Muss Gute Herz Haben Der Der Soll Menschen Helfen Und Es Gibt Ein Gott Der Helft Bei Den Armen Jüngeren Man Man Soll Die Armen Helfen Und Für Mich Der Menschen Da Sein Charakter Muss Gut Passen Für Mich Muss Der Mensch Sein Der Muss Guten Charakter Haben Egal Wie Der Kann Aus Afrika Kommen Aus Asien Amerika Charakter Muss Immer Gut Sein Bruder Das Wollte Ich Nur Sagen Danke Malik Danke Malik Gerne Malik Darf ich Auf Der Kurz Sagen Ja Malik Ich war Auch Also Am Anfang War Ich Auch Als Muslim Bin Ich Auch Geboren Und Dann Habe Ich Auch Vier Jahre Ungläubiger Zu Wurden Also Ich Habe Mir Selbst Glaubt Und So Aber Wenn Du Selbst Auch Beschäftigt Mit Büchern Auch Die Koran Auch Die Bibel Dann Findest Du Unterschiedlich Ich Hab Selber Erlebt Ich Hab Heute Auch Hier Und Ich Hab Das Also Selbst Jetzt Überzeugt Dass Die Wahrheit Ist Und Du Kannst Auch Vielleicht Also Vielleicht Du Kennst Auch Vielleicht Meine Geschichte Nicht Ich 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 Hab Gestern Abend Hier Auch Erlebt Also Gesprochen Und Habe Ich Auch Das Erzählt Mit Alle Und Ich Hab So Hart Erlebt Also Du Kannst Auch Nicht Vorstellen Kann Und Da Habe Habe Wo Ist Das Die Recht Geil Menschen Wo Ist Das Alles Und Ich Hab Gesagt Nein Es Gibt Auch Nicht Selbst Selbst An Dies Glauben Du Kannst Alles Schaffen Nicht Andere Niemand Aber Seitdem Habe Ich Auch Alle Bücher Habe Ich Auch Das Mit Habe Ich Auch Beschäftigt Okay Wenn Die Leute So Glauben Okay Wo Ist Das Wo Steckt Das Wo Ist Das Ich Habe Mich Selbst Auch Beschäftigt Und Ich Hab Das Wahrheit Gefunden Ich Hab Auch Bei Muslim Hab Ich Auch Die Bücher Gelesen Die Koran Habe Ich Auch Gelesen Auch Und Ich Hab Auch Die Bibel Habe Ich Auch Gelesen In Koran In Der Hades Findest Du Alles Über Scharia Dass Du Jemand Tüten Lassen Ungläubiger Du Bist Auch Jetzt Du Sagst Okay Wenn Du Bist Also Als Mensch Als Du Denkst Als Mensch Respektive Und So Weiter Wenn Du Sagst Auch Bei Muslim Dann Du Bist Auch Nicht In Diese Welt Du Bist Auch Vor Also Weg Was Deswegen Deswegen Alle Ehre Dem Herrn Jesus Christus Du Bist In Gesunden Lehre Und Ich Bin Sehr Froh Darüber Dass Du Den Herrn Jesus Christus Angenommen Hast Und Deine Sorgen Jesus Christus Wird Dir Die Sorgen Nehmen Und Du Wirst Auch Dieses Angst Nicht Mehr Haben Die Du Davor Hast Merken Dass Du Frei Bist Und Du Legst Einfach Deine ganzen Sorgen Den Herrn Auf Die Hand Und Er Wird Für Dich Kämpfen Also Ich Hab Ich Hab Mich Auch Sehr Also Für Mich Auch Jetzt So Anderes Und So Entspann Ja Komm Jesus Angenommen Schon Predigst Du Hier Ich Ich Bin Auch Nicht Perfekt Also Wie Kann Ich So Also Ich Weiß Auch Nicht Ich Hab Wie Gesagt Ich Hab Auch Mit Bibel Auch Mit Koran Auch Mit Tafsirah Und Soweit Ich Habe Mich Selbst Beschäftigt Und Ich Habe Selber Auch Gesehen Aus Meine Augen Auch Als Ich Habe Selber Auch Gelesen Ich Bin Auch Nicht Solche Menschen Also So Ich Bin Auch Christ Oder Ich Bin Auch Das Oder Muslim Und So Nein Ich Habe Selber Beschäftigt Und Deswegen Ich Habe Heute Auch Bei Plexi Habe Auch Geschrieben Habe Sag Bruder Was Kann Ich Auch Jetzt Tun Also Ich Will Auch Zum Glauben Zu Kommen Und So Weiter Und Deswegen Bruder Melik Das Ist Auch Nicht So Was Du Denkst Weißt Du Was Ich Dir Sagen Kann Sia Eine Sache Ganz Ganz Wichtig Lass Dich Nicht Verarschen Lass Dich Nicht Manipulieren Und Eine Gute Warnung Auch An Mich Weil Du Jetzt Gerade Frisch Bist Jetzt Im Glaube Und Dass Du Den Herrn Jesus Christus Angenommen Hast Auch Heute Geh In Keine Muslimischen Streams Ja Weil Die Heucheln Die Lügen Und Die Lieben Es Gerne Leute Zu Manipulieren Und Wir Sind Nicht Hier Leute Zu Manipulieren Wir Sind Hier Den Leuten Zu Helfen Den Waren Gott Zu Erkennen Weißt Du Und Dass Wir Einfach In Gesunden Lehre Sind Ja Und Nicht An Irgendein Mohammedan Ja Weißt Das Wollen Wir Nicht Ja Dieses Versuchen Dass Dieses Versuchen Ich Bezeuge Mama Dann Also Die Bezeugen Etwas Was Die Nicht Gesehen Haben Ja Weil In diesem Gebet Oder In diesem Was Weiß Ich Was In diesem Spruch Da Sagen Sie Ja Sie Bezeugen Ja Und Du Kannst Aber Nicht Bezeugen Was Du Nicht Gesehen Hast Ja Somit Entsteht Ist Da Schon Ein Fehler Sagen Wenn Jemand Auch Jemand Meine Ohren Was Erzählen Dann Das Ist Auch Nicht Diese Seher Oder Keine Ahnung Oder So Ich Typ Dass Ich Auch So Sagen Okay Akzeptiert Kann Man Kann Niemand Kann Mich Verarschen Also Außer Die Teufel Zu Kommen Dazwischen Keine Ahnung Aber Und Sonst Kann Niemand Also Menschen Kann Auch Fehler Machen Aber Für Mich Jetzt Also Ne Aber Vergiss Nicht Der Teufel Der Redet Auch Durch Menschen Lass Dich Niemals Von Irgendjemand Was Schlecht Reden Jemand Der Traurig Sauer Wütend Macht Das Nie Von Gott Gott Will Dass Du Glücklich Bist Gott Will Dass Du Keine Zweifel Hast Und Wenn Das Vorkommt Dann Das Erste Was Du Machst Du Betest Zum Lieben Vater Und Bittest Dass Er Dieses Böse Von Dir Weg Weg Scheucht Und Dann Wirst Du Merken Wie Erleichtert Du Wieder Bist Genau Das Gebet Hat So viel Kraft Bitte 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 Betet Für mich Das Gebet Hat So viel Kraft Er Gebet Hören Und Wir Werden Dir Kraft Schicken Amen Amen Ich will Auch Morgen Gehen Auch Neben meinem Haus Ist Auch Eine Freikirche Also Die Haben Auch Einmal Für Mich Gebet Aber Ich Hab Nicht Ernst Genommen Also Ich Kann Ich Auch Nicht Lügen Aber Ich Freue Mich Einfach Wir Haben Auch Immer Hat Mich Gesagt Du Bist Herzlich Willkommen Hier Und So Hat Mich Auch So Gesagt Aber Ich Freue Mich Einfach Morgen Da Gehen Und Ja Mal Schauen Schön Wir Denken Alle An Dich Und Meine Bibel Ist 365 Mal Geschrieben Habe Keine Angst Amen Und Wir Haben Im Jahr 365 Tage Das Heißt Jeden Tag Sollst Du Keine Angst Haben Du Sollst Nie Angst Haben Und Irgendwann Machen Sorry Melissa Was Ich Noch Hinzufügen Möchte Sehr Great Du Bist Jetzt In Der Gesunden Lehre Auf Jeden Fall Lass Dich Taufen Ist Ganz Ganz Wichtig Lass Dich Taufen Besprecht Das Mal In Der Kirche Gehst Und Guck Auf Jeden Fall Auch Das Musst Du Beobachten Was Da Gesagt Wird Immer Gut Zuhören Und Dann Kannst Du Auch Immer Wieder Berichten Und Sagen Hey Das Hast Du Gelernt Weil Wir Müssen Und Deswegen Wie Gesagt Geh In Kirche Immer Gut Zuhören Und Lass Dich Auf Jeden Fall Taufen Ja Das Will Ich Auf Jeden Fall Tun Also Ich Weiß Auch Nicht Ob Also Ich Ich Glaube Also Ich Weiß Nicht Ob Also Die Menschen Hier Sind Also Wo Bisschen Also Das Mal Neben Bei Lauf Ich In Den Bereich Oder Geh Ich Auch In Supermarkt Und So Dann Sehe Ich Auch Die Leute Auch Da Ist Einfach Hallo Und So Sind Alle Nett Also Aber Ich Hab Noch Nicht Daran Gegangen Aber Ab Und Zu Mit Meinen Kumpel Da Hab Ich Auch Gegangen Wirklich Leute Sind Einfach So Auch Schon Nett Also Bei Freikirchen War Ich Eine Sache Kann Ich Auch Sagen Außer Zeugen Jehovas Ich Will Über Gehen Aber Also Da Bin Ich Dich Kurz Warnen Das Ist Ganz Wichtig Keine Zeugen Jehovas Keine Mormonen Ja Sondern Einfach Eine Ganz Normale Christliche Kirche Gospel Aber Alles Was Mit Mormonen Zu Tun Hat Finger Weg Ganz Vorsichtig Ja Ich Habe Vor Kurzem Finger Weg Jehova Zeugen Jehovas Auch Finger Weg Da Ist Auch Eine Ganz Große Irrlehre Unterwegs Ja Und Keine Unitarischen Sagen Wir Mal Auslegungen Bloß Finger Weg Davon Ist Eine Irrlehre Auch Eine Irrlehre Ja Also Ich Habe Mit dem Zeugen Jehova Selber Auch So Viel Beschäftigung Und Wir Haben Wir Krass Wie Muslime Also Sorry Wenn Ich Hau Sagen Aber Das Wie Muslime Genau Ja Weil Wir Haben So Viele Gesetze Und Dann Denk Ich So Flex Ich Habe Eine Frage Bitte Ja Malik Wo Ich Ich Bin Seit 97 In Deutschland Das Wusste Ich Nicht Die Waren Firma Bei Me Hau Sins Hau Sagen Und Sagen Wir Haben Wir Haben Die Bibel Nicht Das War So Ein Goldens Buch Mit Bibel Mit Jesus Moses Noah Und So Alles Und Da War Ich Einmal Da Da Was Anfangen Versammlung Wir Haben Wein Und Brot Gegessen Ich Wusste Das Nicht Danach Hab Ich Gefragt Befragt Die Sekte Ist Richtig Gefährlich Für Die Menschen So Alles Die Machen Bisschen Gehirn Wäsche Mit den Menschen Ja Man Muss Vorsichtig Sein Also Zeugen Jehovas Also Diese Irrlehre Die Ist Fast So Ähnlich Wie Also Zeugen Jehovas Sind Wie Schiiten So Musst Dir Vorstellen Ich Habe 15 Jahre Lang Bibel Studiert Mit Zeugen Jehovas 15 Jahre Lang Da Kann Ich Vieles Was Erzählen Was Den Wein Und Das Brot Betrifft Da Dürfen Normale Menschen Nicht Daran Teilnehmen Überleg Mal Ob Obwohl Jesus Gesagt Das Nimmt Das Und So Hab Gemeinschaft Mit Mir Also Wir Müssen Es Nehmen Und Die Zeugen Jehovas Lassen Dich Das Nicht Nehmen Ja Da Muss Man Vorsichtig Sein Darf Ich Mal Was Dazu Sagen Also Nicht Wegen Irgendwas Aber Meine Schwester Die Ihr Schwager Der War Zu Den Zeugen Jehovas Gegangen Und So Und Dann Sie Dahin Die Wollte Gucken Was Da Ab Geht Um Ihn Raus Zuholen Und Die Ist Seit Dem Einen Tag Bis Jetzt Zeugen Jehovas Geworden Also Meine Eltern Waren Echt Durchgedreht Damals War Schon Heftig Aber Die Ist Bis Heute Noch Da Ja Ihre Kinder Alles Die Sind Überzeugt Auch 100% Zeugen Jehovas Scheiße Wie gesagt Die War Dahin Um Ihn Da Raus Zuholen Und Zu Gucken Was Da Ab Geht Und Keine Ahnung Was Sie Wie Ich Das Mitbekommen Habe Entschuldigung Bezir So Wenn Man Reinkommt Man Darf Kein Geburtstag Feiern Man Darf Nicht Kranken Ausgehen Man Darf Auch Nicht Blut Spenden Auch Nicht Aber Ich Stimmt Das Stimmt Ja Wenn Die krank Werden Dann Werden Die krank Dann Sterben Die Hör Einfach Ja Und Flex Es gibt Noch Was Es Gibt Welche Männer Wir Haben So Namen Darauf Die Gehen Mit Bibel Draußen Du Hast Was Gesagt Wie Hast Die Anderen Sekte Das Die Mormonen Das Kommt Aus Amerika Glaub Ich Die Sekte Die Kommen Tatsächlich Aus Amerika Ich Hab Mich Damals Mal Ein Bisschen So Mit Den So Ein Bisschen Befasst Und So Und Dann Habe Ich Heraus Gefunden Dass Sie Eine Ganz Große Irrlehre Verbreiten Ich Kann Dir Propheten Das Sind Aber Falsche Propheten Weil Der Letzte Prophet Und Der Wahrhaftige Gott War Jesus Christus Und Johannes Mit Dazu Ja Das Wissen Wir Ja Aber Diese Irrlehre Die Verbreitet Wird Dass George Gordon Ein Prophet Ist Der Mit Gott Jemals Gesprochen Also So Sachen Die Einfach Falsch Sind Die Haben Leute In Gemeinde Und Nennen Diese Leute Propheten Und Das Geht Nicht Das Ist Große Irrlehre Flex Also Wollte Ich Auch Kurz Eine Letzte Frage Weil Mein Kopf Auch Gerade Gekommen Also Wenn Ich Auch Zum Beispiel Taufen Lassen Also Kann Ich Auch Selbst Auch Eine Bibel Verse So Raustun Weil Eine Bibel Verse Für Mich Auch Sehr Also Für Mich Auch Sehr Viel Bedeutung Weil Der Hat Auch Immer Meine Kumpel Und Damals Am Leben Hat Für Mich Immer Das Gesagt Also Der Hat Mich Immer Gesagt Du Musst Nur Mit Den Leuten In Der Gemeinde Sprechen Und Sagen Hey Das Ist Ein Bibel Vers Das Hat Dein Kumpel Immer Sehr Gerne Zitiert Und Dann Sagst Du Dene Hey Ist Es Möglich Dass Ihr Vielleicht Diesen Bibel Vers Zitiert Natürlich Machen Die Bin Ich Fest Davon Überzeugt Da Spricht Ja Nix Dagegen Ja Weil Er Hat Auch Immer Dass Die Bibelfels Also Es 41 14 Er Hat Mich Immer Dass Immer Das Merk Immer Das Merk Immer Das Er Hat Mich Immer Gesagt Aber Ich Also Ja Ich Hab Zu Viel Gedank Gekommen Ich War So Ein Junge Mensch Also Wirklich Ich Hab So Ich Hab Ausgelacht Und So Aber Trotzdem War So Nett Aber Ich Hab Ja Ich Scheiß Auch Gebaut Aber Auf Jeden Fall Ich Wann Doch Dass Das Wurde Ich Auch Einfach So Nehmen Deswegen Wenn Das So Auch Möglich Oder So Wollte Ich Eben Bruder Schüttel Schüttel Auf Jeden Fall Schüttel Ich Vielen Dank Danke Danke Aber Sie Ganz Wichtig Bevor Du Gehst Trotzdem Muss Man In Der Taufe Im Namen Des Vater Und Des Heiligen Geistes Auch Aussprechen Das Darf Es Nicht Vergessen Das Muss Ja Auch Machen Okay Ja Kann Nicht Nur Das Kann Sagen Ja Es Ist Es Also Wenn Ich Auch In Zeit Auch So Kommen Aber Auf Den Fall Ich Kann Auch Mit Dir Schreiben Und Bleiben Auch In Kontakt Und Ja Genau Mal Gucken Ich Bin Auch Gespannt Was Morgens Kommt Und So Dann Kann Ich Auch Also Dann Wünsche Ich Euch Einen Gute Livestream Und Wir Hören Uns Auch Danke Ciao Ciao Schönen Abend Ciao Ich war letztens In einem christlichen Stream Dachte mir nichts Schlimmes Und dann Sitze ich Da drin Und Dann Kam Das Thema Auf Trinität Und ich So Für mich Ist Jesus Gott Also Ich Bin Trinitarierin Und Das Waren Christen Ja Also Man Erwartet Was Anderes Und Ich Wurde Das So Angefeindet Ich Würde Eine Götzenanbeterin Sein Und Es Richtig Extrem Geworden Ich Wusste Gar Nicht Was Ich Sagen So Ich War So Editiert Von Verhalten Anders Da Musste Dich Fernhalten Das Ist Also Ich Gehe Schon Mittlerweile In Gar Keine Anderen Streams Also Ich Bin Da Mehr So In Meinen Einen Stream Wenn Jemand Ein Gespräch Sucht Den Soll Er Einfach Zu Mir Hoch Kommen Ist Gar Kein Problem Ich Habe Meine Themen Und Wer Sagen Möchte Hey Mein Gott Ist Allah Dann Komm Und Beweise Deinen Gott Und Überzeuge Mich Von Deiner Religion Und Beweise Mir Auch Dass Dein Gott Auf Ewigkeiten Schon Immer Da War Wenn Dein Gott Auf Ewigkeiten Nicht Da War Dann Bist Du Offiziell Ein Götzendiener Weil Dann Ist Dein Gott Ein Paar Tausend Jahre Alt Ja Und Da Du Beweisen Können Wer Ist Dieser Gott Den Du Anbeten Tust Und Da Ist Schon Der Knockout Für Diese Religion Ganz Einfach Ja Aber Dann Ist Auch Das Thema Ich Esst Ja Ohne Schlechtes Gewissen Euren Döner Also Ich Ist Doch Im Prinzip Auch Halal Geschlachtet Ergo Ein Götzendienst Oder Ja Das Ist Wieder Das Eine Ja Aber Wir Kommen Noch Mal Darauf Zu Ich Ich Nur Kurz Abarbeiten So Von Oben Nach Unten Noch Der Eine Moment Was Können Wir Für Dich Tun Mein Lieber Ja Also Erstmal Hallo Und Schönen Tag Brüder Und Schwestern Und Zwar Wollte Ich Eigentlich Noch Den Sia Gratulieren Weil Ich Hab Vor Ein paar Tagen Mit Ihm Geredet Da War Er Noch Sehr Unsicher Was Das Christentum An Geht Und Ja Ich Wir Haben Wie Gesagt Das Schöne Gebet Zusammengesprochen Und Wie Gesagt Er Hat Den Herrn Jesus Christus Heute Angenommen Auf Jeden Fall Das Ist Wunderbar Ich Muss Dazu Sagen Ihr Hatte Das Thema Zeugen Jehovas Ich Bin Als Kind Groß Geworden Bei Den Zeugen Jehovas Hab Mich Dann Von Den Glauben Getrennt Und Hab Erkannt Dass Es Nicht Der Wahre Glaube Ist Sie Haben Haben Da Wirklich Viele Sachen Abgeändert Wie Zum Beispiel Dass Jesus Christus Nicht Als Den Gott Erkennen Da Es steht Zum Beispiel Am Anfang War Das Wort Und Dann War Ein Gott Da Und Nicht Das Wort War Bei Gott Und Das Wort War Gott Also Da Ist Schon Eine Veränderung Drin Damit Sie Nicht Jesus Als Den Gott Anerkennen Zum Anderen Deswegen Sollte Man Sich Von So solche Irrlehren Distanzieren Genau Zum Anderen Wurden Da Auch Denn Bestimmte Straftaten Die Vergangen Wurden Von Menschen Jeder Ist Ja Ein Sünder Also Auch Da Gibt Es Gute Menschen Und Schlechte Menschen Aber Das Wurde Dann Auch Oft Bei Den Ältesten Behandelt Und Gar Nicht Denn Eventuell An Die Polizei Weiter Gereicht Wo Ich Auch Negative Erfahrungen Mitbekommen Habe Auch In Um Um Feld Und Das Gleiche Auf Eine Andere Art Und Weise Ist Auch Bei den Adventisten So Also Auch Die Sind Mit Vorsicht Zu Genießen Ja Auf Jeden Fall Aber Wir Wollen Jetzt Nicht Zu Laut Denken Es Kann Auch Sein Dass Sie Beobachten Ja Was Mich Nur Wundert Ist Was Mich Nur Wundert Ist Einer Im Chat Hat Gesagt Dass Sie Da Das Brot Und Das Den Wein Zu Sich Genommen Haben Weil Eigentlich Machen Sie Das Nicht Tatsächlich Das Weiß Ich Nicht Aber Wie Gesagt Nur Ich Meist Die Hunde Dass Sie Eine Irrleere Verbreiten Da Muss Man Sichtig Sein Ja Man Sollte Die Oh Mein Gott Ich Mach Schon Fast Die Muezzin Ruf Im Schlaf Ja Nee Weil Nur Die 144 Tausend Bei Dänen Dürfen Das Abend Mal Zu Sich Nehmen Genau Genau Das War Das Auch Da War Einer In Wie Wie Sagen Die Dazu In Saal Da Wo Wir Waren Da War Genau Genau So War Das Und Da Hat Nur Ein Einziger Diesen Wein Und Brot Zu Sich Genommen Und Dann Stand Ich So Warum Warum Woher Weißt Er Das Er Das 144 Woher Weißt Er Dass Aus Der Welt Ist Vor All Dingen Steht Ja Auch In der Bibel Wer Auf Gerechte Art Und Weise Ist Es Bezog Sich Auf Das Wort Kauen Also Ganz Klar Wer Auf Gerechte Art Und Weise Das Mal Zu Sich Nimmt Und Nicht Wer Gerecht Ist Flex Ich Muss Ich Schimpfen Warum Weil Ich Will Ich Tag Über Vermissen Nachmittags Abends Und Du Kommst Immer Um Unchrist Schöpfliche Uhrzeiten Also Soll ich Ehrlich Sein Ich Kann Euch Ich Kann Euch Auch Sagen Warum Ich So Spät Komme Tatsächlich Tagsüber Schlafe Ich Ich Relaxe Ich Bin Am Chillen Und Und Das Tut Mir Einfach Gut Irgendwie Aber Ab Nächste Woche Leute Versprochen Ab Nächste Woche Bin Ich Wieder Mittags Da Ja Und Dann Haben Wir Wieder Mittags Session Und Ich Denke Mal Hat Das Jemand Aufgenommen Brüder Schwestern Keiner Hat Es Angenommen Ja Das Passt Abends Ist Gut Abends Abends So Nach 8 Uhr Da Haben Die Mommis Die Kinder Kinder Im Bett Und So Popcorn Und Chips Und Dann Flex Ja Abends Showdown Alles Gut Nee Leute Mir Richtig Ich Habe Eine Sache Habe Ich Gemerkt Leute Die Jüngere Generation Die Jüngere Generation Die Die Vernachlässigen Den Herrn Jesus Christus Die Vernachlässigen Das Einfach Und Wenn Die Älteren Weg Sind Leute Und Wenn Wir Nicht Vorrücken Und Das Wort Das Herrn Oder Das Evangelium Verbreiten Leute Dann Haben Ein Riesen Problem Ja Ich Könnte Mich Eigentlich Quasi Ja Zurück Lehnen Und Sagen Hey Ach Das Keine Sorge Das Macht Ein Pfarrer Das Macht Ein Priester Ich Gehe In Kirche Ich Höre Das Wort Gottes Ich Lese Selber Zu Hause Ach Alles Gute Das Macht Der Priester Aber Ich Habe Eine Sache Gemerkt Leute Wenn Ich Als Sportler Nicht Über Den Herrn Spreche Wir Müssen Alle Über Den Herrn Sprechen Sei Es Juli Melissa Anna Melik Egal Wer Wir Müssen Das Wort Verkünden Wir Müssen Darüber Sprechen Es Ist Sogar Unsere Pflicht Darüber Zu Sprechen Jemand Schrift Angreift Dass Wir Es Verteidigen Müssen Und Deswegen Rede Ich Darüber Und Deswegen Nehme Ich Diese Situation Auch Oder Das Nehme Ich Sehr Ernst Das Ist Kein Spaß Ja Das Ist Schon Mittlerweile Schon Meine Mission Ja Ich Habe Zuhause Die Bibel Ja Der Bruder Ist Bekehrt Hat Den Herrn Jesus Christus Angenommen Ich Habe Gesagt Ich Gehe Zur Post Ich Schick Zu Und Nein Ich Bin Extra Ich Bin Vom Training Bin Ich Zuhause Angekommen Dann Habe Ich Mir Gedacht Oh Scheiße Ich Habe Die Bibel Vergessen Ich Musse Die Schnell Holen Ich Hole Die Bibel Fahre Zur Post Ja Und Dann Sehe Ich So Es Zu Denk Ich So Nein Das Gibt So Nicht Ja Also So Ein Hin Und Her Die ganze Zeit Aber Nicht desto Am Dienstag Oder Am Mittwoch Ich Schicke Das Dann Per Express Und Dann Hat Das Am Nächsten Tag Oder Am Selben Tag Sogar Ich Weiß Nicht Wie Schnell Das Ist Ich Habe Eine Frage Kurz Schnell Ich Habe Gestern Bei Netflix Moses Angeguckt Kennst Du Die Drei Staffel Von Den Habe Ich Heute Geschaut Ich Guck Das Sogar Heute An Moses Hat Mich Zu Tränen Gerührt War Schön Hat Mir Gut Gefallen Das Erfehle Ich Alle Brüder Schwestern Ich Wird Mich Verabschieden Meine Er ist Auferstanden Wir Ich Bedanke Für Euch Wir Sehen Uns Wieder Auf Wiedersehen Gute Nacht Lack 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 Der Erste Moment Ich Habe Eine Frage Bitte Es Wird Jesus Kommen Mit Den Pferden Und Er Wird Alle Den Bösen Menschen Besiegen Was Bedeutet Das Wer Fragen Darf Bruder Ich Werd Es Erklären In Offenbarung Sehen Wir Dass Das Lamm Gottes Kommt Um Zu Richten Er War Das Schlachtopfer Wie gesagt Ich Mache Jetzt Momentan Eine Bibelstudie Und Ich Möchte Jeden Vers Theologisch Auslegen Können Das heißt Du Brauchst Auch Die Sauberen Erklärungen Dafür Und Du Musst Auch Verstehen Was Du Lesen Tust Er Ist gekommen Er War Das Schlachtopfer Wird Kommen Um Zu Richten Um Dass Er Die Heiden Völker Zeigt Dass Er Der Einzigartige Und Der Wahre Gott Ist Und Dass Er Der Herr Der Herren Ist Der König Der Könige Er Kommt Um Zu Richten Er Kommt Mit Blumen Und Sagt Hallo Er Kommt Wenn Er Krieg Kommt Kommt Aber Um Zu Wir Kommen Mit ihm Wir Kommen Mit ihm Flex Das Eine Frage Habe Ich Dazu Aber Er Wird Erst Richten Bei Der Dritten Ankunft Oder Bei Der Dritten Wiederkunft Weil Bei Der Zweiten Kommt Er Doch Nur In Wolken Und Nimmt Sozusagen Alle Menschen Auf Einmal Die Die Sozusagen Sich Zu Jesus Bekannt Haben Mit Auf Ist Das Korrekt Er Kommt Seine Braut Abholen Er Kommt Seine Braut Ab Ja Genau Aber Er Kommt Dennoch Zum Richten Es Ist Alles In Einem Zusammen Gefügt Es Ist Nicht So Dass Er Einmal Zweimal Dreimal Kommt Sondern Er Kommt Noch Einmal Einmal Er Ist Vom Tod Auferstanden So Da Er Genau So Dann Wird Er Kommen Um Seine Braut Abzuholen Das Heißt Seine Kirche Seine Leute Seine Menschen Wird Er Abholen Ja Und Das Wird Innerhalb Sekunden Passieren Also Dann Werden Menschen Einfach Verschwinden Deswegen Kommen Kommen Die Leute Jetzt Auch Mit Aliens Blablabla Blablabla Damit Die Später Halt Wenn Das Passiert Ist Einfach Sagen Das Waren Aliens Oder Dann Kommt Doch Die Sieben Jahre Drangsal Sieben Jahre Und Dann Wird Es Schlimm Auf dieser Welt Dann Wird Es Auch wirklich Hart Sein Sorry Ich Muss Mich So Korrigieren Wir Werden Abgeholt Genau Also Da Hat Die Schwester Schon Recht Ich Habe Ich Habe Was Falsches Gesagt Finde Ich Gut Dass Ihr Korrigiert Weil Manchmal Überspringe Ich Auch Einige Verse Deswegen Tut Alles Gut Wir Sind Keiner Von Perfekt So Stützen Einander Aber Auf Jeden Fall Danach Gibt es In der Tat Sieben Jahre Und Dann Hast Du Sieben Jahre Die Zeit Um Trotzdem Dein Leben Für Herrn Jesus Zu Geben Also Auch Wenn Christ Warst Dann Anscheinend Warst Du Kein Richtiger Christ Oder Nicht Vom Herzen Aus Aber Dann Wird Es Sehr hart Weil Dann wird Alles Was Lebt Dich Verfolgen Dafür Dass Du Für Jesus Leben Möchtest Und Dann Wird Es Richtig Grausam Also Aber Der Herr Jesus Kommt Seine Braut Abholen Bevor Es Richtig Schlimm Wird Auf dieser Welt Also Before The Tribulation Und Dann Nach Den Sieben Jahren Dann Kommt Er Wieder Mit Seiner Braut Und Wird Alles Zerstören Alles Alles Und Dann Wird Er Tausend Jahre Herrschen Friede Liebe Kein Schmerz Kein Leiden Also Nicht Mit Pferde Mit Erzengeln Also Der Kommt Alles Mit Den Engeln Mit Uns Wir Werden Alles Hier Also Was Dämonisch Ist Werden Wir Auseinander Nehmen Schlachten Und Dann Gibt Es Doch Das Tausendjährige Reich Von Jesus Und Danach Wurz Satan Freigelassen Für Die Leute Die Magoks Und Die Gox Die Dann Noch Nicht Sozusagen Sich Bekannt Haben Ja Okay Dann Habe Ich Das Richtig Verstanden Und Interpretiert In der Bibel Ja Genau Und Man merkt Auch Jetzt Dass Die Zeit Wirklich Drängt Man Merkt Die Christen Stehen Auf Die Halten Ihren Mund Nicht Mehr Die Trauen Sich Mehr Die Haben Keine Angst Mehr Und Merkt Auch Dass Der Satan Wirklich Alles Versucht Um Auch Die Seelen Für Sich Selber Zu Gewinnen Man Sieht Das In der Musik Man Sieht Das Auf Konzerten Man Sieht Das Weltweit In der Politik Seelen Für Sich Selber Zu Gewinnen Also Die ganzen Jugendlichen Die Gehen Alle Verloren Und Deswegen Müssen Wir Das Evangelium Verbreiten Die Frohe Botschaft Und Die Jugendlichen Auf Jeden Fall Auch Retten Ja Ja Es ist Ja Geschrieben Dass Keiner Sagen Kann Ich Hab Jesus Nicht Gewusst Es Ist Ja Aber Herr Jesus Kommt Auch Nicht Zurück Das Evangelium Gehört Hat Das Heißt Auch Menschen Im Busch Oder In Sahara Oder Egal Wo Jeder Wird Es Wissen Und Hören Und Dann Erst Wird Er Kommen Er Wird Nicht Kommen Bevor Nicht Jeder Weiß Vor All Dingen Wenn Man Die Sozusagen Die Zweite Wiederkunft Von Ihm Nicht Erlebt Hat Da Wird Man Ja Dann Auch Den Antichristen Sehen Der Glaube Ich Sogar Ja Auf Jeden Fall Es Ist Ja Schon Jerusalem Hat Schon Den Vertrag Unterschrieben Okay Also Christen Christen Werden Auf Jeden Fall Sehr Stark Verfolgt Ja Israel Hat Den Vertrag Unterschrieben Ja Manchmal Ist Deine Stimme Nicht Synchronisch Mit Dem Bild Aber Nach paar Sekunden Ist Wieder Okay Ja Okay Israel Hat Den Vertrag Unterschrieben Also Meinst Du Dass Der Antichrist Schon Lebt Er Lebt Schon Seit Anfang Der Erde Seit Wir Auf Der Erde Sind War Der Schon Hier Aber Der Kommt Doch Durch Die Als Menschengestalt Wird Doch Satan Die Verkrönung Meine Ich Dieses Der Ist Schon Da Aber Der Wird Sich Noch Zeigen So Wir wissen Nicht Wer Es Aber Der Ist Schon Da Doch Man Merkt Das Ja Okay Woran Eine Sekunde Eine Sekunde Jetzt Die Mit Dem Zopf Oben Du Hast Jetzt Die Ganze Zeit Reingeschrieben Nimm Mich An Nimm Was Was Möchtest Du Sagen Hallo Ich Bin Ein Junge Das Ist Nicht Mein Account Deswegen Und Ich Kann Gleich Reden Ich Muss Noch Ganz Schnell Was Machen Okay Was Musst Du Machen Ja Meine Familie Ist Hier Ich Muss Ganz Kurz Warten Bis Sie Wecken Damit Ich Reden Kann Okay Dann Komm Wieder Hoch Wenn Du Zeit Hast Oh Mann Okay Alles Also Ja Okay Alles Gut Okay Ja Dann Können wir uns Wollen Unterhalten Alles Gut Also Er hat Die ganze Zeit Im Chat Geschrieben Nimm Mich An Nimm An Nimm An Nimm An Jetzt Nimm Ich Das Wurde Ich Auch Ja Jetzt Kann Ich Vor Tagen Habe Ich Tatsächlich Gottes Stimme Gehört Und Er Hat Mich Gefragt Also Ich Habe Gehört Diese Frage Wie Oft Sollst Du Vergeben Und Dann War Ich Am Überlegen 7 7 Also 7 7 Mal 77 Mal So Ähnlich Und Auf Einmal Komm Jehovas Zeugen In Kopf Und Ich Denke So Ja Und Warum Schmeißen Die Dann Aus Der Aus Der Gemeinde Dann Raus Wenn Jemand Ein Fehler Gemacht Hat Das Kam Mir Einfach So Und Ich Gedacht Okay Nicht Schlimmes Eine Stunde Später Musste Ich Wirklich Zur Apotheke Und Was Abholen Und Dann Stehen Davor Der Apotheke Zeugen Jehovas Okay Aber Ich werde Das Ich werde Das Demnächst Sehr Sehr Schlau Machen Ich werde Das Über YouTube Aber Machen Und Dann Werde Ich Versuchen Mit Den Zeugen Jehovas Und Mit Den Mormonen Mal Ein Gespräch Zu Suchen Und Dann Werde Ich Das Genauso Wie Sam Machen Sie Alle Bekehren Genau Das Lettern Und Das Erzählen Und Jetzt Ist Mein Dach Der Bruder Flex Und Ich Erzähl Das Jetzt Und Dann Hab Ich Jetzt Dann Hab Ich Tatsächlich Bin Erstmal Da Vorbeigegangen An Denen Ich So Nein Gott Gott Hat Mir Gesagt Ich Muss Ein Bisschen Tiefgründiger In Die Materie Reingehen Ich Schrei Jetzt Noch Was Zu Sagen Hat Kann Sagen Weil Ich Langsam Muslime Hoch Und So Ein Zwei Leute Hier Oben Lassen Ich Hätte Ich Hätte Noch Eine Wichtige Frage Und Zwar Habe Ich 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 Glaube Johannes 6 Vers 49 Ich Weiß Nicht Mehr Genau Welches Das War Da Wird Gesagt Niemand Hat Den Gott Gesehen Nur Der Sohn Der Auch Gott Ist Und Im Schoß Von Dem Vater Ist Warum Finde Ich Das In Keiner Bibel Übersetzung Ich Habe Das Im Internet Gesehen Aber Weder In der Luther Bibel Steht Das So Dass Er Gott Ist Der Sohn Noch In Der Züricher Übersetzung Noch In der Geld Welche Übersetzung Ist Das Was Du Da Vorgelesen Hast Ich Ich Ganz Es Viele Bibeln Die Diese Stelle Angeblich Mit Dem Gott Als Sohn Direkt Erwähnt Haben Versteht Ihr Meine Schade Ja Das Hat Gott Also Ich Bin Sehr Verwundert Dass Niemand Gott Gesehen Hat Dass Jesus Gott Ist Dass Das Das Genau Und Das Habe Ich Gesehen Dass Es In Der Luther Bibel Von 2017 Angeblich Stehen Soll Dann Habe Ich Nach Geschaut Und Es Stand Nicht So Es So Angeblich In Der Und Der Bibel Stehen Ich Habe Nach Schaut Und Es Stand Nicht So Ich Verstehe Es Nicht Tatsächlich Ich Will Dir Keine Falsche Antwort Geben Ich Schau Nach Herein Schrei Mir Bitte Den Bibel Vers Und Ich Schau Mir Dann Mal Die Sache Mal Ganz Genau An Und Dann Kann Ich Dir Auch Später Vielleicht Eine Antwort Geben Okay Ich Hab Noch Letzte Frage Bitte Yes Ist Mal Da Gab Es Noch Was Da Hab Ich Eine Frage Das Hat Habe Ich Auch Im Fernsehen Dokus Guckt Stimmt Das Das Maria Die Kinder Hat Ist Das War Hörst Du Mich Ganz Schlecht Jetzt Ich Hab Eine Frage Bitte Stimmt Das Stimmt Das Das Maria Nach Frankreich Gegangen Ist Und Das Kinder Programm Hat Und Das Waren So Könige Von Frankreich Ist Das Lüge Das Ist Was Was Welche Maria Die Mutter Von Jesus Oder Was Nein Nein Seine Frau Entschuldigung Bitte Seine Frau Bitte Seine Frau Da Sollte Sie Mein Internet Ist Weg Warum Ist Mein Internet Weg Okay Entschuldigung Das Inglis Heck Meine Sorry Sorry Warum Ist Mein Internet Weg Ganz Kurz Der Eine Moment Bruder Herz Wenn Keine Anderen Fragen Mehr Da Sind Bitte Schreibt Mir Den Bibel Vers Ich werde Das Nachher Noch Mal Unter Die Lupe Nehmen Aber Soweit Ich Weiß Ist Der Sohn Das Ist Ein Titel Ja Das Darf Man Nicht Vergessen Jesus Ist Immer Noch Gott Das Darf Man Nicht Vergessen Und Da Anhand Des Alten Testaments Kann Ich Dir Das Beweisen Und Es Ist Wie Ein Puzzle Ja Und Anhand Der Bibel Verse Und Die Auslegung Kann Ich Dir Zeilen Dass Jesus Christus Gott Ist Daran Wird sich Ändern Aber Der Moment Wenn Keine Ja Farah Sie Davinci Code Oder Kurz Das Das Meint Er Davinci Code Vielleicht Das Ist Das Bibel Weißt Vielleicht Das Ist Er Weil Ja Weil Das Ist Auch Ist Sehr Viel Drinnen Ist Falsch Geschrieben Verstehst Was Ich Meine Ich Weiß Damit Habe Ich Jetzt Nicht So Befasst Aber Ja Okay Der Moment Ansonsten Ich Nimm Dich Kurz Runter Und Vielen Dank Herzlichen Dank Und Zeit Gesegnet Meine Brüder Und Schwestern Ebenfalls Gottes Segen Und Schöner Austern Wünsche Ich Dir Danke Euch Auch Dankeschön Gute Nacht Gute Nacht Gottes Segen So Melissa Möchtest Du Noch Was Sagen Ansonsten Wie Gesagt Ich Versuche Jetzt Gerade Ein Bisschen So Langsam Abzuarbeiten Weißt Ja Ja Verstehe Nie Alles Gut Gottes Segen Und Vielleicht Nur Eine Frage Wenn Gleich Ein Muslim Da Kommt Dass Du Die Mal Fragst Was Heiliger Ist Ob Die Moschee Heiliger Ist Oder Der Janet Was Sehen Die Als Heiliger Weil Wenn Der Janet Weil Wenn Der Ich Tatsächlich Andere Fragen Aber Das Würde Ich So Noch Mit Hinzufügen Ja Ja Weil Wenn Der Janet Heiliger Ist Warum Warum Dürfen Die Dann Vor Allah Geschlecht Hakeh Haben Und In Moschee Vom Menschen Nicht Also Haben Die Menschen Mehr Respekt Als Allah Ich Muss Mir Das Mal Ich Muss Mir Das Mal Ich Muss Mal Diese Frage Mal Stellen Darf Ich Nur Kurz Antworten Bruder Oder Möchtest Du Jetzt Nicht Soll Ich Sie Kurz Beantworten Du Kannst Reden Alles Gut Dankeschön Schwestern Schwestern Misa Das Du Weißt Genau Der Koran Ist So Menschlich Drin Das Was Ich Meine Ja Die Die Gucken Und Sehen Das Die Erde Ist Mehr Mächtig Weiß Und Deswegen Siehst Du An Wenn Du Zum Beispiel Koran Brennt Machen Lassen Oder Koran Was Du Zum Beispiel Oder Keine Charakter Also Wie Sagt Man Das So Gerissen Und So Was Dass Die Wird So Aggressiv Und So Wüten Und Obwohl Ist Nur Papier Stellst Du Ja Und Deswegen Du Müsst Das Das Sind So Ja Wir Sind So Das Kommt Von Den Scharia Her So Schwester Melissa Nein Nein Ich Weiß Schon Meine Frage Das Ist Eigentlich Gar Keine Frage Das Ist Ein Fakt Deswegen Alles Gut Ich Werde Diese Frage Stellen Beruhigt Euch Ja Ich Mach Das Ansonsten Leute Ja Ich Würde Den Patrick Altendorfer Gleich Hochholen Weil Der Bruder Ist Jetzt Auch Da Melissa Farah Habt Ihr Noch Was Zu Sagen Malik Habt Ihr Noch Was Zu Sagen Wenn Nicht Dann Hol Wurde Hier Bleiben Vielleicht Brauchst Du Mich Wegen Arabisch Ich Ich Hohle Ich Hohle Wenn Ich Etwas Auf Arabisch Übersetzen Möchte Wenn Das Okay Dann Machen Wir Okay Dann Falls Es Nicht Hoch Ich Liebt Mit Uns Bis Ewigkeit Und Ja Gottes Segen Ihr Lieben Und Wünsche Ich Euch Einen Wunders Wenn Ich Brauche Ich Hol Dich Auch Gleich Hoch Ich Schick Dir Eine Einladung Falls Ich Liebe Euch Alle Zusammen Danke Dir Liebe Schwester Wünsche Ich Dir Auch Einen Wunderschönen Für Orsen Und Von Alle Zusammen Geschwister Bruder Auch Und Ja Dann Wie Sagt Dann Halleluja Jesus Ist Aufgestanden Halleluja Den Herr Jesus Halleluja Halleluja Also Tschüss Amen Malik Hast Du Auch Noch Was Zu Sagen Nein Bruder Ein Schöner Ab Noch Dankeschön noch Gott Beschütze Euch Frau Ostern Und An Schöner Ab Noch So Okay Jetzt Ganz Kurz Jetzt Gucken Wir Mal Ist Der Liebe Patrick Altendorfer Da So Eine Anfrage Schicken Und Malik Ich Küss Dein Herz Und Ja Najid Mein Lieber Wie Geht Es Ja Guten Abend Komm Schön Dein Du Musst Es Noch Mal Erfrischen Ich Glaube Du Muss Vielleicht Noch Mal Neustarten Jetzt Ist Es Gut Glaube Ich Kann Man Mich Jetzt Hören Jetzt Hören Wir Ja Hallo Guten Wie geht's Alles Gut Was ist Mit deinem Internet Das ist Eine Katastrophe Bambus Bruder Bambus Netz Ja Es Komm Später Nochmal Auch Egal Wenn Das Nicht Geht Okay Dann Komm Später Nochmal Weil Man Hört Dich Ganz Schlecht Okay Super Patrick Wie Geht's Dir Gott Segnung Es Geht Mir Gut Bin Wieder Erkältet Oh Ich Bin Ständig Erkältet Flex Ich Weiß Auch Nicht Wieso Ich Muss Vitamine Zu Mir Neben Ja Ständig Lass Die Nase Mach Dir Keine Sorgen Lege Deine Ganze Last An Den Herrn Jesus Christus Und Es Wird Dir Gut Gehen Patrick Vertrauen Ja Amen Ja Ja Jawohl Amen Genau Elias Jetzt Alles Gut Okay Also Ich Hätte Einfach Bevor du Fragen stellst Bevor du Bevor du Fragen stellst Weil die Muslime lieben es immer Fragen zu stellen Ich habe jetzt entschieden Ich habe jetzt entschieden den Spieß mal umzudrehen Du bist Moslem gehe ich davon aus Ja Ja aber ich wollte noch sagen ich bin nicht so wissend ich wollte eher so eine Frage Ich will jetzt so eine frage über die kreuzigung mehr fragen und zwar ist jesus als mensch oder als gott gekreuzigt worden oder gestorben Ja wurde mensch er ist 100 prozent mensch 100 prozent gott ist das lahm gottes er ist das schlachtopfer Ja und er hat sich ja quasi er hat ja die ähm 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 die die sünden hat er ja auf sich genommen ja das heißt also er ist als mensch gestorben Okay und kleines beispiel und zwar sagen wir mal jetzt ich äh würde mich als polizist verkleinern oder was auch immer und wird auf die straße gehen Und dann würde mich jemand überfahren und ich würde sterben bin ich dann als polizist oder als mensch verstorben Verstehe ich jetzt nicht stelle die frage noch mal das war jetzt eine ganz komische frage noch mal also ich ziehe mich jetzt als polizist Aber da hat es irgendwas anderes sagen wir als als Feuerwehrmann und es ist jetzt egal ich finde polizisten gutes beispiel wenn ich mich jetzt als polizist verkleidet Rausgehe und ich dann beispielsweise auf irgendeine art sterbe sei es ein unfall Sei es was auch immer mit absicht ist jetzt auf jeden fall egal bin ich dann als polizist gestorben oder als mensch weil die mensch ist ja die innere der mensch der die trotzdem du kannst es trotzdem nicht mit den herrn jesus christus vergleichen weil er ist 100 prozent mensch und 100 prozent gott ja So diesen titel was du da gerade nennst ja ob du als polizist gestorben bist du da als mensch er ist trotzdem immer noch als mensch gestorben Ja okay aber ich möchte es nur diese eine frage antworten bin ich als mensch oder als polizist verstorben Nein er ist in seinem beruf gestorben Es ist mensch gestorben in seinem beruf einfach beantwortet bitte weiter Naja aber der polizist als den ich habe ich bin ja nicht polizist als beruf ich habe mich ja nur verkleidet Und ich bin ja und ich bin ja auf die straße gegangen bin verstorben als als Mensch der ein polizist als polizist verkleidet aber ich bin kein polizist ja aber dann bist du als gangster gestorben weil du darfst dich nicht als polizist verkleiden wenn du keiner was machen denn die leute an karneval Das ist noch nicht gesagt er ist ja ich mache mir leute an karneval auch die gehen ja auch raus und verkleiden sich also Elias hört mir mal zu mein lieber ja also es ist kein karneval wir reden jetzt auch nicht von polizisten und irgendwelchen Ja zu ich ja auch nicht Herr jesus war 100 prozent gott 100 prozent mensch wo er gekreuzigt wurde ist sein fleisch gestorben ja aber seine göttlichkeit nicht okay So ganz einfach wenn ein polizist stirbt dann schreiben die in der nachrichten vielleicht polizist erschossen oder polizist gestorben bei was weiß ich was aber letztendlich Weil du ja die gottheit ganz kurz sorry juli wenn ich dich unterbreche weil du ja über jesus christus diese fragen stellst du bist doch in deiner religion unwissend warum stellst du dann christliche fragen das verstehe ich jetzt gerade nicht Nein weil ich halt so mal davon gehört habe und also ich habe mal gehört wie wie ein moslem ein christen gefragt hat wo in der bibel steht dass jesus gott ist Dann meinte er auf jeden fall zum beispiel auch dass jesus mal behaupte vor abraham war ich Dann meinte auch zum beispiel der moslem dass Der satan den gibt es ja auch länger als abraham das ist ja keine Frage ist eigentlich dieser moslem Oder derjenige der diese fragen gestellt hat hat er selber überhaupt die bibel mal in die hand genommen und gesagt Ja klar das war ein lese das war ein wissener also ich würde dir meinen fehlen auf jeden fall gegen den markt zu debattieren Das würde wahrscheinlich auch interessant sein er ist wissend auf jeden fall also dass Außer frage also er kann er kann mir erklären wer allah ist dann oder wie natürlich Natürlich da bin ich mal ganz gespannt ob er bezüglich allah beweisen kann dass allah nicht 1400 jahre alt ist Auf jeden fall das wird die aller schlimmste debatte sein überhaupt aber okay er kann gerne zu mir hochkommen Aber hier wollte ich noch sagen dass wie gesagt er meinte halt dann dass den satan gibt es ja auch länger als abraham abraham ist ja auch keine frage Und das ist halt keine berechtigung dafür dass jesus an gott ist dann der satan dann könnte man den satan ja auch als gott bezeichnen Auch da ist keine es ist keine berechtigung dafür dass es jesus länger als abraham gibt dass er gott ist Was sagst du dazu wieso satan wurde er von gott erschaffen und jesus nicht erschaffen jesus ist ewig Darum sagt er ich bin ja bin ich erst nicht war ich vor abraham wer war ich sondern er sagt ich bin Nein er sagte er sagt in der bibel sagt er vor abraham war ich Nein doch bin ich ganz kurz an doa du zitierst aus der stelle 17 3 geh mal zwei verse zurück und lies es bis 5 und da hast du dann deine antwort Weil wenn du dieses argument bringst in einer debatte wirst du auf jeden fall zerlegt die bibel hat einen gescheiten kontext Ja du kannst nicht irgendwelche verse nehmen und um dich herum schmeißen bei der nächsten vers wird dich wieder legen und wenn es nicht der nächste ist Dann ist es zwei verse weiter und damit kann man dich locker wieder legen deswegen die bibel ist wirklich einfach erklärt Natürlich es gibt sachen die sind nicht so einfach aber wie gesagt man muss nur lesen und das problem löst sich von ganz Aber meintest du nicht also ich weiß es nicht ob das am anfang des teams war ich bin schon etwas länger hier drin und du meintest halt auch das wir ist jetzt von mir Weil ich auch muslim bin du meintest dass wir oft das gleiche machen was du gerade getan hast dass wir wenn man über ein vers der dass man die verse davor mit einbezieht oder die verse danach Du meinst dass wir dann das gleiche tun und dann lügen würden hast du nicht im prinzip gerade einfach das gleiche getan Ganz einfach ich erkläre dir das guck mal Ich befasse mich ich befasse mich zurzeit extrem mit 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 der schrift Okay wenn ich den koran nehme ja du musst mir gut zuhören und du wirst diesen fehler selber entdecken wenn du dein koran lesen tust Also wenn du dein koran lesen tust der erste vers hat vielleicht was mit dem zweiten zu tun der zweite hat aber nichts mehr mit dem dritten zu tun Der dritte hat nichts mehr mit dem vierten zu tun dann hat aber der fünfte komischerweise was mit dem sechsten zu tun Mit den siebten und dann hat der siebte aber nichts mehr mit dem achten und mit dem neunten zu tun Das ist ein durcheinander das ist ein salat eigentlich und deswegen ist es auch nicht mehr das wort gottes Deswegen ist es für mich einfach nur ein buch von verfasst worden von einem falschen profil Also ganz einfach erklärt Bitte nicht böse nehmen Elias ja aber ein buch wo sich verse abrogieren ist nicht mehr das wort gottes Weil das wort gottes darf ich kurz was du da reinfragen sagen Ja Und zwar das muss falsch sein dass es so entstanden Allah hat ja also das der koran ist ja das wort Allahs richtig Also hast du ja auch gerade gesagt Und diese Wörter hat der Engel Gabriel den Propheten runtergebracht Nur er konnte weder lesen noch schreiben ich glaube das nennt man an alphabet ich bin mir nicht so genau sicher Aber man das so nennt wenn man weder lesen noch schreibt Rede bitte nicht über die Revelation Weil wenn du über Revelation redest dann müssen wir Sahih al-Bukhari 3 zitieren Und weißt du was in der Höhle eigentlich mit Mohammed passiert ist? Nicht ganz also wie gesagt ich bin nicht so wissend also Möchtest du die Geschichte erzählen? Okay also Leute alle zuhören jetzt erzählen wir Sahih al-Bukhari 3 Das sind Elias bitte beleidige mich nicht ja Bei allem Respekt ich zitiere nur aus deiner Quelle Ich bin niemand der einen beleidigt ich bin hier sehr respektvoll mit dir bisher umgegangen Und ich lass dich auch ausreden Alles klar Ich werde dir die Geschichte jetzt erzählen von Sahih al-Bukhari 3 Ich werde dir die Geschichte erzählen Auf jeden Fall nimm schon mal Popcorn oder nimm Chips Dip und hör mir ganz gut zu du musst mir nur zuhören Und dann wirst du verstehen dass dem Propheten den du folgst Den du ja für toll empfindest dass er ein falscher Fufi ist Ich werde es dir auch gleich erklären Also hör zu Ich bin Mohammed Ich gehe im Berg ja ich möchte beten gehen in dieser Höhle Ich bin ganz entspannt ich gehe hoch ja Ich möchte den Herrn preisen ich möchte den Herrn rufen Ich möchte beten so du gehst in dieser Höhle rein Ja ich zitiere aus den Hadithen Sahih al-Bukhari 3 Okay du gehst in dieser Höhle rein Ja willst beten willst mit Gott sprechen auf einmal Pam kommt ein Engel Und Mohammed weiß aber nicht wer das ist Weder noch hat sich dieser Engel vorgestellt Weder noch hat der Engel gesagt hallo I am Jibril Nein er hat sich nicht vorgestellt sondern Pam der packt ihn direkt hier Er drückt ihn bis zur Erschöpfung Steht sogar drinnen Bis zur Erschöpfung drückt er ihn Der hat Mohammed dieses Wesen oder dieses Geschöpf was da war Er hat Mohammed auseinandergenommen da drin in der Höhle Er hat ihn Boah alter Der hat ihn bis zur Erschöpfung Der hat ihn auseinandergenommen da drin Mohammed rennt aus dieser Höhle weg Mohammed weiß aber immer noch nicht Ja wer das ist Mohammed kennt nicht mal den Namen dieser Engel der gekommen ist Hat sich nicht mal vorgestellt Ja wer er ist Er rennt weg er geht zu seiner Frau Mit voller Angst er zittert Ja mit voller Angst Die Frau sagt aber hey du bist ein Prophet Dann Waraka wieder rundherum sagt Hey nee halt das wird ja noch schlimmer Dann sagt Dann geht Mohammed in einen Berg und will sich umbringen lassen Der wollte Selbstmord begehen Ja weil die Situation für ihn so schlimm war Dass er schon Selbstmord begehen wollte Waraka wieder rundherum sagt Hey nein 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 Das war Engel Jibril Woher soll Waraka Der nicht mal in der in der Höhle drin war Ja wissen Dass es Engel Jibril ist Woher weiß das der Waraka Waraka war doch nicht mal in der Höhle drin Der einzige der in der Höhle drin war War Mohammed und dieses Wesen Was da gekommen ist Jetzt zitiere ich mal aus der einer Bibelstelle Galater 1 Vers 8 Wenn ein anderer Engel kommt Und ein anderes Evangelium verkündet So sei er veröffentlicht Denn Jesus Christus hat schon sein Evangelium gepredigt Wir haben die Wahrheit Und nicht irgendein Engel kommt Und gibt dir ein Evangelium It's wrong Waraka sagt Hey hör mal zu Dieses Wesen Oder dieser Engel Den du begegnet bist Hey hör mal zu Das ist Engel Jibril Woher weiß Waraka Der nicht mal in der Höhle war Dass es Engel Jibril ist Dass dieser Engel Nicht mal Mohammed wusste Wer das ist Und heute auf morgen Sagen alle Muslime Mohammedan Rasulallah Woher wisst ihr Dass dieser Mohammed Ein Prophet ist Nicht mal Mohammed Selber wusste Den Namen von Jibril Und heute Überall Mohammedan Rasulallah Woher Woher Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari Ist ein Schlag Für den gesamten Islam Ich frage mich eigentlich Warum sie diesen Hadith Veröffentlichen Das ist sogar noch Sahih Es ist sogar noch Eine authentische Quelle Dann lies mir den noch Auf Arabisch vor Wenn es den gibt Bruder Wenn wir das Auf Arabisch Jetzt lesen Das ist Sehr schlimm Okay Warte Wir lesen das Auf Arabisch Ahmad Ist Ahmad da Ist Farah da Ist irgendeiner da Der das Auf Arabisch Lesen kann Weil das wird jetzt Sehr sehr interessant Und dann wirst du verstehen Dass ich dir die Wahrheit sage Ich erzähle dir ja Keinen Scheiß Ganz kurz Wir machen das auf Arabisch Ist Farah da Ist irgendjemand da Der Arabisch kann Das ist gar kein Problem Wir machen das jetzt So Ganz kurz Ist jemand da Der Arabisch kann Irgendjemand Ich küsse doch eure Herzen Ich kann Arabisch Aber nicht lesen Von unseren Geschwister Vielleicht Ja alles gut Wir müssen Wir müssen eine Schwester Hochholen Die Arabisch kann Also muss Irgendjemand Eine Anfrage schicken Von unseren Geschwistern Ich kann lesen Also Komm hoch Schwester Komm hoch Komm hoch Ich kann lesen Ja also Komm hoch Jesus ist mein King Komm hoch Schwester Schäm dich nicht Also wenn du lesen Kannst Komm hoch Wo ist Farah Weil ich möchte Keine Lügner Hochholen Weil die werden Sowieso Das verdrehen Ich möchte Wahrhaftige Menschen hochholen Die die Wahrheit Sprechen Und das dann Auch richtig Zitieren Was auch Da drinnen steht Und keine Lügner Lügner will ich Sowieso hier oben Also ich kenne Also ich kenne Das von meiner So dass der Engel Die bringen sich schon Immer vorstellt Und das auch immer Tut Also diese Geschichte Ist so gelungen Wie du gerade Erzählen hast Und da kannst du Da kannst du Wie nennt man noch mal Wissende Gib mir eine Sekunde Du musst uns fragen Diese Geschichte Ist komplett falsch Und komplett genommen Weil wo Soll ich die Glauben Ich glaube dass dein Problem ist Ich glaube dass dein Problem ist Dass du zu viel Wissende fragst Anstatt selber mal Die Tora zu lesen Soll ich also Unwissende fragen Dann Evangelium lesen Und dann dein Buch Dann hast du Dann wirst du alles verstehen Aber wenn du immer Andere Leute fragen musst Guck mal du kannst Mit anderen Leuten Darüber reden Du kannst fragen Aber das Wichtigste ist Dass du selber Dem allen nachgehst Selber das Buch Aufschlägst Und selber Deine Untersuchung Machst Weißt du ich meine Selber untersuchen Du kannst nicht vertrauen Auf irgendeinen Gelehrten Weil jeder kann dir Was vom Horst erzählen Aber wenn er mir Das soll schon Ich kann lesen Soll mich hoch Nein Ich hole keine Lügner hoch Ich hole nur Glaubensgeschwister und Brüder hoch Die Arabisch können Und diesen Vers auch Ehrlich erzählen Weil ein Der Arabisch spricht Wenn ich den jetzt hochhole Der fängt an Nur noch zu lügen Weil er versucht Das mit Lügen zu verteidigen Er wird nicht lügen Hol ihn doch hoch Hol ihn doch hoch Nein Ich hole ihn doch sicher Bis dann Hol ihn doch hoch Elias Elias Hallo Wenn er ein richtiger Moslem ist Okay Okay Moment kurz Wenn er doch ein richtiger Moslem ist Darf ich kurz Ich hab dich jetzt so lange ausgelegt Ich möchte nur eine Sache sagen Alles gut Alles gut Ich sehe Ich weiß doch Aber darf ich eine Sache sagen Beruhig dich Wenn er doch ein Moslem ist Wir haben ja auch die 10 Gebote Und einer davon ist Er lügt nicht Dann hol ihn doch hoch Er wird nicht lügen Er darf auch nicht lügen Doch er darf lügen Nein Er darf auch nicht lügen Er darf auch lügen Verflug dich Das sind die 10 Gebote Genauso wie Ihr die Achten wir die auch Und er darf nicht lügen Und dann soll er ihn doch Lügen Alles gute Lieder Der Flex Holt hoch Wen er hochholen möchte Und jetzt einfach mal Ich kann dann auch Ich kann dann auch jemanden hochlegen Und ihn lügen lassen Nein Nein, das ist genau das gleiche Prinzip. Elias, hörst du mir zu? Ich höre immer zu. Ich bin ganz auch. Okay, du musst nur ganz entspannt sein und alles gut, okay? Falls jemand da ist, ein Bruder oder eine Schwester, könnt ihr bitte, 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 bitte eine Anfrage schicken. Und das ist ganz wichtig, dann können wir das hier kurz machen. So, Lori, wer ist Lori? Lori, wer ist Lori? Lori, Lori, Lori. Okay, dann nehmen wir mal die Lori an, ganz kurz. Wir brauchen eine Schwester, einen Bruder, die oder der Arabisch kann, weil ich möchte keine Lügner hochholen, weil die werden sowieso nur lügen und das möchte ich nicht. Aber ich will reden. Ich kann kein Arabisch, aber ich will. Ja, das ist das Thema. Es ist nicht letztendlich, Elias, hab mal ein bisschen Respekt. Guck mal, der Flash nimmt jetzt seine Energie und seine Zeit für dich, um deine Fragen zu beantworten, okay? Elias, guck mal, zu mir nur ein Gefallen, Elias, wenn einer redet, bitte nicht reinreden, weil das ist eine Katastrophe. Wo habe ich jetzt reingeredet, erklär mir das mal? Du hast gesagt lächerlich, du hast gesagt lächerlich, und das ist einfach respektlos, weil der Flash nimmt sich gerade die Zeit für dich. Da kann auch sagen, so, ey, mach mal deine Studie, geh mal gucken, was da steht, find es selber raus. Weißt du, aber er nimmt sich jetzt die Zeit für dich, und respektier das einfach mal, dass er das gerade für dich macht. Aber dann, also, ich hab, wo, wo, wo war ich jetzt respektlos? Das will ich jetzt wissen, weil ich hab in die Städte rausgehen lassen. Du hast es lächerlich gesagt, es ist nicht lächerlich, was du machst. Aber du, sie, ich, ich sieht es jetzt, manche, ich weiß es nicht, weil sie fallen mir doch gerade wieder ins Wort. Ich hab, ich will jetzt was sagen, aber sie fallen mir ständig ins Wort. Ja, weil du dich nicht so einen Einfluss haben möchtest, ja, lass ihn doch hoch, nein, der Flex lässt jetzt hoch, wenn er hoch lassen möchte. Du hast da jetzt keinen Einfluss drauf. Ja, wenn er doch, wenn, dann hol, wenn, wenn er lügt, dann ist er kein Muslim, in meiner Meinung nach, weil ein Muslim, der lügt, ist kein Muslim, da er dann nicht die 10 Gebote verfolgt. Ja, okay, aber darauf musst du nicht immer vertragen. Okay, alles gut. Alles gut. Okay. Von welchen 10 Geboten redet du? Wir holen jemand hoch und dann ist okay. Alles gut. Elias, von welchen 10 Geboten redest du? Die, die wir haben. Also Elias, du musst, du, hörst du mich gut, Elias? Klar, klar und deutlich, Bruder. Elias, hörst du mir, hörst du mir zu, bist du da? Okay, du hörst mich klar und deutlich? Ja. Ja. Hörst du mich? Ja. Okay, sehr gut. Also ich brauche einen Bruder oder eine Schwester, die Arabisch kann, im christlichen Bereich. Also wenn jemand hochkommen möchte, sehr, sehr gerne. Ich würde mich mega freuen. So, dann nehmen wir mal die Lori. Gucken wir mal. Nein, keiner mal. Ich habe eine Frage, können wir zwei holen? Ich habe das gerade in den Kommentaren gelesen. Nein, 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 zwei. Zwei ist ein Salat. Einer reicht. Hallo. Ja, Lori, hallo. Wie heißt du? Bist du Christ oder Moslem? Moslem. Du bist Moslem? Ja. Lass mich mal bitte drüber. Warum hast du einen christlichen, äh, äh, äh? Ja, es ist nicht mein Account. Ich kann mit meinem Main nicht, also ich habe in meinem Main nicht genug Follower. Alles klar. Okay, wir brauchen keine Lügner. Wir holen jemanden anders hoch. Weil ich weiß schon, wie das endet. Und da habe ich keinen Bock. Ey, jetzt gelogen. Na, 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 na. Ich brauche keine Lügner. Vertraue mir, Elias, ich sage dir ganz ehrlich, ich meine das ernst. Ähm, also wenn jemand ein christliches Profil, äh, hat und hochkommt und sagt, ich bin Moslem, äh, da fangen schon die Lügen an und darauf habe ich keinen Bock. Ne, da fangen schon die Lügen an. Ich brauche keine Lügner. Ja. Aber wo war das? Ihr christliches Profil? Er heißt doch Lori. Was hat das mit dem Christentum zu tun? Erklär mir das. Er hat das. Alles gut. Alles gut. Ähm, dann holen wir mal jemanden anders hoch. Vielleicht kann er das machen. Ich weiß jetzt nicht. Hallo zusammen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, mein Lieber. Wie geht's dir? Gut. Flex, erinnerst du dich an mich? Ah, schwierig. Schwierig. Du musst dich erinnern. Das war ungelogen, ich glaube, vor drei Monaten gewesen. Da bin ich bei der einmal reinkommen. Ich hieß da auch Drache erweckt. Flex, ich bin zu dir gekommen. Ich habe eine Bitte gehabt. Ich habe gesagt, ich glaube an einem Gott, aber ich weiß nicht, an welchen Gott ich glauben soll. Dann habe ich dir erzählt, dass ich den Koran hier liegen habe, aber noch nicht angefasst habe. Dann hast du mir gesagt, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, lies diesen Koran und wir hören uns in drei Monaten nochmal. Okay, das ist jetzt nicht das Thema, aber was möchtest du denn sagen? Aber ich wollte unbedingt jetzt nach drei Monaten endlich mit dir reden und ja, mein Ergebnis sagen. Es sind noch keine drei Monate vergangen. Das war, wenn dann, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, wo wir dann... Niemals, das war original, mindestens jetzt ist es bald drei Monate her. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das ist aber so. Okay, dann erzähl mal, was hast du denn bisher jetzt verstanden? Bist du jetzt immer noch ein gläubiger Moslem? Ja, oder? Ich war noch nicht mal Moslem. Ich habe ja dir gesagt, ich glaube an einen Gott, aber du hast gesagt, ja, ich glaube an den richtigen Gott. Ich will es nur kurz fassen. Was hast du jetzt mitgenommen, was du da geredet hast? Ich habe mir so viel mitgenommen und ich habe den Entschluss getroffen, an was glauben die Menschen in einem Koran? Ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich habe mir so viel öfters nochmal durchgelesen, versucht mir... Okay, das war vor ein paar Tagen, das ist ein dreckiger Lügner. Das waren nicht mal drei Monate und deswegen habe ich ihn rausgeschmissen. Schon alleine, dass er schon so dreckig lügt, habe ich ihn rausgeschmissen. Das ist nicht mal so lange her, das müsste vor ein paar Tagen sein, als ich mit ihm gesprochen habe darüber. Ist ein dreckiger Lügner einfach, ja, das ist nicht mal böse gemeint. Besser, dass er raus ist. So, das war tatsächlich sogar vor kurzem, als ich mit ihm das Gespräch hatte. Das sind nicht mal drei Monate. Also ein dreckiger Lügner einfach, ja, und ich mag keine Lügner, wie gesagt. Ja, stolze Angolaner, soll ich jetzt Lügner hier drinnen lassen? Wenn einer dreckig lügt, schmeiße ich ihn raus. Das war vor ein paar Tagen, er sagt, hey, hallo, ha ha ha, das war vor drei Monaten, aber weißt du was? Ich habe mit dir vor ein paar Tagen gesprochen, ha 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 ha, ich möchte mit dir darüber reden, ha 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 ha. Nein, keine dreckigen Lügner, ganz einfach. Ich mag keine Lügner, ja, ganz einfach. Okay, wie es aussieht, gibt es keinen, der übersetzen kann. Nein, das ist ganz schlecht. Was machen wir denn jetzt? Ja, Farrah, Farrah, Farrah. Ich würde gerne den Ahmad hochholen, aber ich weiß jetzt nicht, ob er da ist. Ich weiß es nicht. Ist schwierig gerade. Falls Ahmad da ist, würde ich ihn hochholen. Weil das der Elias das auf Arabisch, aber okay, nicht so schlimm. Solange keiner kann, dann lassen wir das. Gibt es niemanden, der übersetzen kann? Ich kann das auf dem Chat beantworten. Was möchtest du auf dem Chat denn beantworten? Da hat jemand gefragt, warum ich kein Arabisch spreche. Also im Libanon spricht man nicht das Arabisch, was im Koran verfasst wurde. Ich spreche halt nicht dieselbe Sprache, wie jetzt im Koran. Wollte ich nur beantworten. Alles gut. So, ich frage jetzt noch ein einziges Mal. Ansonsten, Elias, wir machen das einfach das nächste Mal. Ist nicht so schlimm. Haben wir einen Arabisch sprechenden Christen oder Christin oder eine Frau? Haben wir jemanden da? Meine lieben Geschwister in Christus. Wer ist denn alles da? Weil ich möchte keine Lügner hochholen. Kannst du die Schwester von vorhin nicht eine Einladung schicken? Ja, das habe ich vor. Aber ja, ich kann irgendwie komischerweise... Wer kann Farah einladen, Leute? Ich brauche ehrliche Übersetzer, keine Lügner. Weil die Leute, die da eine Anfrage stellen, alle, die werden lügen und ich weiß das. Ich kenne diese Leute schon. So, müssen wir mal gucken hier. Mä, 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 mä. So, jetzt gucken wir einfach mal. Eine Arabisch sprechende Christin oder ein Christ. Falls Elia hochkommt, den können wir Elia übersetzen lassen und dann passt das. Also warten wir vielleicht noch eine Minute oder so. So lange können wir über den Herrn Jesus Christus sprechen. Patrick, mein Lieber, wenn du möchtest, kannst du noch mal ein bisschen über den Herrn Jesus Christus, noch mal das Evangelium sprechen und wir hören dir alle zu. So lange lade ich jemanden ein. Ja, gepriesen sei Gott, der Herr. Heute ist der Auferstehungstag unseres Herrn Jesus Christus. Er ist auferstanden im Leib. Er hat den Tod, den Sklaventreiber, den Teufel besiegt. Alle, die an ihn glauben, sind erlöst. Und wir müssen nicht vergessen, und das ist sehr wichtig, das ist jetzt schon über 2000 Jahre her. Und wenn wir alle zur Zeit Jesus gelebt hätten und eine Wette gemacht hätten, welches Reich überleben würde, dann hätten wir wahrscheinlich auf das römische Reich gesetzt und nicht auf das Reich Gottes. Und schaut, welches Reich hat gesiegt, das Reich Gottes. Und heute, vor über 2000 Jahren, ist der Herr Jesus Christus ans Kreuz gegangen, respektive am Freitag und heute auferstanden. Und das Licht ist in die Welt gekommen. Und jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben, Sündenvergebung und das ist wunderschön. Und wenn wir hier einen Stream machen mit Flex, dann möchten wir nicht die Muslime beleidigen, sondern wir möchten ihnen ihre eigenen Schriften zeigen, so wie es Flex jetzt auch möchte. Und wir holen nicht irgendeinen Muslim herauf, der irgendwie lügt. Ja, ich möchte niemanden beschuldigen, aber sie lügen TikTok-sportlich alle. Ja, sie müssten lügen, weil sonst wird der Islam enttarnt. Und darum müssen wir warten, bis wirklich ein Christ heraufkommt, der wirklich Arabisch übersetzen kann, sprechen kann, weil der Islam ist einfach so TikTok-sportlich eine Lüge. Und wir müssen, wie Flex auch immer sagt, wir müssen nichts beweisen. Wir waren vorher da und wir hätten schon lange jetzt mit Elia andere Spiele spielen können, sag ich mal, wir hätten eine andere Frage schon stellen können, da wäre es schon lange vorbei gewesen. Und die Geduld, die wir hier haben als Christ, als liebende Christen, ist, dass wir jetzt Elias zeigen möchten, was ganz genau in seinem Buch steht. Amen. 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 Ahmad, mein lieber Bruder, wie geht es dir? Gottes Segen, Bruder. Gott sei Dank, Bruder. Gottes Segen. Sag mal, lebst du noch? Ja, Bruder. Jetzt ist. Bruder, und zwar der Elias möchte auf Arabisch Sahih al-Bukhari 3, dass du das mal vorliest und das dann mal auf die deutsche Sprache mal für uns übersetzen tust. Hast du einen Computer, irgendwas da? Bruder, ich habe gar nichts da, aber wenn du es aufschlagen kannst, wäre gut. Alles klar, dann schlage ich es auf, ist kein Problem. Erstmal an Elias, bist du da? Elias. Ja, ich bin da. Entehr, Arabisch. Zieh dich ganz warm an, zieh dich ganz warm an, Elias, weil jetzt brauchst du sehr viel Aspirin. Und dann bin ich gespannt, ob du an so einen Propheten überhaupt glaubst. Ich bin echt gespannt. Also, wenn ich sowas lesen würde als Sunnite, ich wäre schon längst Atheist. Deswegen zieh dich schon mal ganz, ganz warm an und ganz viel Aspirin und mal gucken, was du dazu sagst. Weil du gehst heute auf jeden Fall mit ganz viel Kopfschmerzen schlafen. Elias, kannst du auf Arabisch lesen? Kannst du das? Leider nicht, Bruder. Okay. 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 Also, ich drehe jetzt gleich meine Kamera. Ich bin gleich. Alles gut, Bruder. Alles gut. Elias, Elias, jetzt musst du unbedingt dein Herz öffnen. Jetzt öffne dein Herz. Glaub mir, es geht um die Ewigkeit. Es geht um Sündenvergebung. Öffne jetzt dein Herz. Wir lügen dich nicht an. Das kannst du sicher sein. Wir lügen dich nicht an. Jetzt musst du wirklich Elias, wirklich dein Herz öffnen. Mach es auf und hör zu. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen, dass es der Herr Jesus Christus ist. Amen. Amen. So, jetzt drehen wir mal die Kamera. Heute ist es echt ein Wunder, dass ich keine Debatte hier mache mit den Leuten, sondern einfach ganz normal aufkläre. Aber ich glaube, das ist auch gut so. So, jetzt drehen wir mal die Kamera gleich. Dann lesen wir mal Revelation. Hm. Ha, 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 ha. Jetzt wird es interessant. Oh, oh. Oh, oh. Revelation. So, jetzt nehmen wir mal die Kamera und dann machen wir jetzt Shashlik-Style. Also. Oh, shit. Das ist ja viel. Ja, ja. Sahih al-Bukhari 3. Sunnitische Quelle. Bevor wir überhaupt hier weiterlesen, ich will nur damit sagen, es ist eine authentische Quelle. Das ist ein Sahih. Okay. References. Ich kenne den Hadith. Ja. Ich habe diesen Hadith auch gelesen. Das ist mit den Ikra, Ikra von Jibril. Ikra, Ikra. Also du musst dir vorstellen, ja, in dieser Höhle. Ja, ich mache das jetzt einfach mal vor. Ikra, 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 Ikra. Der drückt ihn. Guck mal, Elias, Elias. Also, wir gehen jetzt mal. Ich weiß, dass die meisten im Hintergrund sich kaputt lachen. Ich weiß das. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ihr am Lachen seid. Ich kenne euch schon. Ich kenne euch schon. Also, meine lieben Geschwister und Brüder, Ahmad, bitte liest es auf Arabisch und dann übersetzen wir das bitte für Elias. Guck mal, guck mal, äh, erst mal diese drei, vier, fünf Sätze und alles nur Überlieferungen. Vor allem, wenn es überliefert wurde. Äh, Elias? Ja? Hast du diesen Hadith schon mal gelesen? Ja? 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 Okay. 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 Would you like to see with us, Ein Beispiel, nach unten. Okay. Vielleicht, als Sabih, zum Jab, Alaya, Al-Burais, Al-Khala. Nein, nein, nach links. Okay. So. So, ja, nach links, Bruder, weil ich sehe nicht alles. Und nach links, okay. Ja. Bruder, das ist viel. Ich komme, gehe mal nach ganz unten, das ist sehr viel. Elias. Er kann nicht lesen, Jungs, ich sage es euch doch. Wallah, wallah, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht in dem berg in der höhle ja da kommt ein engel und nicht wirken aber doch mal zu doch mal zu kannst ja ich glaube ich bin ich du kannst jetzt gerade lügen ich ich verstehe habe ich ließ mal okay elias elias ganz kurz oder bei aller liebe kummer bei aller liebe du musst jetzt nur gut ich habe zu machen erstens wir sind nicht hier wir sind nicht wir sind nicht hier um die irgendwelche lügen zu erzählen er drückt ihn bis zur erschöpfung auf arabisch wird es sogar noch viel viel schlimmer aber erst mal an ahmad er wird und dann auf arabisch steht was drinnen ahmad oder kummer 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 im englischen das arabisch ist nicht auf deutschland und dem flex schon hallo hallo auf deutsch und auf englisch steht da wirken ja aber es gibt ein wort in da drin dass damit ist nicht wirken gemeint damit ist gemeint sagen wir mal ich kommt flex ich komme zu dir und ich packe dich so an deinen klamotten geschießt manchmal ich packe dich so richtig dass es bei dir weh tut ja und das ist dann so ungefähr aber ich will doch das arabisch an ihr versteht es nicht ich ich habe doch die ganze story von von dem flex so nett erwartet der liebe flex so ich bin dankbar dafür dass ich zeit genommen hat mir die story erzählt hat sie mir auf deutsch gesagt hat mir alles erklärt ich habe alles verstanden ich habe zugehört aber ich möchte es jetzt auf arabisch an ich möchte wissen ich möchte nichts mehr auf deutsch möchte nur arabisch also ich habe vorhin beim vorlesen auch kein einziges wort verstanden ich möchte bitte jemand der wirklich arabisch lesen kann ich wirklich ich verstehe ein bisschen was du sagst aber ja perfekt ist es jetzt nicht so sehr es mir leid tut ich oder versuche es noch mal ich möchte es auf arabisch so weil sonst macht das alles keinen sinn aber was wenn der fest stimmt genauso wie flex es übersetzt hat was was ist dann nicht stimmt aber nicht er hat er konnte sich vorlesen was ist denn voll im englischen moment mal englisch die die übersetzung die übersetzung auf arabisch von englisch ist immer komplett anders das kannst du nicht mit vergleichen die die bedeutung ist komplett anders als die im englischen der koran auf deutsch auf arabisch ist viel anders als der auf englisch auf deutsch das kannst du nicht übersetzen ist eins zu eins gleich wird frag mal deine geräten diese gesagt aber diesen klammern haben zu diesen klammern ergibt sich im arabischen wenn du siehst notizen da wir wissen sona.com hat manchmal muss aber ich kenne diese warum willst du mir den nicht auf arabisch vorlesen mach es doch ein wer hat es doch probiert aber wir machen das einfach flex fix wollte nicht jemanden rein und der arabisch lesen kann sehr ehrlich konnte er gar nicht selber habe ich komme ich finde dass wir ja alles ist alles weil es nicht meine arabische sprache ist aber ahmet hat es versucht und auch die leute in den kommentaren du hast du hast du sagst es selber versucht hört ihr mich hört ihr mich hört ihr mich ja wenn du weg ist vom handy etwas weniger aber wenn du so am handy bleibst ja so dann haben wir jetzt ja ich glaube deutsch immer noch okay fairer fairer jemand muss fairer einladen bei fairer kann das gut lesen also wenn fairer da ist dann holt mal vielleicht jemand fairer ein ahmad ich will dich gleich wieder hoch okay ich lass mal fairer kurz hoch okay ahmad können wir es bitte wirklich es liegt mir so sehr im herzen ich vertraue hol doch mal ein moslem buch ist egal was ist moslem chris holt einfach hoch der nächste der sagt er kann arabisch holen bitte ich verstehe das arabisch und ich schwöre ich werde nicht lügen ich verstehe doch was er sagt okay okay alles gut meine verbindung spakt gerade nur ein bisschen bitte eine sekunde alles gut ja lieber flex mein akku ist unten ich muss leider schuld ich will rock christian hoch rob christian macht das jetzt rob christian ist da flex gottes segen bis später bis später mein artes runden ciao gottes segen macht's gut tschüss macht's gut tschau 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 gottes ich bin gut brother what about you i'm doing very good i can't even complain beautiful i'm happy for you brother i'm happy that the muslims are now hearing yeah that the lord is risen jesus christ is risen christian muhammad is dead muhammad is dead in his grave oh yes absolutely 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 my brother rob christian we say in the arabic we say in the arabic al-masih qam yeah and the response is hat kankam jesus is risen indeed he is risen christos anasti right rob rob i need to ask you a question are you there yeah i'm here brother god bless can can you hear me good yes yes okay um yesterday and a couple of days ago we had our brother ahmad ex muslim do you know who i'm talking about oh he's he's a dear brother yes of course he's amazing that brother is amazing i'm telling you he is a machine brother he's a machine machine gun yeah machine um by the way rob christian um this guy elias um he is a a muslim and he doesn't believe me about the sahih al-bukhari three he said he doesn't believe in it and he said he wants it um that we read it in arabic because in english he doesn't believe the english version and i said there's no problem so rob i'm gonna make you big if it's possible to open sahih al-bukhari three then read it in arabic and explain it to him yeah but he can't read it for himself you know if he knows arabic he can't read arabic he can't read arabic i can always speak the language bro uh but what is the question about the bukhari hadith what is what is the question hey al-bukhari three he said he wants someone to read it in arabic because he doesn't believe that the message behind it was that uh the jibreel was choking muhammad and he said he doesn't believe in it in the english version so rob i want i want you to prove him um i want you to prove him that um what i'm saying is the truth and that's why if it's possible to show him in the sahih al-bukhari three and maybe read it in english and open your camera if it's possible for him and yeah sure okay um let's see if we can find it here yes sahih al-bukhari three all right yeah well it's not only in sahih al-bukhari number three it's a multiple it's so mutawater which means it's so you know when you have what mutawater hadith and maybe eliaz knows this i hope he knows this mutawater hadith is it's it means it's so authentic that it we have so many reports that it's authentic right not one not two but many authentic reports which makes it mutawater and mutawater is the highest form of sahih okay oh yeah oh yeah absolutely absolutely so um if i go to the arabic let's see should i should i invite ahmad also sure okay i can invite him as long as you're searching uh i'm gonna search for uh ahmad if ahmad is here so we're gonna bring the duo here where is ahmad ex-muslim where is ahmad where is my bro bro of course nice bro so but you can't speak to me with english brian and said it well bro don't worry we're gonna make it we're gonna make it in 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 uh arabic for you and all is gonna be fine thanks bro okay dann holen wir fairer hoch aber ich denke das macht jetzt alles unser bruder rob christian und ja alles gut hallo brüder hallo nur eine sekunde sucht die quelle raus jetzt und dann lesen wir es auf arabisch okay yeah i don't have my computer with me so give me a second okay till i it's okay it's all fine take your time my brother we have so much time you know all is good rob christian could you could you show us your screen then please yes sure thanks so uh rob christian today elias is gonna be a christian uh he's gonna be a christian and show him with uh allah's uh uh hair lex ich habe eine frage ja können wir also ich habe ja am anfang gerade schwinnen und wissen können wir nicht vielleicht jemand und der vielleicht ein bisschen mehr wissen dass ich euch sehe ich will für dich ich will für dich noch ein moslem hoch keine sorge wie heißt er hamada 45 hoch und so den holen wir den holen wir gleich hoch und dann bekräften bekräftigen wir das mit sahih al-bukhari ob er das an und oder nicht bin ich mal gespannt ich hole ihn gleich hoch aber gib mir kurz eine sekunde christian rob christian holt die quelle hoch kann aus und dann hole ich deine kollegen hoch okay da okay alles aber elias fühl dich wohl bei uns wir tun ja nix wir haben nicht alles gut ich bin ganz friedlich und alle die sagen suna.com ist eine falsche seite ihr seid heuchler offiziell ja ihr seid offiziell murtats weil warum das wird aus ägypten aus dieser darussalam diese schule überliefert und deswegen wer das ablehnt ihr seid offiziell eigentlich käfe wollte ich euch nur mal mitteilen also informiert euch lieber noch mal suna.com ist sehr authentisch ja das benutzen die muslim ist es kommt sogar von euch muslimen ja und nicht zu sagen hey das wurde von und an die amerikaner gemacht von den juden oh nein das wurde von ihnen Ja, ja, ja. nur kurz fragen ich habe nur kurz mit dem er ist so niedlich deswegen wir wollen was ich weiß es ich weiß selber noch nicht und aber ich glaube als an lau und das war mit es nicht exklariert und ich weiß es nicht aber Eliaß, Eliaß habe ich nicht, du kannst dich als Muslim sagen, du musst dich wissen, wie du bist? Ich bin ich mein Muslim, du musst dich sagen, was du bist überhaupt? Du musst dich sagen, was du bist für die Islam? Du bist Sini, du bist ein Sini, du bist ein Geheimnis oder du bist ein Schiei? Ja, ich mochte Vorbilder. Ich sage mir, dass du es nicht so wichtig ist. Aber ich sage dir, dass du mit ihr anst. Ich sage dir, dass du mit ihr anst. Ich sage dir eigentlich, dass du mit ihr anst. Ich habe nicht mehr einen Diener. Aber ich sage dir, dass du mit ihr anst. Das ist so wichtig. Okay. Daher sind wir mit ihm anst. Wann du kennst du mit ihr anst? Ja. Wo hast du mit ihr anst. Wie lange hast du mit ihr anst? 5-Mes Du bist auch in Seein Schreib es Du bist aber nicht Aber ein Schweres Spiegel Fische Es ist nichts Es ist kein Salat Es ist nichts Es ist kein Salat Es ist nichts Es ist kein Schwer, der Okay Okay, Zohar, then we led Rob Christian, we led Kork. Okay, so I need to stop this very quick, one second, Elias. Elias, are you here to listen to the truth or... I'm telling him, I'm telling him to start, but he doesn't want... Okay, so then relax, okay, chill, take a water, relax and listen to Rob. Rob is going to open his computer and he's going to show you on the screen and read it in Arabic. And today you're going to be a Christian, I promise you. Okay, here we go. There, this part. Yeah. Read it, read it in Arabic, he wants to hear it. Let's go. I want him to read it, if he's in Arabic, he should know how to read it. He said he can't, he can't read Arabic. No, he doesn't know. Sister Farah, you are there, right? Right. Yeah. If you want to read it, I can't read it, but you can read it. Like what you want to do, like what you like, I don't have a problem. So I'll read it to Elias, he doesn't know how to read it. I read it. I read it, he said, Just a second, sister, just a second. So three times, three times, this creature in the cave is pressing Muhammad and Muhammad cannot breathe anymore. So he keeps pressing him and Muhammad says, I cannot breathe. Stop, yeah, Jibreel, stop. You see it? Game over. Kholas. Good now. Flexa, breathe, flexa. Yeah, three more. Kholas, yeah, Elias, I mean, beyni. Breathe, brother, breathe. I cannot breathe. Yeah, let's go. Let's go. Can I translate a little bit of German, or it'll be fine? Yeah, of course. One second, one second. Cover me. Yeah, sorry. One second. Rob, you need to read all the revelation for him so that he will understand what happened at the end. Really? Yes, he wants to know it. You know, a lot of it is, it's a newspaper, huh? I know, read it. We have enough time. Read it, my brother. Because today, today, he's going to be a Christian, my brother. Today, he's going to be a Christian. Brother, the question was, did Muhammad be choked by Jibreel? That's the question. Of course. Three times. Thalith marra. Right? So, he keeps pressing him, and Muhammad cannot breathe. You know? Wax on, wax off. Breathe in, breathe out. Wax on, wax off. Breathe in, breathe in, breathe out. Breathe out. Yeah. So, this is in Kif Hira with the echo. Iqra, Iqra, Iqra. Ma ana bi qari, qari. Iqra, Iqra. Iqra, Iqra. Ma ana bi qari, qari, qari. Qari, yeah. This is why, with the echo. It was because you are in Kif Hira, ya Shabab. Da war Mohammed in Qarhara. Da kam eine, er kam eine, er kam einmal. Er hat so mit ihm angekreupt im Hals. Er hat gesagt, lese bitte, lesen, lesen bitte. Er hat gesagt, nein, ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Der ist nochmal gekommen, einmal. Und er hat das so angekreupt auf den Hals. so heißt an sowas festgenommen und hat gesagt les bitte les bitte hat es gesagt ich kann das nicht lesen ich kann das nicht lesen der ist im dritten mal gekommen ganz genau dritter mal das war das gleiche er hat das genau gemacht und er hat so panik bekommen er war wirklich so angst und ja das war so ist yeah and look up brother so we have the hadith here this part three times not one not two but three times mohammed is being choked and mohammed says i cannot breathe anymore go easy ome jibreel allah allah knows breasts what happened to him more you know this is so the only a small detailed part is being given you know we know it from different hadith that the jinns always were jumping mohammed and yani bill 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 kashkari on ea shabab look al arabi yeah what this demon was doing more to him they kept writing him and writing him and writing him yeah so can you can you do me one favor rob yeah let's read it let's read in arabic all right yeah sorry guys i i have to do the echo and then he goes to uh you know uh then jibreel says to him read in arabic read in arabic this one is quran right yeah so but okay one second one second yeah go ahead one second read all in arabic and pharah will translate in german after you finish all all good okay so i just read three times after the uh thalith mara so after the three times uh jibreel says to him thumma arsani so he sent me faqala so he sent me and he said aqra bi-ismi rabbika alladhi khalaq translate sister the one who created you in the name of your lord who created in the name of your lord who created in the name of your lord who created the name of your lord who created the name of your lord uh uh blood clark blood clark rob 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 i think he's preparing to run away oh yeah he did die ist gegangen der ist gegangen leute der ist abgehauen aber wir können weitermachen es ist okay brother luke hier 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 leute hold on hold on hold on rob hold on rob here allah makes a mistake in den chat in den chat habe ich schon gesehen dass ein bruder geschrieben hat er bereitet sich für die flucht vor er bereitet sich für die flucht vor ich schwöre es khalaq alak 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 the word alak is blood clots so according to allah das blöd der blöd alak in the arabic language if you translate it it means a blood clot blood that is dead so according to allah we are zombie according to allah we are created from dead blood dead blood this is the meaning of alak this is the meaning of alak that we are zombies we are dead in the name of the world you know this is also wrong here leute this is completely wrong he said alak that it means that this blood would mean that this blood 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 that was so gemacht das heißt er wurde von seinem mut wie sagt man das oh my god hier kann ich viel übersetzen das ist so peinlich leute das das heißt allah das ist das blut so so getrockene blut in your blood veins. bzw blood clot in your blood veins that means your blood is being blocked and you might die your blood cannot go through your mind is very smart so geschimmelt geschimmelte blut ja so äh 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 äckliche blut heißt das block it literally blocks the blood stream you see this is a blox Allah ist sehr, sehr schlau. Also Leute, Allah sagt, wir wurden aus einem Blutklumpen erschaffen, aber ein Blutklumpen ist eigentlich für uns ganz gefährlich. Warum? Weil wenn diese Arterien quasi verstopft sind, das ist eigentlich lebensgefährlich. Oh je, oh je. Zum Thema, Allah ist allwissend und sehr schlau. Ja, genau. Allah ist sehr allwissend. Das ist der Fehler, Bruder. Ja, big, big failure. Allah macht big failure. Das ist die Wahrheit. Flexa, bitte, in der ersten Ihe des Koran, in der ersten Sprache, Allah macht ein biologischer Fehler. Translate. In der ersten Sprache der Koran, Allah macht ein Fehler. In der Biologie. Translate. Ich will translate. Gib mir nur eine Sekunde, weil wir hier ein Muslim haben. Ich glaube, Farou, Farou, Farou. Yo Leute, assalamu alaikum, gottesegen. 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 Was hast du gesagt? Ja, Dankeschön, Dankeschön, dass du erstmal... Farou, Farou hat gesagt, der kennt mich. Woher kennst du mich denn? Bro, wir haben, ich war schon mal bei dir im Stream, zwei, drei Mal schon mal. Aber das ist ein bisschen lange her. Okay. Okay, also was ich zuerst sagen will, Bro, es ist sehr, sehr traurig, dass du falsche Sachen überlieferst, die du falsch verstanden hast. Komma, das Ding ist Farah und der andere Bruder hier, ihr könnt Arabisch, aber ihr versteht das nicht mal richtig. Also, ich habe gerade... Okay, ich werde ich Sprach, er sagt, du kennst Arabisch, aber ihr versteht das nicht. Danke, okay. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich finde, ich bin, ichocke Irruder. Uu ich bin. Du, du, ich bin, Farou, ich bin ich. Es fach, ich bin nicht mit ihm zu sagen. Hier, wenn ich die Ecke. Du bist irgendwo vor Ort, ich empfehle dich. Wie viele Dinge? Ich bin, Farou? Farou, ich habe es nicht so schön. Farou, Farou ganz kurz, ich rede mal mit ihm. Also, ich würde ich mit ihm reden. zu europa he said you can read arabic but you do not understand arabic so he is confusing me with allah because allah makes failures so we don't understand now we don't understand we listen to him faro wir hören dir zu okay er ist da jetzt wurde erstens kommt mal er holt ein buch ist sage buchhari das ist ein okay da wurden sehr viele richtige hadith überlieferung erwähnt aber da sind auch über so hadith die auch nicht authentisch sind weißt du das sind das sind alles authentische quellen die anzunehmen sind was ist wenn ihr sagt nein das nehmen wir nicht an okay aber diese namen die ich dir genannt habe sind zu akzeptieren da gibt es kein ja aber vielleicht ist das unauthentisch das ist überlieferung das sagst du mir als ein christ dass ich das authentisch haben werden muss oder dass ich das als authentische annehmen muss das kannst du doch mir nicht sagen wo ich bin muss nämlich also kannst du deine religion die aussuchen wie du möchtest das heißt also ein so wie so ganz kurz ganz kurz wenn diese hadith dir nicht passt kannst du sagen aha no das nehme ich nicht an und wenn diese hat dies aber sich gut anhört das nehme ich jetzt an so übersetzt du bist eigentlich schlau aber was die sagen will es gibt auch leute den die deutsche die schaben kann das Shivacticamente sind nicht wahr so Rob that means if hadith sounds good and it does not you know speaks against the coran all is fine but if the Hadith speaks against the Quran no I will not accept it flexor let me tell you something you need to understand there's a huge difference in the understanding of Shia and Sunni in serious wrong in Sunni Islam there is nothing called if a Hadith goes against the Quran we don't take it let me finish my sentence brothers and sisters in Sunni Islam you don't have that because the Sunnah the Hadith you know where we can find the Sunnah in it Sunnah can abrogate Quran so that doesn't count for Sunni Islam okay I understand also he is a Shiite but he had to say that yeah the eye of Mut'a is abrogated by the Sunnah in Shia Islam you don't have this problem yeah okay also then it's my mistake I didn't know that you are Shiite I thought you are Sunni but then the problem has been resolved but then we bring now the Shiites Rob do you have Shia I'm not yet to end bro I was five times underbrochen although I didn't even have one Zitat to end gebracht have so I know I know you are really very good I don't know what you do is really good I don't know what you do is not good for you bro I have my life I have my work I have everything good Alhamdulillah by me but what you do you do you want to be at the time of the Gericht for being punished because you read Islam is bad and look at Muslim is Islam and Jude that are all the gods religion we do that there is no difference between bro what you do do is not good I will beware me from God to be god for you for today we do you understand not Arabic and you are that is a mistake when they talk about something that you don't know about it don't know about your own people who do you have they say all you can't subscribe to me to be doing whatever you are going to and I tell you exactly how it says but your people are not doing this wrong and you can do it what you do you can do you can do what you do you do you know you can do it what you do you do you do wo 50 prozent davon war vielleicht richtig die andere 50 prozent war alles falsch weil die leute kommen arabische sprache diese das kill die andere verstehen was ich meine das team das macht schon was aus was das bedeutet verstehst du deswegen wird die sache nicht gesagt aber nicht den gleichen weg wir haben nur einen weg und das ist unser herr jesus christus und mir wurde nicht gekreuzigt also nein wir haben nicht den gleichen glauben das kann ich sagen ist meine mutter sprache er kommt er und sagt zu mir das ist kein arabisch kann und obwohl ist es meine mutter sprache ich bin in arabischen land geboren ja der meine name ich heiße fahrer fahrer ist arabischer name und kommt daher fahrer oder wie heißt er kommt daher sagt wir dass wir keine arabisch ich mache das jetzt ganz kurz also faro vielleicht wenn der ein oder der andere keine arabisch kann das richtig ich kann keine arabisch aber deswegen nämlich rock christian hier der bruder der kann arabisch und wenn du sagst er kein arabisch kann können wir ja gerne mal testen wer besser von euch arabisch kann ich gebe die brief und siegler kann besser arabisch wie du okay let's go foro if i can fix allhohr arabic in the escapes das make eные no arabisch belohlich na centro abier Esma, wenn wir hier sprechen über die Arabische Sprache sprechen, warum nicht die Englische Sprache, mein Englisch ist nicht so gut, eigentlich. Nein, nein, dein Englisch ist besser als mein Englisch. Nein, Bruder, nein. dein Englisch ist besser als mein Englisch. Aber meine Arabische Sprache, ich kann sagen, dass meine Arabische Sprache ist besser als Allah's Arabische Sprache in der Koran. Bro, ich weiß nicht, warum, Bro? What the fuck? Frau Farah, Flexa, hier ist eine Herausforderung. Wenn ich meine Arabische Sprache fixe, und Frau Farah ist meine Sprache, sie weiß die Arabische Sprache, dann kann ich meine Arabische Sprache sagen, dass meine Arabische Sprache ist besser als Allah's Arabische Sprache. Und das zeigt, dass ich, Christen, bin ich größer als Allah. Wenn ich meine Arabische Sprache fixe, in der Koran. So? Right? Okay, wir machen es so. Okay, beautiful. Ja, Allah. Let's open chapter 33. Chapter 33 of the Quran, Surat Al-Ahzab. Ayah number 32. Okay. Let's open it together. Open your screen. I will open my screen, of course. Again, the challenge is, if I, Rob Christian, can fix Allah's Quran mistakes, then I, I am more Akbar than Allah. Okay? I'm not saying, guys, don't get me wrong. I'm not saying I'm God. God forbid, that would be blasphemy. But if, in Islam, if I can fix the Quran of Allah, I'm more Akbar than Allah. Right? Alright. 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 Look. And if he knows Arabic, if he's honest, he will admit the mistake of Allah in the grammar. Okay. Surat Al-Ahzab. Also, wenn du ehrlich bist, wenn du ehrlich bist, Pharaoh, dann musst du es auch bestätigen, dass da ein Fehler ist. Okay, let's go. Chapter 33, Surat Al-Ahzab, Ayah number 32. If we read the English, nobody knows where the grammar mistake is. Because in the English, they fix it. So we have to go to the Arabic. Look. O the wives of Muhammad. Right? Of the Prophet. Is this a grammar mistake? Yes or no, brother? What is his name? Pharaoh. Did Allah make a mistake? Did Allah open his mic? Yes, you can. Can I open his mic? Yeah. I want to know from him, did Allah make a mistake in Arabic? Ich schicke dir eine Anfrage, Pharaoh, du musst annehmen. Pharaoh, du musst annehmen, damit du dein Mic entstummen kannst, dass du mit ihm jetzt reden kannst, Pharaoh. Pharaoh is silent for the Sabila Allah. Pharaoh is too scared to open his mic and answer my question. Du hast 41 Sekunden, das Mikrofon anzumachen, Pharaoh. Ich habe dir eine Anfrage geschickt. Du musst dein Mikrofon aktivieren jetzt nur. Oh my god. I'm making Allah, Asghar. You need to help Allah, because I'm making Allah small now. You need to help Allah, my friend. Okay. I'll make you big. Yes, bro. I'll make you big. I'll make you big. I'll make you big. I'll make you big. So, mach mal das nochmal kurz, was da steht. Bitte die anderen nur kurz stimmen, Pharaoh. Okay. Jetzt. So. Ja, bitteschön. Bruder, wie heißt der eine Bruder nochmal? Rob Christian. Oho. Okay, Bruder. Lies das nochmal durch, bitte. Ja, Nisa, Nabi. Lestunna ka ahden minan Nisa. Fi hun khata? Is there a failure here or not in the grammar? Nein, Bruder. Nein? Nein. Okay, then your Arabic is even more bad than Allah's Arabic. Here is one. Wo ist das Fehler? Oh, the wives of Mohammed. Oh, the wives of the Prophet. Lestunna ka ahden minan Nisa. If you know Arabic, you should know that this is a mistake. Ka ahden. It should be, correct, it's not ka ahden. It should be ka ahda minan Nisa. Why ka ahda? Because these are women. These are not men. So Allah thinks that the wives of Mohammed are men making Mohammed homo. Okay, jetzt auf Arabisch nochmal. Was, what he said, the egg is also out of us. Nah,ushab. Lestunna ka ahden. Lestunna ka ahden minan Nisa. Lestunna ka ahden minan Nisa ka ahden mian Nahsi. Lestunna ka ahden al-Naswa'an. Allah has a failure. Oh my god. Hier ist dieses Wort. Schau, dieses Wort ist ein Fehler. Kaahadin. Es sollte kaahadin sein. Aber es sind ja mehrere Frauen. Nein. Das würde nicht bedeuten. Das würde nicht kaahadin. Kann ich bitte mit ihm erst mal reden? Ich kann nicht mit ihm erst mal reden. Keahadin. 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 Das ist Fehler in Arabisch geschrieben, Bruder Flix. Glaub mir das. Ich habe hier unten geschrieben. Das Problem ist Farou. Farou möchte das vielleicht nicht zugeben, aber ich... Bruder, ich gebe zu, wenn da Fehler steht, guck mal. Aber er muss ja erst mal was verstehen. Wie wurde Koran geschrieben? Das wurde aus Herzen oder aus... Von Allah, bro. Du liegst ganz falsch, mein lieber. Koran wurde von... Wer hat den Koran überliefert? Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, natürlich. Wer hat es geschrieben? Die Sahabis, die um ihn herum waren. Und es gibt sehr viele Leute... Okay, also das heißt, die Sahabis haben jetzt einen Fehler gemacht? Ich will das nicht behaupten, weißt du. Und ich guck das dann nochmal durch. Aber wir haben jetzt einen Fehler gefunden. Ja, das kannst du schon mal eine kleine Menge sagen, weißt du. Aber das ist jetzt kein Fehler, Bruder. Ah, also hat das Wort Gottes wohl doch Fehler im Koran. Ah. Bruder, guck mal. Ich hab gesagt, es kann sein. Flex, Flex, Bro. Kann sein? Kann sein? Kann sein? Kann sein? Wow. Hey, das ist... Hey, das ist nicht dein Ernst. Ist es nicht dein Ernst, oder? Bruder, guck mal. Ich sage ja nicht, dass das... Guck mal, du ziehst das in flächerliche, Bruder. Aber du hast jetzt gerade eben gemerkt, dass das Problem wirklich da ist. Das hast du gemerkt, oder? Nein, ich hab... Doch, ich hab das... Ich geb zu, Bruder. Ich hab das schon gemerkt. Weißt du, guck mal, erstens, du musst mal... Guck mal, ihr kommt alle auf einen Mensch und ihr findet für ihn einen Fehler. Aber was ich dir sagen will, Bruder, guck mal, ich bin hochgekommen, weil ihr über diese... Ihr habt gesprochen. Und ihr wisst nicht mal, was das bedeutet. Das, was ihr mir gerade gezeigt habt... Bruder, wir reden jetzt von diesem Fehler. Ja, ich will darauf hinkommen, Bruder. Ich guck heute Abend noch nach und ich komm dann wieder an und ich erklär euch das, was genau das bedeutet. Aber wir machen das doch jetzt. Warum musst du nachgucken? Ja, das ist deine Islam-Modeln. Ja, Bruder, weil ich hab... Nein, weil ich nicht so viel Wissen über diesen Zitat genau hab, Bruder. Ah, aber ich hab gesagt, keiner kann Arabisch. Jetzt auf einmal sagst du, du hast kein Wissen. Aha. Ja, über das, genau, über das, Bruder, aber wenn ich höre, wie die Leute einfach Arabisch sprechen oder lesen und falsch lesen sogar, dann geht's mir schlecht, weißt du. Weil das ist Haram, was sie da machen. Die Liste ist komplett falsch und so, weißt du. Dann komm hoch, wenn du wissend geworden bist darüber, okay? Dann kannst du mit Rob Christian nochmal darüber reden, okay? Was ich dir sagen wollte, guck mal, ich wollte gar nicht mit diesem Rob reden oder so. Ich wollte dir nur sagen, Bruder, guck mal, was du da machst, ist nicht gut, Bruder. Ich schwöre, du wirst für deine Taten bezahlt, du wirst richtig bestraft. Okay, ich werde bestraft. Dankeschön, wir haben einen Fehler entdeckt und deswegen wird Gott euch bestrafen für eure Lügen. Darum geht es. So, Bruder, was was his refuge? First of all, we have to be honest, he said, God is going to punish me. You have to listen Rob, my brother, God is going to punish me for lying. But at the end of the day, they are the ones lying. Because why? So, Bruder, no refutation, right? For what I showed him. Really? No refutation, right? No refutation. He realized that there is a problem. Darf ich, ja, das Problem, Bruder, darf ich nur was sagen, die sind immer so gelernter von den Imamen, weißt du, Brüder, dass sie nicht die Menschen die Wahrheit zu wissen. Glaub mir das, dass wir einfach die ganze Zeit, dass sie Menschen blind sehen und blind lassen, dass sie nicht, dass sie den Gott sehen, sondern die haben sehr viel gelernt und die verarschen. Verstehst du? Die haben selber verarschen. Guck mal, der hat geschrieben, ich habe auf Arabisch geschrieben, in seinem Account, Alhamdulillah bin ich Muslim. Wie er ist Muslim, Alhamdulillah, Bruder, obwohl er weiß nicht mal, wie kann das Islam, er weiß, er hat niemals die Hadith gelesen. Und da kommt der Herr hoch und immer diese Ausrede, wir wissen nicht, wir wissen nicht, wir können nicht Arabisch, obwohl, weißt du, ich bin 100% sicher, der ist hier geboren in Deutschland, ja. Und der ist, und dann kommt zu uns, ja, und der sagt zu uns und die beschimpft uns. Robin Christian hat gesagt, dass wir kathäben sind, und ich weiß, dass er das Filiks ist. Wir wissen nicht, wie wir sagen, das Arbisch. Nein! 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 Gott, Gott, ich will uns den Arbisch lernen. Moment! Moment! Wir wissen nicht, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, die Arbisch sind. Wir wissen nicht, dass wir lernen. Wir wissen, wie wir Filiks sagen. Gott, Gott, du bist wunderschön! Gott, du bist wunderschön? Du kennst dich nichts? Das ist doch immer ein Geschenk. Das ist doch immer ein Geschenk. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Und was ich weiß nicht? Und wir sehen uns, Mohamed, der bliebte uns. Und der bliebte uns in unserem Land. Wir bliebten, Mohamed Salih, Mohamed Abdussamad, Mohamed Salih, Mohamed Salih, Mohamed Dr. Ahmed, Mohamed Dr. Ahmed, Mohamed Dr. Ahmed, der sind Ex-Muslime, die lügen, oder was? Was soll das? Schämt dich immer. The problem is, jeder der Ex-Muslim ist, wenn ein Moslem sieht, dass jemand Ex-Muslim ist, dann sagen sie gleich, er ist ein Liebner, er war noch nie ein Moslem, sagt die Shahada. Ja, das sind Heuchler. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde. Eurer Mohamed war auch genauso, Brüder, glaub mir das. Er war genauso. Er hat uns alles verarscht, Brüder. Er hat unsere Länder kaputt gemacht. Er hat die Frauen kaputt gemacht. Er hat uns alles, dieser Haber, weißt du, der ist Schuil, der weiß gar nicht alle, was er gemacht hat, Brüder. Ja, bitte schön. Mr. Herz, Pfarrer, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt weiter. Ah, Israel, you're running away. The last time we debated, you were running like you're Mohamed. Er ist abgehauen, natürlich. Oh, ho, 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 ho. Uh, yeah. The brother Israel is a Muslim. He runs away again. I invited him. He was up here. And now he's like, ho, 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 I'm not gonna debate, Flecks. Ha, ha, ha. Yeah, I know, I know, I know. He's running away again, huh? Ha, ha, ha. ja so first of all before we start fairer schwester herz vielen vielen dank du bist wirklich eine sehr sehr liebe schwester aber weißt du was du manchmal machst schwester ja manchmal wirst du zu emotional du musst aber weißt du was problem ich brüder wir wollen dieser scharia nicht mehr brüder weißt du der hat dieser scharia alles kaputt gemacht verstehst du was ich meine guck mal ich habe meine kusine verloren ich habe meine kusine verloren zwei kusine habe ich verloren wegen dieser mohammed wir haben guck mal wir sind hier geflüchtet genau obwohl guck mal die frauen wie dort sind die haben keine rechte brüder die haben wirklich keine rechte arabische frauen brüder guck mal dieser scharia ist einfach satan einfach hass die einfach hassen okay rob you know what is the you know what is the thing she said she lost two of her cousins because of uh these uh you know those muslim behaviors and those sharia i think you know you know what i'm talking about yeah 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 and that's why she's very emotional you know very very much normal brother it's not any reading flex comes comes out so very can you but derrick can you can you please uh give me a second okay thank you um uh that's why she's very emotional and i can hear it from her voice and uh yeah this is very hard and that's why we have to speak about jesus and we have to expose this uh islam because uh islam is full of lies and without lies islam dies so um um yeah yeah this is very hard very very hard you know all of us all of us who come from the middle east we lost a lot of people because of islam is very dangerous yeah uh you can compare it to a cancerous disease in the last stadium of cancer you know this is what it does to human people right i'm sorry please i'm sorry please i want to tell only one thing here okay you tell that the christian christian is true okay no problem wait 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 i'm just talking the problem listen listen wait wait you're gonna be surprised what's gonna happen now my name is alex i'm brother christian's brother i'm an ex-afghani muslim and i suffer in afghanistan more than anybody else i know my sister suffer a lot but my father is gone my uncle is gone they did something to my knees she took her life so here you come here on defending islam what a shame no in afghanistan listen what i'm telling you man all your religion is a lie who means there's a miracle all a lie let me telling you what why why are you stop 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 my voice is more louder than you and i'm like a torpedo i'm a torpedo you know can't you do you know cancel license preaching preach you preach you it's most easy one second one second israel 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 what the israel come on who are you don't use amen i'm gonna cry you know what guys i'm gonna make myself big for a second hold on hold on hold on so my name is israel you know what my name is israel and you know what i don't even know what kalam allah is because i debated you a couple of days ago and i was asking you what is kalam allah he was like i asked him again what is where where is it written in the in the quran um kalam allah he was like what is kalam allah but he goes you go he goes to the mosque but you don't even know what kalam allah is brother flexor he used three times right he uses the f-word three times i've never i've never heard about kalam allah what is kalam allah i don't know kalam allah and he said the f-word three times right muhammad yeah he said it many times muhammad used the f-word in the arabic in sahih al-bukhari too so he's literally using the same language the filthy language of his prophet in sahih al-bukhari yeah wow amazing muhammad used the f-word so it's normal that muslims follow their prophet yeah 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 crazy ich will sagen zum beispiel wir sehen ganz genau bruder wir haben studiert auf arabisch wir sind gegangen in der schule wir haben wir haben gelernt wollen wir oder wollen wir nicht wenn wir viele bei koran sehen dann müssen wir akzeptieren dann haben wir warum das ist falsch geschrieben nein das ist nicht falsch ja zindiqa ja jahila du bist jahil ja zindiqa das ist nicht falsch das ist von allah ja was ist von allah bitte ich habe es nicht falsch das ist von allah ja was ist von allah we showed you we showed you a grammar mistake in chapter 32 right now here in the tafsir for chapter 13 ayat 31 13 31 31 ibn abbas ibn abbas says that when the ayah when the ayah was being written down by the scribe so muhammad is saying to the scribe write it down i just received ayah chapter 13 ayat 31 from jibreel write it down the scribe described when he was writing down the ayah according to ibn abbas describe me the mistake because the scribe was oh my god kataba wa huwa naais naais ich bin abbas ich bin abbas ich bin abbas ich bin abbas Brother Ahmad, I'm Alex, Alex. Who can, wait, wait. Who can now join this from Muslim? Come on, bro. Haram, bro. Wallah, Haram. Alex, Rob here. Ahmed here. Who can join this? Brother Ahmad, ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. They understand me. I speak Deutsch. German, German. I speak German. Yeah, yeah. Masha, Jesus. Masha, Jesus. I speak English, German, and Persian, yeah. And Russian, too. You, Alex, you are greater than Allah. Even Farah greater than Allah. Do you know why? Because Allah is speaking only one language, Arabi. Farah is speaking three languages, which means Farah greater than Allah three times. Allah's Arab is bad, Ahmed. Yeah, he's Arabi like my English. Oh, Allah. Let me tell you guys a story. Let me tell you guys a story. Hold on. I'll make it a second. So, imagine, guys. Imagine Ahmad. Imagine Rob Christian. Look. So, if you don't wake up, okay? I think Ahmad knows what I'm going to talk about right now. I think Rob, too. So, imagine you're sleeping. Okay? You're sleeping. And you don't wake up for a prayer. Satan comes and urinates in your ear. And when you stand up in the morning for the prayer, you're going to be like, Oudu Billahi Shaitan Oh, my God. Let me ask you this. Alex. Hey. Let me ask you guys. Let me ask you. If the Muslim didn't wake up morning a prayer and shaitan came, pee in his ear. Morning. If he wake up and afternoon he want to pray Salat al-Duhar. Do he need to do evolution because shaitan he pee in his ear? Yeah. So, I need to do evolution one more time from the beginning. But what about if you enter the bathroom with the wrong food? What happened then? La hawlillah. La hawlillah. There's, there's, there's hadith. Take me to scream, brother. Take me to scream, brother. Alex. God bless you. No, no, no. You're my boss. You're my teacher. When a person is dreaming good dream is from Allah when he dreaming from a bad dream is from Satan and then you got to spit three times on your left on the bed that you not get harmed by Satan. Can you believe it? Yeah. Have you heard about Saeed Bukhari that one 6614 if I am not mistaken when Allah when Muhammad sat on the donkey go up up to sleep? What is that Moses on that? This is so insane. You can also out of knowledge when you want it's better than they understand when he up with Moses Moses and Adam was talking to each other Moses said to Adam all your fault because we are here down here on this earth we are sinners we are adulterers a lot of stuff and Moses says Adam says to Moses what are you talking about come down give you the 10 commandments but when he read him with his own hand we have a Muslim we have a Muslim that wants to come up let me finish this one brother it's so funny so I give you a small screen 40 years in advance and then what Adam says before my creation Allah made the decision that I have to eat that fruit and then I have to be out from paradise so this is shaitan Satan Satan period Allah made it this way brother Flix brother Rob Christian I was a Muslim we are out of Islam because Allah made it then we are kafir kafir right you are mushrikeen according to him we are going to go to hell but I have a good news for Muslims for our all brothers sahib Bukhari 6807 what it says when you have a tongue between your jaw when you have a banana between your legs you are going to go to paradise guaranteed that is crazy I am going to talk about one story and then I am going to make Rob Christian big because we have a Muslim here but first of all I want us to laugh a little bit Ahmad listen imagine you are going to take a shower okay on everyone who is here I am going to speak about this story okay imagine you are going to take a shower okay and you see all the companions over there but they are laughing about you because you have scourgeal hernia on your ass somewhere else whatsoever so he is going right next to the corner somewhere to take a shower okay so you are taking a bath and everything is fine and okay you put your clothes to the stone you are finished you are finished with taking a shower you want to take your clothes and you see you see the stone running away he is pursuing the stone grabs the stone you can't you can't you can't make this up you can't make this up this is crazy yeah the stones are stealing the clothes of Moses yes this is world Disney's happy and this is this is insane this shit is insane this shit is so insane so insane you know it's not always you know we don't always have the luxury to have brother Ahmed with us so I want to mute myself and let brother Ahmed deal with the Muslims who join in you know he is he is the top guy here so I yield my mic to my dear brother my teacher brother Ahmed it's the floor is yours brother Ahmed I know you're driving but maybe you want to talk to Mohammed I will mute and when you're done brother if there's time Lord willing I will take the mic after brother so Ahmed the floor is yours Habibi all right okay bro calm down okay Mohammed we hear you to let me talk I have a question on flex okay what is what is what is your content first when I ask what do I ask what do I do over the Islam and that word God to spread and that Christ from whom have you learned how do you from whom have you learned what do you mean from whom has you learned man does and learns every day have you Ahnung of course I have Ahnung you are ex-Muslim what do you mean you are ex-Muslim I was not ex-Muslim also you were not any Muslim no but I was almost with one foot and I am very happy that I with this foot again out because my right foot right foot and I noticed that it is just a false religion is right okay I have a question when you first know Islam yourself can you ask the question how many rakat has the al-fatihah that does not many rakat that does not you 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 are what do you nak So, die sind die Menschen, die sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Ja, ich weiß nicht, dass es nicht in die Schmerzen ist. Ich will nur den Schmerzen. Okay, bitte. Du weißt? Okay, Leute, ich will ihn fragen. Du weißt? Das ist die Frage. Du weißt? Das ist die Schmerzen. 1, 2, 3. Er googelt es. Du weißt? Du weißt? Das ist die Schmerzen, die Schmerzen nicht. Es ist die Schmerzen in der Kur'an. Er braucht Google. Ich bin ein Schmerzen. Ich habe eine Schmerzen für ihn. Handicaple. Amen. Ahmet, dass du hier hier sagst, in Almatien und in Europa leben? Ja, ich will nicht. Ich will mit mir gesprochen. Ich will mit mir sprechen. Leute, der sagt, dass ich so Frau bin, er hat das gesagt, dass ich so Frau bin, er will mit mir nicht reden. Okay, Farah, dann lass die Männer das machen, Farah, alles gut. Nein, ich habe mit dem Ahmad geredet, aber der sagte ja, die haben keinen Respekt vor Frauen, du weißt genau, von wo kommt das. Ja, alles gut. Er sagt mir, er soll schämen, dass ich bei Männer bin und setze ich hier bei euch. Ahmad, Farah, dann geh auf stumm, alles gut, so wie Juli. Nimm es nicht so persönlich, Schwester, nimm es einfach nicht persönlich. Nein, nein, alles gut, Schwester, ich kenne ihn richtig gut, ich bin aufgewachsen und geboren bei denen, verstehst du? Ich kenne ihn richtig gut. Lass die Männer machen, Farah, alles stumm gehen. Alles gut, Bruder, alles gut. Ja, alle bitte stumm gehen, alles gut. Aber ich war wirklich mit Ahmad geredet. Alles gut, Farah, alles gut. Brother Flex, kann Brother Rob show us that Sahih Bukhari that used seven times F-Words? First of all, I want to know what this Mohammed wants here. Mohammed, was willst du denn jetzt hier oben? Mohammed, hallo. Eine Frage. Also, erstens, erstens, bevor du hier Fragen stellst, weil ihr stellt ja gerne sehr viele Fragen bezüglich des Christentums, ist der Koran Kalamallah? Ja. Der Koran ist Kalamallah? Ja. Wo steht im Koran Kalamallah? Warte. Warte. Okay. I'm waiting. This is going to be very interesting. Ha 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 ha. We are waiting. Ha 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 ha. Yes. Ask him, who do? Who do? Who do? The blue and where they use the which Surah and which Aya? I'm waiting. Relax, my brother. Relax. I just want to see what he is going to say now. Because the questions is going to be very interesting. And I think our brother Professor Ahmad knows what is coming right now. Warte. 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 Warte mal hier zur Info. Ich kann kein Englisch, weil hier diese Professor und keine Ahnung, alle reden Englisch. Ich kann erstmal nicht so gut Englisch. Ich verstehe dir erstmal nicht, was sie sagen. Okay, stay on the topic. Such uns bitte Kalamallah im Koran. Alles gut. Wir wollen das Thema nicht drehen. Alles gut. I'll give you a couple of minutes. As a Muslim, you go to the mosque and say the Shahada, but you don't even know what Kalamallah is. You guys are so insane. Even me, as a Christian, I know what Kalamallah is. But okay, no problem. Ahmad, this is crazy, right? I have a question about Kalamallah, brother. Flex. Yeah. So Kalamallah, is it from Allah been or was being created? That is what I'm going to ask you. If Kalamallah, yes. If Kalamallah is Allah been, right? Kalamallah is Allah or different person. If he said Kalamallah is not Allah, boom. You have to Allah. Just, it's going to be very interesting. I know. That's why I ask him, is the Quran Kalamallah. So, alright. So, we're going to wait for Mohammed. Wow. This is, you can't make this up. You can't make this up. I'm going to make myself big. Rob for a second. And then, I give Rob the speech. So, I'm going to wait for our Mohammed. We are still waiting. Mohammed, do you use Google? Google never helps. No, I'm just here with the other guys. And we are talking. It's going a little louder. Wait, I'll come right. Okay, you're coming. Alright. You need to speak with your people. Alright. We are waiting for Kalamallah. Flexa, maybe bring someone else with more knowledge. So that brother Ahmed. Okay, you're right. You're right. He's wasting time. I know. He's a baby in Islam. Baby kinder level. Kindergarten level Muslim. We need someone with a big beard. I think I have someone here. Hello. Hello. Are you Muslim? Are you Chris? I'm Chris. Okay. What do you want to say to us? Oh, I was asking. Shit. Yeah, all right. I'm just asking you. If you want to say something nice to the community, you can definitely say something. No. Okay. He went out. Hmm. Okay. 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 So, as you guys can see, there's no one who wants to come up here because we have Ahmad. We have Rob Christian. This is. The people are so scared when they see those names. They're like, nah, I'm not coming up here. Okay. He sends a request. Okay. He's a young guy, but I don't know what he wants to speak. Okay. I'm going to ask. I don't know. What does that mean? What does that mean? Okay. Mohammed, you have no knowledge. What are we going to do with you? Because you want to know that I don't have knowledge. Because we know that you don't have knowledge. Because you want to know that you don't have knowledge. Because you want to know that you don't have knowledge. Okay. Is the Quran Qalamallah? Yes. Wo steht im Quran Qalamallah? Das kann ich leider nicht beantworten. Also hast du kein Wissen. Also hast du keine Ahnung. Ja und? Ja wie ja und? Du hast keine Ahnung. Aber ich bin kein Gelernter. Goddam. Gelernter oder Gelehrter? Gelernter. 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 Warte ich stelle dir jetzt bitte eine Frage. Okay. Okay. Aber pass auf dass es nicht gegen dich verwendet wird. Ja. Okay. Schieß los. Wem haben alle Propheten Adam bis Jesus angebetet? Moses. Moses. Aha. Und jetzt? Ja das war die Frage. Wer wen angebetet hat? Wem haben die angebetet? Die haben Yahuwah angebetet. Von Adam bis Moses. Von Adam bis Moses. Alles gut. Die haben zu Yahuwah gesprochen. Wer ist Yahuwah? Ist Allah Yahuwah? Ich antworte nicht. Ich kann jetzt nicht antworten. Du stellst mir eine Gegenfrage. Du stellst mir eine Gegenfrage. Du stellst mir eine Gegenfrage. Also. Sie haben zu Yahuwah gesprochen. Ist Allah Yahuwah? Yahuwah? Ich habe deine Frage beantwortet. Sie haben zum Vater gebetet. Und dieser Vater war Ich Bin. Yahuwah. Meine Frage ist. Ist Allah Yahuwah? Nein. Er weiß nicht wer Yahuwah ist. Er hat noch nicht mal die Tora gelesen. Oh. You go to the mosque. You say the Shahada. You do the tap dance like Mohammed. Weißt du was er gesagt hat auf Arabisch Brüder? Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. You can't. You can't. So. Mohammed. Wer ist Yahuwah? Wer ist Yahuwah? Warum antwortest du nicht auf meine Frage? Deine Frage hast du schon bekommen. Ich habe gesagt. Antwort auf meine Frage. Du stellst mir eine Gegenfrage. Also. Dann sei ruhig und hör mir zu. Flüchte nicht vor der Frage. Flüchte nicht vor der Frage. Flüchte nicht vor der Frage. Flüchte nicht vor der Frage weg. Antwort mir einfach. Stop manifesting as your prophet. Stop manifesting as your prophet. And listen to me. Antwort mir bitte diese Frage. Dann sei ruhig. Dann kann ich dir auch antworten. Ja. Okay. Also. Zu wem sie gebetet haben war der Vater. Und der Vater hieß Yahuwah. Der Gott der sich vorgestellt hat. Heißt. Ich bin. Yahuwah. Ist Allah Yahuwah? Der antworte mir. We are waiting for you. Ist Allah Yahuwah jetzt? Allah ist der einzige Gott. Meine Frage war. Ist Allah Yahuwah? Allah ist der einzige Gott. Du verstehst meine Frage nicht. Meine Frage war. Ist Allah Yahuwah? Das war meine Frage. Allah heißt Gott. Wie heißt denn dein Gott? Also Allah. Wir wissen dass er ein Gott ist. Warte ganz kurz bitte. Alle. Alle ganz kurz mich nicht unterbrechen. Ganz kurz. Eine Sekunde. Weil ich grill den jetzt. So. Eine Frage an dich. Gott. Wir wissen dass Allah ein Gott ist. Ist aber Allah Yahuwah? Allah ist Gott. Wir wissen dass er Gott ist. Sag mal. Bist du Sonderschüler oder was bist du? Meine Frage war. Ist Allah Yahuwah? Ist Allah Yahuwah? Wir wissen dass er Gott ist. Ist Allah Yahuwah? Juden haben den Yahuwah genannt. Yeah. Sure. Yeah. Juli. Juli, Schwester Herz. Sorry wenn ich dich unterbrochen habe. Alles gut. Aber so jemanden. Du musst sofort eine Antwort geben. Und gleichzeitig eine Gegenfrage. Und dann wissen ob es derselbe Gott ist. Ja. Hast du auf jeden Fall gut gemacht. Auf jeden Fall. Weil Allah heißt ja Gott. Weißt du. Also Elohim ist dann unter. Übersetzt Allah. Aber was ist sein Name? Also hat er so viele Namen. Steht da irgendwo Yahweh? Nein. Also ja. You know what is the problem? The problem is they worship a God. And they don't even know who that God is. Of course. So I asked. He was asking me. Who was they praying to? Moses, Jesus and all. And I said they were talking to the Father. Okay. To Yahweh. So my question is. Is Allah. Is Allah. That you call Allah all the time in the Quran. Is he Yahweh? Yahweh? That was my question. And he was like. Yeah. Of course. Because. I said yes he's God. But is Allah Yahweh? Yeah. Because when Moses is asking God. Can you tell me. Because they are asking him. Who is your God? Yeah. Then God says. My name is. I am that I am. This is my name forever. Now when Muhammad said Allah is the God. that means we have a different God. Yeah. Because God's name doesn't change. Will never change. It's the same name forever. Amen. So this proves that Allah. Allah is a fake God. Is a pagan God. That can never be Yahweh. And on top of that. He said very important thing. All the prophets in the Old Testament. All of them called God father. But in chapter 5 ayah 18. Muhammad contradicts that. And he says Allah is father to no one. Chapter 5. Yeah. Surat al-Ma'idah ayah 18. 5. 8. 5. 8. Says Allah is kind father. Allah is kind father. Boom. Yeah. And Rob. Rob brother. This is a very powerful point. Of course. Because Flexer always use this against them. And they don't know what to answer. So when he asked them like. Your God have 99 names. What are those names? Is there a call. Is he called Yahweh? Yes. They'd be like. No. He got a lot of names. We can go on and on and on with Allah's names. You know. But they always try to hide and run from that point. When it comes to the name of our God Yahweh. Yeah. Yeah. Absolutely. They run. They run because they have no answer. Of course. Yeah. They always say God. Allah is the biggest one. Yeah. So yeah. Okay. Ganz kurz. Farah and Pederi. Ich möchte nur zwei weniger haben. Damit ich die anderen Muslime noch hoch holen kann. Ist das okay Farah? Jaja. Alles gut Bruder. Kein Problem. Okay. Ich hole dich wieder hoch und dann. Weil wir haben zwei Leute und ich will die hoch holen. Okay. Jaja. Alles gut Bruder. Kein Problem. Pederi my brother. I'm gonna take two more Muslims. So I'm just gonna put you down so that it's not going to be a chaos. And I'm gonna bring you back up. Just send a request. Okay. I hope you are listening to me. It's fine. That's fine. Drop me. Don't break my head though. Don't break my neck. I'm not breaking your neck. All good my brother. All right. So we're gonna see. We have two Muslims I think. We have one Muslim here. All right. Okay. Du kannst Deutsch reden, oder? Yes. We speak German, yeah. Also kannst du fließen Deutsch? I speak German, yeah. Also du kannst mich jetzt verstehen. Ich verstehe dich sehr gut. Okay. Also ich habe jetzt eine Frage an dich halt. Nein, nein. Andersrum. Andersrum. Bevor du überhaupt Fragen stellst, du bist ja jetzt in meinem Stream drin, richtig? Ja, ich bin in deinem Stream. Okay. Das heißt also, ich muss dich jetzt erstmal fragen, wer du bist, was deine Religion ist und was dich heute hierher geführt hat. Was führt dich denn heute hierher? Also erstes Mal, das war die, was du gesagt hast, dass wir versuchen von der Frage wegzurennen. Das mit 99 Namen. Das lassen wir kurz, das lassen wir kurz beiseite. Erstmal, wie geht's dir? Okay, wie du willst. Äh, gut. Alhamdulillah. Okay. Jetzt ist Chile gehört. Stell dich erstmal vor, wer du bist, damit wir mit dir reden können. Ich bin einfach ein Fan der Moslem, der etwas jetzt hier gehört hat und versucht einfach darüber zu diskutieren. Ich bin kein Gelehrter und ich bin kein jemandem, der oft viel Wissen hat. Ich versuche einfach mein Wissen durch den Islam mehr zu machen. Aber hier versuche ich einfach nur zu erklären, was ihr halt falsch findet. Oder was? Das ist wieder die, das ist eine andere Baustelle. Wir, wir reden jetzt zusammen. Guck mal, die Brüder, die sind gestummt. Ich rede mit dir ganz alleine. Keiner, keiner redet rein. Ich rede mit dir ganz alleine. Ich hab kein Problem dran. Ich hab nicht gesagt, dass ich ein Problem dran habe. Ich hab, ich bin einfach kein... Nicht, dass es am Ende heißt, ähm, oh, three Christians were attacking the Moslem. I'm speaking with you alone. Ich bin mit dir alleine. Äh, ja. Und, äh, wie gesagt, ich bin nicht frech. Ich bin kein Mensch, der gleich beleidigt. Und ich weiß, mein Wissen ist noch wenig. Aber ich versuche. Denn ich bin kein Gelehrter. Aber wenn dein Wissen, wenn dein Wissen wenig ist, warum möchtest du dann, äh, deine Religion verteidigen, wenn dein Wissen wenig ist? Weil ich liebe meine Religion und ich finde, dass meine Religion das wahre ist. Deswegen versuche ich mit meinen... Okay, aber was ist, was ist, wenn der Bruder Ahmad dir beweist, dass du den Teufel anbeten tust? Laut Islam. Was machen wir dann? Äh, ich bin nicht derjenige. Ich hab euch gerade gesagt, ich bin kein Gelehrter. Ich würde ihm auch nicht... Professor Ahmad ist ein Ex-Selefi, der kennt sich aus. Ein Ex-Selefi? Der macht das seit 33 Jahren. Er war selber, äh, in der Religion drinne. Und er kann dir heute beweisen, dass du den Satan anbeten tust. Okay, er würde mir versuchen zu weisen, aber ich würde... Ich würde, okay, vielleicht andere dann darüber fragen, denn ich habe euch gesagt, ich bin kein Gelehrter, aber ich versuche trotzdem zu helfen. Okay. Denn ich würde dann nach einem Gelehrter fragen, um was die Erklärung für die Sache ist, denn vielleicht die wissen mehr. Okay. Äh, ein Selefi weiß sogar viel, viel mehr. Das weißt du schon, oder? Äh, ein, ähm, ein Gelehrter, ja. Ja, aber Ahmad ist ein sehr, sehr, äh, 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 wissender, äh, praktizierender Selefi gewesen, mein Freund. Okay, gut. Weißt du überhaupt, was ein Selefi ist? Ja, normal weiß ich. Und jetzt, äh... What is, what is the Selefi? Was ist ein Selefi? Ein Selef. Der Name erklärt schon selbst, der Selef. Das war von unserer Propheten früher. Okay. Er war nicht Selefi. Okay, jetzt würde ich wissen... Ganz kurz, Ibn Aisha. Ahmad, mein Bruder, are you there? Yes, brother, I'm with you. Today, this guy is going to be a Christian. Can you show him some things? I'm gonna make you big. Something looks like what? Tell me, I have everything about Islam. Oh, yeah, here we go. Everything, anything you want. Okay, jetzt, Ibn Aisha, stell die Fragen. Okay, jetzt, äh, wo, also, die Frage geht jetzt an euch halt, über die 99 Namen, wo ist eure Problem dran? Dann, ihr habt ihr gesagt, dass wir versuchen, von dieser Sache wegzureden. Okay, wir sagen dir, wo das Problem ist. Ahmad, he said, where is the problem with the 99 Names of Allah? Can you prove in the 99 Names of Allah that he is a fake? Can you prove it? Just a second. Let's start from before 99 Names. What the 99 Names mean? I have to know what that means. For example, if I said Allah, this name, is Allah Ben or a different person? Soll ich jetzt antworten? Genau. Du kannst, du kannst reden. Äh, würdest du übersetzen, weil ich kann nicht so gut Englisch. Ist kein Problem, ich übersetze. Ja, okay. Die Meinung ist nach den 99 Names, äh, ist, äh, so können wir Gott, äh, also als beschreiben, zum Beispiel wie Arrahman, der Vergebene. Okay. The 99 Names is to describe Allah, who he is. That is what he is saying. So, yes, I know who he is, but my question not here. Because when we said Allah, we mean Allah of Muhammad, God of Muhammad. But that is not my question. My question is, the name is Ben Attribute or separate on his Ben? Is, äh, is the name Allah from him quasi, ähm, getrennt? Oder, ähm, boah, jetzt muss ich, äh, selber nicht, dass ich hier Wörter fresse. Juli, helf mir mal ein bisschen. Äh, jetzt bin ich hier am Wörter fressen. I'm gonna try, äh, äh, I'm gonna try. I assume, no, bischen, but, ähm, ähm, a utterly van was ist er, ja, abei, barobi? Äh, Arabi? Äh, tab copper. Ar voy a- Cole? Arraibu考 Eventually. Arraibu la Mohammana. ai Ibn annula Mohammana,anna. Oh, you speak Arabic? Yeah, yeah. Ah khand datab う,." An收 Aerabich! Yeah, yeah, kar Frenchudo. Yeah, és. Ed๋ diagnosis. Okay Ahmet sagt, also dass er beweisen kann, dass es zwei Allahs gibt im Koran, und zwar einen kleinen und einen höheren, und er wird sich beweisen. Ahmet, du sagst, zwei Allahs. zwei Allahs, einer ist klein und einer ist groß. Im Koran, aber nicht meine Frage, meine Frage ist, um es zu erklären, die ich, die Unterschiede zu mir, die Unterschiede zu haben. Ich brauche ihn zu erklären, die Unterschiede zwischen Namen und Attribuen. Was ist die Unterschiede? Wie kann ich wissen, das ist Name und das ist Attribut? Und die Name kommt aus, woher? Und die Attribut kommt aus, woher? Das ist das gleiche, von Allah bein oder von Allah bein? Not meaning, for example, Allah action to? Say it in Arabic. For example, Allah… Because he speaks Arabic. Yes, I am trying to tell you before I ask him, right? Okay. For you understand my question, right? So, if I said Allah hand and I said Allah merciful, Allah hand is Allah bein attribute, Allah merciful is Allah bein attribute, correct? Yeah. Right? Right? Or if you have an answer, anyone have an answer about this point? Can you explain it to me? Because I study all the name and attribute books from the Salaf. From Imam Ahmad till today, Imam l'Albani. I study it all. Imam l'Albani. Yeah? So that is my question to him in Arabic. Let me ask you, dear brother, I'm an Arabic. You, I'm a A-B-A-N-S-A-N-I-E-S-A-N-I-E-E-A-N-I-E-A-N-I-E-T. I'm trying to reject you. You're trying to reject you, dear brother. Also, ich meine Frau von der Frau, nicht nur Angst oder Angst, oder Kraft, oder oder Druck, oder Angst. Nein! Die Frage ist die Frage, die du verständigst. Hast du das, was du er ist? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn du jetzt fragst, was du jetzt? ich weiß, das ist hierbar zu verstehen. auch noch? Ente, du hast es Tellfeu. will du dein Gebrauch an? Es war geen Gebrauch im Gebrauch. Ja, du musst du mit einem Gebrauch damit wissen. Aber dann muss ich wissen, in zwei im Gebrauch in den Hafeuern Wenn es das Geschichte ist, dann ist es nicht so schade. Es gibt ein bisschen wasser, wasser. Und wasser, wasser. Es gibt einenusschadellten. Wenn du dich, liebe Frau, das ist, dass diese Haadeath, wir machen von den Koran in den höheren der Fall. Du hast es gesagt, bei der Koran eingestellt. Du hast es gesagt, bei der Karte? Ich hab es gesagt, bei der Almagy? Ich hab es gesagt. Das ist es gesagt. So, guys, brother, okay, Habib, Tekram Aynak, my brother Flexa, he said, I asked him this same question I asked in English, for you to know what we're talking about, so he said, first of all, you have to know there is two type of Hadith we have, right? Okay, if I prove it to you now, the Hadith, for example, Allah has a two right hand, is a high authentic, same as Koran, you will accept it, he said, prove it to me, let me translate. Also, Leute, es geht darum, wenn jetzt Ahmad den Ibn Aisha beweisen tut, dass Allah zwei rechte Hände hat, was machen wir dann? Er sagt, okay, dann zeig es mir, ja, und das werden wir ihm jetzt zeigen. Es gibt etwas, was er nicht gesagt hat. Wie bitte? Es gibt etwas, was ich, ich wollte ihm sagen, es gibt zwei Meinungenverschiedenheiten für diese Sache. Ja, eine, eine, eine Sekunde, also wir werden dir jetzt anhand der Hadith zeigen, dass Allah zwei Rechte Hände hat, because I know the Hadith as well, that Allah has two right hands, so, we're gonna show it to you. So, we're gonna show it to you. Es ging darum, dieses, äh, also Shushara Hadith und Sahih, und jetzt will er ihm beide zeigen, mit ihm halt beweisen. Okay, let him ask me, what's this? Fadda, Fadda, Fadda. So, brother, he accepted now the Hadith, he said yes, he accepted, Allah has to write him. Okay, let me ask him, give him the complete question. 1 3 4 5 7 9 11 11 11 14 22 Ja. 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 anza the**. Therefore, the name and the figures? Didn't you give it the allora? Was it and the two!!!! No means they they are dragging their bodies on self? No. The big non-series, the karim etc. Are you going to be railroaded aside and megis? Ich spreche über das Wort und das Wort. Also, wenn ich sage, dass Gott sei, und wenn ich sage, dass Gott sei, dass Gott sei. Es sind zwei Nase von Gott, richtig? Entschuldigung. Gut. Jetzt habe ich eine Frage für dich. Allah ist Mordel. Ist Gott von Gott von Gott? Von Gott von Gott? Ja, ich sage, dass Gott sei. Entschuldigung? Entschuldigung. Herr, ich frage ihn, er hat gesagt, dass Gott sei von Gott sei. Und dass Gott sei von Gott sei. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, dass Gott sei. Das bedeutet, dass Gott sei von Gott sei, weil er ein Kreator ist. Ja. Gut. Jetzt die Frage ist, wir haben ein Attribut von Allah, er ist ein Deceiver. Also, ich frage ihn. So, we admit it, we prove it. Allahs Attribute, die er natürlich verfügt, ist ein Attribut der Verführung. Also, er ist ein Verführer. Einer seiner Attributen. So, Ibn Aisha. The question is, let me give you the question. You didn't got it, my question. So, when I said the name and attribute coming from Allah bin. Right? So, Allah, one of his attributes, he is deceiver. So, the question is, Allah bin is deceiver? Wow. So, Allah is one of his attributes. Is Allah, one of his attributes, the one of his attributes, the one of his attributes. صفاته من ذاته وأسماؤه من ذاته أحد صفاته المضل هل الله من ذاته ذات الله مضل؟ Entschuldige. Jetzt kannst du nicht wirklich nach der Kur'an oder nicht aber du wirst du wissen, dass Allah nicht mehr zu erinnern, dass er Allah am besten Ja, hallo, also Ich frage es. Okay, okay, thank you, out. You can't speak here. Okay, out. Okay, Ibn Aisha, keep going. Was I supposed to? Ibn? Was I supposed to? Was I supposed to? Alles good, speak, speak with Ahmad. It was a chance. So the brother Ibn Aisha, he came to respond about my question. He said, we know according to Quran, Allah is the best of deceiver. So he destroyed Allah without understanding what he's talking about. You 끝�ury. No, no. Bro, you were right? What? You, you're right? You, you, What? What did you ask about? You, you say You said, have I reached out. That's one. You said, ya? You said, equals Allah is the best of quote. Right? I said,IMA is the best of Quran. Very good. das heißt, Allah hat vom Satan gelernt, der beste Täuscher zu sein, Leute. Ja, Ibn Aisha, du redest mit jemandem, der viel Ahnung hat, gehöre ihn lieber gut zu. Okay, er möchte dir jetzt einen Vers zeigen, um dir das zu beweisen jetzt. When Allah asks the angel to prostrate to the Adam, and Shaitan, he didn't prostrate. And in a verse, Shaitan spoke with Allah, he said, Oh Allah, since you mislead me, I will mislead him all. So Allah, I mesures you right away. If Allah misleed the shaytan, deceived him. Who is Allah? Shaytan is a poor person, poor created, poor creation. He didn't do anything. Allah deceived him. Let me give you the first brother and read it in German, please. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Because I want to give you the brother Flexa, dear friend, I want to give you everything to you. Okay? But please give me the verse and give you a moment. So, the brother gives us a verse to emphasize it again, to prove it again. So, Flex, take a moment, please. One, two, three, seven, so. Brother Flexa, God bless you. This is Surah Al-Hajar. Surah Al-Hajar. Give me one second, my brother. I'm opening it. Hold on. Okay. Give me, give me one second, my brother. I'm gonna open it. I have a second question. You're right. Surah Al-Zumar, right? 15, 15, 39. Al-Hajar. Ah, you mean Surah 15? Yes. Surah Al-Hajar. Okay. Give me, give me one second. I was thinking 39, 15, okay. Al-Hajar, okay. So, which verse? Let me read it in Arabic. 39. Okay. Let me read it in Arabic. Okay, I'm gonna read it in Arabic. So, Satan, yes. Okay. Also, er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen. So, Allah does the same attributes as Satan does. No. Allah, he teaches the Satan how to deceive. He teaches the Satan. Yeah. Yes. Because Satan learned it from Allah. Let me read it again. Let me read it again. Flexa, what you need to tell the German people is that Satan is a victim of Allah. Satan is a victim of Allah. I will go down, guys, because I have to go take care of my children. God bless all of you. Thank you, guys. I have to go. God bless you. Rabbi Barkak. Yeah. Okay. So, I'm gonna read it again. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihn ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen. So, Allah gives him, man, this is crazy. This is crazy. Und an sowas glaubst du, Ibn Aisha? Ah, ja. An sowas glaub ich. Und das bezeuge ich, dass es das Wahre ist. Wie kannst du etwas bezeuge... He said, he's a witness that this is the truth. How can you be a witness? Wie kannst du sowas bezeugen? Denn weißt du, weil es die Wahrheit ist. He said, it's the truth. Ahmad, he said, it's the truth. So, Satan here, he's a victim, right? Nein. So, because Allah deceived him, right? Er fragt mich, ob Satan ein Opfer ist von Allah. So, he admitted, Satan he's a victim, and Allah deceived Satan. So, according to what, Allah will judge Satan. Wie kann es sein, dass dann Gott Satan verurteilen wird, wenn er ihn doch selber getäuscht hat? You can tell me. For all my friends, when I ask you somebody. She say it was beautiful, of name. You can tell me everything is in the context. Yeah, you can tell him something. Whatever the default is to be. You can say it or Sans, even you can think of the Mir starting if it can beBon was eg Caleb. So I asked him the question my brother Flexa, I said, for example, if I teach you how to lie and I push you to lie according to what I will come to judge you, for which reason? I'm your master. How can I judge you, right? So if Allah deceived the Satan and Satan didn't do anything because Allah playing game with the Satan, according what Allah, he would judge the Satan. Now we will heard his answer. I am. I am. I am. You guys talk Allah. I am just going to take some. He is not. 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 There is no single verse in Quran. Allah spoke with the Satan and he told him prostrate to Adam. Es gibt keine Ahnung, keine Ahnung, dass Allah von Satan sagt, was er sagt. Okay. So, ich frage ihn, Freunde und Freunde, es gibt keine Ahnung, in der Kur'an, Allah fragt die Satan, die zu Adam zu versuchten. Er sagte, nein, in Surah Al-Baqarah, ich sagte ihm, bitte, gib mir das, bitte. Because I memorized the Quran and I read the Quran more than a thousand times from the beginning till the end. So where the verse Allah commanded to Satan prostrate to Adam. He went to the Prophet Google to bring the verse. Okay, we're gonna wait for him. I think he's Googling. Yeah. By the way, I know which verse you wanna bring it. I know which verse. Okay, by the way, Ahmad. I'm finishing Google. I read it on Quran.com. Okay, Ahmad, I think we have someone called Sheikh Jabir. Do you want to debate him? Anyone, anyone. You are very welcome. Come. The first thing is, Ahmad, do you know who he is? What's your name? 30. Not 30. 34. No, God. Oh, that's also gone. He ran away. He ran away. He ran away. He ran away. He bring different ayah. He said this ayah. I told him no, because the ayah supposed to be verse number three. Not 34. Oh, he ran back. He's back. Sorry, my internet. Okay, on. Asura. Hallo. Ich würde, stimme dich nur bitte ganz über das Thema. Ich bin selber Moslem, alhamdulillah. Und ich möchte zunächst erstmal sagen an der Ibn Aisha. Bruder Ertz, wenn du nicht so viel Wissen hast, das ist nix gegen dich. Ich bin mit dir. wir sollten nicht mit ich habe gesagt ich versuche zu helfen und ich bin kein wissender ich habe gesagt ich bin auch kein wissenschaftler und ich bin kein ich sagte was der typ hier macht er bringt einen irgendwelchen ecken ok danke eben eben eicher wenn du die ach was er ist eh ich hab mich fest an dieser ich habe mir gesagt, ich habe mir auch mit C-Flexa ausgewählt, wenn ich ihn sagen bin ich bin ich ja kann ich nicht verstehen warum ich ihn mit ihm sprechen wenn ich ihn nicht wissen will ich ich weiß ich habe ihn nicht ich habe es zu verständen, ich habe ihn ich will es zu verständen, es ist ja, ich weiß es zu verständen Oh, der kannte ihn schon. Ah, danke toll. Ja, aber der wollte anfangen, der wollte anfangen, irgendwelche Scheiße zu labern. Das ist normal, weil der kommt nicht hier hoch, weil er die Wahrheit hören will. Er kommt, um ihn davon abzuhalten, dass Ahmad ihm die Wahrheit erzählt. Das war sein Ziel. Sein Ziel war, nicht hierher zu kommen, um mit uns zu diskutieren, weil er weiß, er hat kein Wissen. Er kommt nur, um ihn rauszuholen, dass er die Wahrheit nicht hört. Darum geht es einfach um. Er ist supposed to bequem to my Arabic Lifestream and manifesting cursing on a text. And he joined a couple times with me. Er war schon öfter in seinem Stream und hat ihn noch übelst beschimpft. Also dieser Tüte, den du gerade rausgeschmissen hast. Also er kennt ihn schon. Ach so, Ahmad Lawson. Das habe ich dir gerade gesagt, aber du hast mich nicht verstanden. Ich so der Kenntnis von vorigen Streams. Ja. Ich schreibe. Ja. Ich schreibe. Ja. Ich schreibe. Ja. Ja. So I gave it to him an example, I said, for example, if I said, oh, all Syrian people come out from Iraq, so the Iraqi people will come out from Iraq. Sorry, Germany? No, because the commandment to the Syrian, right? So here Allah, he command to the angels. Do you think shaytan, he is an angel? No, because Surah Al-Kahaf said shaytan from jinn. Shaytan, which means Allah deceive the shaytan because he didn't command to him to prostrate to Adam and he play game on shaytan, he came to judge him. Amen. Hey, Ahmad, this religion is a joke. I'm going to be honest to you. It's the biggest joke. I'm always saying if you feel you have a depression, have a bad day, just open the Quran, man, like a magazine, like a what we call like a Disney Disney man. Trust me like a Disney. You will laugh. Where do you say? It's good, my dear. The first thing is that Satan is in the middle of the world. He also has to be in the middle of the world. He still has to be in the middle of the world. My dear, he doesn't say about the world. He says about the gender. He says about the gender. The gender. The gender. Are the gender. Are the gender or the gender? The gender. All right. Okay, he said about the gender. The gender. Did the man Adam get a man or a man? The gender. The man. The man. The man. Is he a man or a man? The gender. All right. So the question, his brother, he tried to respond. I respect that because he tried to defend his Allah. Right. So he said because the devil at that time, Satan, he is in the angels level, right? So I said, so no, I said no, because here Allah is talking about the angels kind, not level. I said also, if Allah, when Allah gives command to the human, so the human is kind or level, no, it's kind. Why? Because we have an example, Jibril, when he become a man. The thing is, in that surah, Allah mentioned the angels and with the angels, I gave an example also. So let me give this example, I will translate to him in Arabic. So for example, we have example, Jibril, he become a man. A lot of times in Quran, he become a man. So when Allah said, don't commit adultery and include Jibril, no, Jibril, he's not a man. He become a man, right? In the level of a human being. So the command to the human being, the Quran for a human being, not for Jibril. Also the question is, is the answer to you, dear Lord, is there? There is another example, when Jibril got a man, he became a man, he became a man. So many in the Quran, he became a man. So the Quran is a man, it turned out to Jibril. He became a man, an man, it turned out to Jibril. No. He won't be a man. Yeah, but the Quran is a man who is für Jibreel. Zum Beispiel, Gott, wenn er in den Koran erklärtet, dass der Mensch verabschiedet wird. Hat dieser Verabschiede der Jibreel auch, wenn er ein Mensch geworden ist? Nein, weil er nicht ein Mensch ist. Aber es ist mit dem Mensch geworden. Genau? Genau. Was ist das? Was ist das? Was ist das Iblis? Was ist das Iblis? Hast du ihn verstanden, Ibn Aisha? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Ja, ich verstehe was er gesagt hat. Okay, ist gut. Iblis ist ein Iblis. Was ist das Iblis? Was ist das Iblis? Naam. So, warum wird Iblis unter Iblis unter Iblis? Die Frage ist, warum wird Iblis unter Iblis unter Iblis unter Iblis? On something, he didn't made any mistake. Yeah. Shaytan. Allah deceived him. Allah li dahlu wa agwa. Matel ma arayna l'ai anna wo anta. Alashu Allah biddu yigwi, biddu yi aqbul shaytan. So the brother he asked me about the proof about Jibreel. In chapter 19 verse 17. Chapter 19 verse 17, Jibreel he become perfect a human being. He has also male organ, Jibreel. I can prove it to you. Jibreel has what? Yes. And he washed his male organ in front of Muhammad's eye. He showed his male organ to Muhammad. Show us the eye. Show us. Okay. So in chapter 19 verse 17, Jibreel he became a human being. And now I will give you the Hadith. The question is, Muhammad learned the abolition. One second. Ah, haudu billah. Ah, haudu billah. Ah, haudu billah. One second. Also Leute, der Engel Jibreel hat seine Organe vor Muhammad gewaschen. Das ist krank. kinda die die? Ein Engel kommt. Un Engel kommt. Oh, Allah und an animal wirklich. Das ist krank. 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 Ah, ha 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 ha. Ah, ha 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 ha. Before I show the proof. Who teached Muhammad the evolution? Who teached Muhammad to do evolution? Jibreel. Who teached Muhammad to wash his male organs in evolution? Jibreel. Let me show you the proof now. Read it in Germany. Jibreel kam zu mir, als er mir zum ersten Mal offenbart würde und er lehrte mich Waschung und Gebet. Als er mit der Waschung fertig war, nahm er ein Löffel Wasser und bestrengte sich damit seine Geschlechtszell. Naam. So the source from Zayd ibn Haritha, the author of revolution, right? According which book? Jami' al-Sahih from Imam al-Albani. Right? Hadith number 67. Hadith is what? Sahih. 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 And Jibreel do you know according Hadith he had sex intercourts with Safiya. No ma amina'm tak ki? ohl. Anda mit temperature? Er sagt, dass der Engel-Jubil Geschlechtsverkehr hatte mit einer Sophia aus dem Koran. Okay, das ist sehr hart, aber trotzdem, Muslime glauben das nicht, Bruder. Okay, go out, you don't know anything about your religion. Look, you know what is very funny, Ahmad, you showed the Sahir, he just came in, Muslim glauben nicht, dass das, people don't believe, that this is, who, come on, man, this is Sahir. Der war besoffener, der war im Oster-Hadis. This is the authentic Hadith, man, Ahmad, he came inside, you know what he said, he said, yeah, but Muslim... Muslim came out from this live stream, go out, go out, Muslim, those, 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 right? Yeah. Same thing they're doing in my live stream in Arabic side. Ja, ta zufi lika, ayag ghasm. So, first of all, I have to prove to him, Jibreel, he used to come to the Prophet Muhammad in a form of Dahi Al-Kalbi, Muhammad's companion, right? And after that, I will show him the Hadith, when Dahi Al-Kalbi, Jibreel, fighting with Muhammad in one battle, and Muhammad gave it to him Safiya binti Huya as a right hand possessed, to do dingy dingy with her. Let me show him this first. And stuffed, oh my God, this is insane. So, first of all, my beloved, I will show you that Jibreel was bringing the Prophet's temple to the Prophet, the Prophet, and the Prophet, the Prophet, the Prophet, and the Prophet, the Prophet, and the Prophet, and the Prophet, and the Prophet. ist das? Ja. In der Kirche Kirche, die Kirche Kirche für die Kirche Kirche. Ich möchte die Kirche von Osama bin Zaid. Herr Akhmad, kann man den Hadith zeigen? Weil die Leute fragen, für Hadith, bevor sie sagen, du bist schweig. Und bevor er Akhmad verändert die Kamera, ich möchte sagen etwas an Ibn Aisha. Eben Aisha, all diese Dinge, die du heute hörst und siehst, wie kann es noch sein, dass du immer noch in dieser Lehre bist? Also wenn mir jemand das zeigen würde, ich wäre Atheist. Okay, Ahmad, go. Ready? Yeah, we are ready. Okay, so lange nicht, dass es Atheist ist. Das Buch ist die Wahrheit, die Sonnens und Musnads. Musnads, which means this is a book, this book has everything, authentic Hadith, this book, right? Part 1, page 195. So here, Jibreel, what? Die Jibreel-Rachstammung ist von Dahya Al-Kalbi. Okay. Auf die Autorität von Osama bin Said, möge Gott ihm zufrieden sein. Da sagte, Jibreel kam zu Prophet, möge Gottes Gebet und Frieden auf ihm sein. Und bei ihm war um Salama. Möge Gott ihm zufrieden sein. Und er begann zu sprechen und stand dann auf und der Gesandte Gottes Gebet und Frieden sein auf ihm. Sagte, nein, Mar-Salam, wer ist das? Sie sagten, das ist dir, sagte um Salama. Bei Gott, ich dachte nicht, ich wäre jemand anderes als er. Ich bin der Prediger des Propheten. Gottes Gebet und Frieden sein auf ihm hörte ihn, der Jibreels Neuigkeiten überrascht. Okay, so from hada al-Hadith, ente arifet, wutakadet, innu Jibreel kana yatei Nabi fi surah Dahya Al-Kalbi, sahabi. Sah? Ja. Mag. Yani Dahya Al-Kalbi, huwa Jibreel. So which means a brother. Jibreel, he used to came to Muhammad, Prophet of Islam. He used to came to him in a form of Dahya Al-Kalbi. Which means, if anyone saw Dahya Al-Kalbi, he saw Jibreel. Right? Because Dahya Al-Kalbi, he is Jibreel. So now I gave him Hadith, when Muhammad gave it to the Dahya Al-Kalbi, Safiya Bintu Huyayi. Wow. The Sheikh wants to debate you, the Hamza. Hamza, Sheikh wants to debate you. I'm ready. I'm ready to talk about Allah. No, no problem. I told you to ask me, I have a question for you. You're a Muslim, you're a Muslim, you're a Muslim. Or X Muslim. Hamza, you can own your Islam. I'm ready to ask you, I'm ready to talk to you. I'm ready to ask you, are you a Muslim, without that fear in the move? And you're ready to understand what is Muslim and identity or Islam? No, but I ask you You aren't taking Islam on a damn, not to get one of the critics by the damn. There's no religion that doesn't deny that fear. nur die Augen zu verwenden, die Augen zu schreien. Er kommt die Augen zu schreien? Die Augen zuoamort wird die Augen zu schreien. Head an? Ich verstehe nicht, ich würde mich an wissen, was ich ich kenne, dann würde ich, wo ich mich jetzt zu einem Ausatmen sagen muss. Hast du mein Hakism? Hast du dasNING? Ja, ich werde ja sagen zu unserer K jung. Ist der Zunub aus dem Islam zu retten? Nein, ich habe eine Frage, mein Lieber. Ich bin Ahmet. Er ist schrecklich. Du siehst? Er hat nicht die Wissen, Bruder. Er hat nicht die Wissen. Nein, nein. Ich bin Aisha, er hat eine Frage gestellt. Er hat eine Frage gestellt. Er hat eine Frage gestellt. Und ich antwortete. Ich frage die gleiche Frage zu Hamza. Und Hamza ist, er hat mich aus meiner Frage gestellt. Das Frage ich Eben Aisha gestellt, nicht meine Frage. Er hat mich aus der Frage gestellt. Er hat mich gefragt, dass sie mir die Frage gestellt. Er sieht? Okay, eine weitere Zeit. Okay, eine weitere Zeit. Eine weitere Zeit. Mit dem Redezeit, dass Sie das tun, obwohl sie nicht genug Wissen haben, Sie zeigen ihnen das. Ich liebe es ihnen das. Okay, Hamza, Hamza, Ich bin ein Moslem. Und wir haben, zum Beispiel, Bashar al-Assad. Er ist ein Verletziger. Ich habe nicht gesagt, Bashar al-Assad ist ein Verletziger. Das macht mich außerhalb des Islam? Nein. Also, wer ist der Taghut? Herr Hamza, according zu Islam, wer ist der Taghut? Das war nicht so. Ich habe mir, ich habe dich zu Hause. Ich habe mir vor, ich habe ihn. Ich habe dich zu Hause. Ich habe mich für dich nicht zu sagen. Ich habe dich zu einem Menschen in der Taghut zu denken? Nein, ich habe dich zu sagen. Und wenn du dich zu sagen? Ich habe mich im Namen, Herr Hamza. Ich sagte euch, er sagte, wenn ich nicht verabschiede bin, der Kriminelle. Ich sagte ihm, according to your Prophet Muhammad, even if you stole and commit adultery, also you're still Muslim. So, do you want me to show you the Hadith? And Brother Hamzeh, he don't know this Hadith, because I told him Brother Hamzeh, continue the Hadith, he doesn't know. After what? After what? After what? Hamzeh, today you're gonna convert to convert to Christianity. I'm gonna show you. I'm not sure you didn't have a question. Habibi Ibn Aisha, welcome to you. You're welcome. You're wrong. How do you think you're Muslim? I'm not sure you're wrong. I'm asking you. It's all fine. It's waste of time, Ahmad. It's waste of time. He's wasting our time. He doesn't have an answer. He has a question. This guy, he came to debate with me. He said, I have a question. How about our question? Hamza, why are you Muslims always scared? If a Christian asks you questions? Why? No, I'm not scared, bro. Who said that? Okay, so if Ahmad asks you a question, just answer him. No, Ahmad is running away from the conversation. Your religion, right? Yes. Yes. Okay. Are you 100% sure that the God you worship is a real God, right? Yeah. 100%. Okay. So what if Ahmad proved to you that your God is limited? No. Can you prove to me you don't know about my God? That's the problem. Can you please answer my question? Can you stop? Yes. I want to debate with Ahmad, please. Talk to a dancing like a prophet. Please answer my questions. Let me talk with Ahmad. You don't have any knowledge about Islam. Ahmad. I have more knowledge than you. I want to debate with Ahmad. I have more knowledge than you. Your God has two right hands. Come on. You worship God and has two right hands. No way. No way. I don't believe in those Hadiths, bro. I'm only Muslim. Are you a Sun or are you a Shia? I'm not a Shia. I'm not a Sunni. I'm only the Muslim. What are you talking? This is what I'm talking about, bro. I'm not one of them. I'm not one of them. Ahmad, I am so done. Okay. Ahmad, I am so done. Ahmad, you go ahead. Go ahead, Ahmad. Okay. Okay. Let me finish with you. You don't have the knowledge. Okay. I will speak with Ahmad. Okay. Ahmad, can I ask you a question, please? Go ahead, Habibi. Go ahead. Okay. When you were talking about Ibn Aisha, you said that God didn't give up the devil. 100%. The thing didn't give up the devil. The thing came to the devil. The thing came to the devil. For example, when we talk about Albania, we say Albania. But in Albania, there are people who live in every country. Is it not like that? All right. Okay. Open the book of Iranian verse, verse 11 and 12. I'm 13 and 12. What do you say? I'm 15, I'm 15, I'm 15. I'm 15, I'm 15. Man. gle me. Und dann haben wir diesen Gelegen. Er fragte mich zu überprüfen, die Sura Al-Araf 12, 13. Ich sagte, Mann, einfach überprüfen, ich kann es überprüfen. Er hat es überprüfen! Ab es geht auf, was ich sagte, dass du das, ja Ahmad! Wir lesen, Klaus, überprüfen! Okay, wait, wait. Er hat einen Beispiel gesagt, Er sagte, so now if we command it to the Germany people, so Germany people have a different kind of people from different, you know, age and gender, correct? Yeah. Hamzeh, correct? Naam. And in Surah Al-A'raf, which verse you recited? You said 12-13, correct? And you went, wait, wait, wait. Okay, wait. He said, Surah Al-A'raf. Hamzeh, are you tap dancing like a prophet? Bro, he gave me verses and he go to other way. Stay on the verses. Verse 12-13. This is 12. And 13. So now here, he said, Allah said. He spoke with the Shaytaan. He said, why you didn't reprostrate to the Adam if I commanded to you? So now my question is, where the verse in Quran Allah commanded to Shaytaan? He judged him according something he didn't command it to him. He said, where is the verse in Quran? The Lord commanded the Abel to go to Adam. The Lord commanded the Abel to go to Adam. The Lord commanded the Abel to go to Adam if he did not take the law from the Lord to go to Adam. He said, what is the word? Okay. What does that mean? The Abel to go to Adam. There's no word called Abel. Abel is. Abel is. Abel is. Abel is not the name of Abel. scheich no he is run away bro ahmad is run away i'm not a liar i'm not a liar ahmad is run away from this okay okay let me run away from this can you tell me can you tell me the difference between iblis and iblis bro why you mute me because you are coward bro this is just awfully you have no i'm not bro this is unfair you have no knowledge so can you tell me this surah surat al-arab okay i prove these people bro you're just fighting with something you doesn't have it doesn't have knowledge okay okay go ahead go ahead so you said iblis you don't know how to read arabic his name is iblis iblis coming from where can you tell me what the meaning of a please in arabic language go ahead yeah hamza sheikh can you please tell it the meaning in uh arabic language come on let's go sheikh yo sheikh show it to us yallah aziz imam imam al-shafi said ma naqsh tu alima illa wa galab tu wa ma naqshani jahilan illa wa galabani atabani which means imam al-shafi said i did not debate with any scholar all i will destroy him all and i did not with someone doesn't have a knowledge coward he will destroy me because he's a jahil it doesn't know what he's talking about absolutely he will destroy me by his dumb answers questions ah imam al-shafi said that muhammad bin adresa al-shafi said that not me yeah so hamza prove it to us in arabic come on yeah tell me what the iblis meaning he googling now he googling he's he has no answer he has no time look i'm gonna make myself big to make the show even better look i'm gonna show you something hamza don't do the tap dance huh show us the word iblis in arabic and and we're gonna see if we're gonna tap dance now so yeah show it to us we are waiting hamza stop googling yes hamza you are you are me why you mute me why you listen a lot of we are waiting for you bro this is unfair we okay show us the word we cannot debate like that okay let's debate now show us the word iblis is in arabic i asked you sheikh and i say can you please tell me what the mean of iblis he ran away from this question just answer what the mean of because you gave me different okay let me explain something guys for your understanding let me explain something okay if he is a jahil you let me know i throw him out okay brother trust me he is a jahil okay uh brother flexa if i said god and i said the god what the difference between both worlds god and the god is that there's a difference yes the god meaning the creator right the god god creator i can mean god meaning i can mean it uh god of the house the father i can mean it a lot of meaning they have a difference this guy doesn't know the difference between the iblis and iblis how can i debate with him okay he doesn't know he tell me what the what the meaning of the iblis there is not such a word in quran named the iblis but can you tell me what the iblis meaning so do not say any more time the iblis say iblis done yeah iblis meaning this okay iblis meaning someone he is uh in english what we get yeah iblis came from palace palace which means uh what we could explain it in english brother i'm trying to explain english when i have um you know uh for example i hope god to give me power and in that time after a couple times that hope is gone my hope is gone what we call my hoffnung is verschwunden gegangen that meaning of iblis iblis coming the word coming from arabic language balassa balassa meaning isa got it mr hamza naam alhamdulillah jesus finally so tell me where in your quran where in your quran allah commanded to iblis to prostrate to adam go ahead habibi yeah iblis again iblis man man bro bring some sheikh bro i'm done i'm finished with this guy okay he's out he's playing bye bye hamza bye bye do the takia somewhere else kj kj1 cannot debate with university student i teach and i explain it to him for he understanding is still dumb like before like i didn't explain it everybody here explain it everybody yeah except hamza and he make himself as a chef what kind of understood what you said but the problem is he didn't understood what you said i think he is it's not religion sheikh they didn't even come up to debate with you they come i came up with not even attacking in person yeah but not with no knowledge at all you know so uh that's why i told you i have respect for you that you sit there and take your time for those people even though they don't know okay yeah do you know let me give you some story to love we have a muslim yes for you ahmad we have someone for you tayma how are you uh she came for donation bro she came for donation she came for donation he knows her thank you let me give you funny story i believe everybody will laugh tell you know like a drunk okay let's go you will laugh you will laugh will be like laughing till you'll be like a drunk like a dizzy i will give you a story from quran yeah if i go to surat and nas surat and nas i believe chapter 113 i believe let me double check yeah i did also be robin as yeah yeah munkin naqriya bil almani please er hat er sagt er hat jetzt eine geschichte die sehr lustig sein wird ihr werdet 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 ihr auf deutsch was bist du was bist du ich bin christ also ich bin kubtio orthodox ich bin in ägypten aufgewachsen ja haula wala kuhwe kaila bill und dort ist ja so dass viel mehr muslime da sind und so jeder 14 ist irgendwie erst so ich bin in der grundschule dort erste bis dritte klasse und ich war der einzige christ in meiner klasse und ich bin so benachteilte in meiner klasse das war echt krass wow okay kann man sich in wachit mit der madrasse und kann er dir sagt er will kann er war hit masi hin bis auf eine kirk kann ja also ja nie da aber allerdings ich bin schon richtig lang drin ich bin so seit drei stunden oder so drin und ja schon was angesprochen so mit 99 namen aber wir sagen doch auch so in christentum sagen wir doch auch so der barmherzige und so haben doch auch so richtig viele namen für den ja klar wir haben aber keine 99 namen aber das ist ja nicht sein name das ist wie sagt man das also das sind titel die man ihm gibt der barmherzige der glägevolle der gnädige weißt du aber wir sagen ja auch als christen allah das heißt ja übersetzt gott elohim übersetzt auf arabisch ist allah aber wer ist diese alarm das ist unsere frage so wer ist der und in der torah lesen wir ganz deutlich jahwe und dann in jill halt lesen wir jesus und er bekennt sich auch als er sagt vor abraham ja ich bin der ich bin also aber dass im koran kommt das nicht vor und deswegen sagen wir ja wer ist denn der gott von koran wenn der gott von koran sagt dass er auch der gott von der torah und von der bibel ist weiß ich meine ja ja so aber ich bin manchmal so am überlegen weil wir so arabische kristin so koptische orthodoxe oder die aus syrien die kristen die sagen ja auch so und so sagen wir auch ja das kannst du ein bisschen an Aحمed Franck. Aحمed هو عم بيقول هلأ آآ كيف يعني نحن المسيحين من سوريا من من مصر وهيك ليش نحن عم بقول نشكر الله والحمد لله. يعني هذا شيء مظبوط ولا غلط. أحمد القرآن. أحمد رأيك. أحمد رأيك. أحمد رأيك. أحمد رأيك. باللغة العربيandaعك. كلمة الله. مصطلح لأن العرب ما بيفهمو للخالق سوا هذا الاسم. ونحن منا عرب لكن عايشين مع العرب. Er sagt, hast du verstanden, wo haben wir viel vom Arabima? Ich habe ein bisschen verstanden, dass sie irgendwie kein anderes Wort für Gott haben. Die sagen halt einfach Gott, weil sie nicht besser wissen, weil die zwischen denen aufwachsen. Ich habe ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel. Jetzt, in Deutschland, die Menschen sagen Gott. Die Hindus sagen Gott. Die Abbaid der Bekir sagen Gott. Die Abbaid der Teess sagen Gott. Die Messiehien sagen Gott. Die Jews sagen Gott. Die Muslims sagen Gott. All die Menschen leben. Nein. Ja. Aber zum Beispiel bei mir in der Kirche. Ich gehe in eine orthodoxe Kirche und da sagen wir, weil mein Arabisch ist nicht so perfekt. So ist gut, aber es ist nicht so perfekt. Und manche sagen dann Allah und manche sagen Rabbina. Und ich verstehe nicht, was die dann so, was der Unterschied ist. Ahmad kann answer you the question. Er sagt, wenn er zur Kirche geht, sie sagen Rabbina. Und dann haben sie gesagt, was Allah? Ist das auch die Kirche? Ja. Ok ok. Ja. Ja. Ich bin Toronto. Kanister Ladrak. Toronto? Ist das auch gemacht? Ich bin Twitter. Ok, das ist das andere kiele. angeles okay wir machen weiter weil wir haben noch ein paar andere leute danke schön dass da sein durfte ein problem kein problem okay flex ich bin sofort zurück ja ich bleibe in arbeit von sofort zurück so okay so let's see if my by the way Ahmad we can see even the shares can't even debate you if they see you they're like this look because they have no knowledge bro there was a study on the motor those only studying motor and the breastfeeding ten times an adult that's it they're studying for car only how to wash your male organ how to wash your AS how to wash your leg and which leg you entering to the bathroom that's it don't study this stuff and if you want a divorce and if you want to merit that's it they didn't study Islam amazing amazing that's crazy you said you wanted to show us something very funny that the people wants to know yeah let me give you that story before I'm gonna try to found the interpretation because they deleted for that for that reason I'm buying book trust me because this interpretation deleted from Imam al-Tabari Imam al-Tabari he is the first authentic high scholar interpretation in Islam in Imam al-Tabari he is a Salafi yes he is a Salafi yes he is a Salafi and he explained it and preached it and teach it Allah names and attributes he's a greater than Ibn Taymiyyah who is Ibn Taymiyyah who is Ibn Taymiyyah in front of Ibn Jariir al-Tabari? Tabari is greater than Tamiyyah? yes yes okay Imam al-Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah he is nothing a front of Ibn Jariir al-Tabari this interpretation you used to be in Tabari but I didn't found it but I will found it from other way let me tell you the story today today I learned something new so Tabari is higher than Ibn Taymiyyah yes okay 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 yes if anyone if anyone said no from Sheikh I believe there is a lot of Sheikh in your live stream come prove to me um is not correct we have so Ganjubi Ganjubi hello yes hello are you a Muslim or Christian of course I'm a Muslim um uh asked a question earlier he said uh where in the Quran that Allah told Shaitan to yes please fix your mic fix your mic because it sounds like your microphone is from 2000 before Jesus please fix it oh man Ahmad yeah this is the truth fix your microphone please fix it you can hear me now yeah please fix your microphone because it sounds like like it's ahead of 2000 years ago before Jesus Christ it's not like a record right now that's that's not not an issue really um however he asked a question earlier he said uh show us show me in the Quran where Allah has told Shaitan to do Sajdah to Adam alayhi sallam yes okay you you go to Surah Kahf well please do not say this because my ears are gonna be like oh Jesus Christ that's that's your problem if you ask a question it will be it will be answered and it will be answered in my own time when Allah commended to the angels listen listen let me finish the verse okay are you manifesting as your prophet right now I beg your pardon are you manifesting like your prophet right now you are very stupid if you want to have uh um a conversation if you want to have a that's fine don't be stupid read the verse again in Germany please i'm not a german i don't speak read it in germany because this is germany live stream or in english no problem uh i can i can i can read it in english no problem i can go ahead go ahead no no before you said anything wait let me finish read the verse and explain it after first of all first conversation or do you want to just speak habibi trust me we need it we want to we're looking for conversation but before how come then habibi just calm down when i just second give me second give me second just second just give me second how come you explain something you didn't recite it yet it doesn't make any sense recite the verse in english and go explain it go ahead i will mute my mic we don't but recite it first for your information um we don't recite in english we recite in in arabic quran is okay can you please give us the verse in english oh bravo bravo which means Allah doesn't understand english thank you he's speaking only arabic now now that someone that knows something has come you now start bringing jocks and okay so bring it in english bring it in english no problem i'm doing exactly that why are you interrupting me 150 times okay we are waiting for you no worries and we say and when we say we told malika prostrate to adam they all prostrated except iblis iblis that is shaytan kana minal jinn he was from jinn he refused the command of his lord so shaytan was actually in the gathering of angels and he was told to he was given the command to prostrate to adam alaihi salam do you take uh do you take uh do you take him or durriyatahu and his kids as 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 your your partners your your wali except like without me instead instead of taking me as as your friend you're taking shaytan and he is your um he is your um enemy and what a bad uh exchange for those people who are who have oppressed themselves and then we go to surah al-hijr wait 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 what does zulama meaning a volume zulama in which language that farisi no it's english so you said zulama there is any word in far in english yes there is called zulama what does zulama meaning in english uh are we here to do you want me to answer your questions bro bro are you are you sure you're a sheikh let me continue no no before before are you sure are you sure are you sure you are a sheikh i'm not a sheikh i didn't name to be a sheikh yes now good you are a student of knowledge so you are a student of knowledge i do i do i i definitely do have knowledge more than okay okay cool cool calm down okay this is not right this is not this is conversation right so an angel allah created the angel from what allah created angel from light bravo and here shaitan from what allah created shaitan from what so he is from which kind shaitan from the angel kind or from the jinn kind is from jinn so the commandment of your allah from the beginning yes so the command this yes brother why why you don't why you don't why you don't why you don't want to have a conversation why just keep talking over me just chat with me don't talk over me chat with me okay okay so now allah and can you can you please let ahmad speak he talked enough and i gave him chance to talk enough even and during my time i'm giving him a chance to talk okay mr the command the command in the beginning of the surah command to who allah commanded to who allah commanded to who who is malaka which means angels right angels now so allah command to the angels and angels obeyed allah and the prostrate correct mm-hmm so where the command to the police the police is angel okay i'll ask you a question no 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 stay i will answer your question no 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 tell me you asked me a question do you want me to answer the police is angel no no i can't see i can't see the police is angel you you're asking me a question yeah let me answer shut up please okay you're allah shut up when when um you have a conversation with a fool when let's say have you ever heard of yad allah he will jama'a leave the yad allah now leave the yad allah we're not talking about allah attribute we're talking do you say do you think shaitan is allah can you shut up and have some respect do you want to have a conversation or do you want to do you saying shaitan is allah because you compare shaitan with allah we're talking about shaitan remember 150 times because i will mr mr shaitan we're talking about shaitan not allah i will educate you you fool educate me in mata only you can educate me in mata you shut up and only in mata so now you compare i throw him out because he is disrespecting you that's why i throw him out it doesn't rather he gave me example about allah and the question about shaitan he compares shaitan and you talk about allah attribute now about allah hand wow wow so what the is like why are you comparing allah hand with the shaitan it does make sense yeah absolutely does make sense absolutely does make sense the problem is if they don't have answer ahmad they start insulting that is the problems of those muslims they don't have anything to say anymore they start to insult and as long as he started to like uh disrespecting you i realized okay he's getting emotional so i just kicked him because it doesn't make sense i mean of course we were laughing i mean i agree we were laughing but when he started to uh you know insult that is a point where i say okay no this doesn't make sense to you know speak with this guy so yeah um maybe we have a muslim let's see this is the last guy about um a temporary greater than even 10 year yeah so tabari he died in uh uh second uh 224 after muhammad pass away even january somebody he died 224 even jerry rotabari he start to do interpretation and explanation and explanation right uh and start to prove allah attributes and explain it the tauheed as ma'i wa sifat the name and attribute before ibn taymiyyah 600 years so ibn taymiyyah he came after him 600 years who is ibn taymiyyah he learned it from ibn jarir tabari she has came from different donations yeah sure we are not hamas you have to ask the hamas for donations we are not hamas you have to ask the hamas for donations not us oh man this is insane no i'm back did i miss something yes you did you did you did shatter shatter do you wanna see sister uh julie and brother flexa do you wanna see in quran there is some allah greater than allah oh goodness and some allah take permission from other allah show us chapter 4 verse 64 quran read it for us my brother i can read it in arabic i memorize it okay but and let me let me bring it in english crazy 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 look here this is chapter 4 the females the woman yeah verse 64. now you will tell me before i ask i read it who's sending the messenger according quran to the old nation who used to sending messenger to the human being allah right yeah right according quran cool yeah let's see this poor allah let's see poor allah read und wir haben keinen gesandten gesandt what also um mit gottis allowedness to uh-huh go hoi she so which means who's the sender that's a contradiction that's a contradiction allah send the messenger to get permission from allah hey this is crazy allah he did not send any messenger except to put your bait by permission of allah so who's the sender here allah and who gave a permission allahu akbar if it's the same allah if it's the same allah we have a lot of verses a lot of verses he said by my permission for example when he gave a power to isa for he created he said he created by my permission why he said here by allah permission by allah which allah is speaking allah speaking and taking permission from allah to send messenger to be obeyed this is crazy you know what is sad that people allah take permission from other allah but amit can i ask you something brother sister julie just a good sister julie when the muslims saying subhanallah which allah meaning allah sender or allah give a permission to allah which allah meaning subhanallah sender or subhanallah give a permission which was can i ask you a question brother yes sister like i'm really interested you know and where was where was the point where you thought and where you said uh-uh this is not true this is not for me i mean did it take years or was it some kind of point where you saw something that you said no this can't be not not true this about religion about islam you mean yeah yeah where was the point where you from the beginning i have a question sister okay from the beginning i have a question because it doesn't make any sense for me okay but by sake of allah by fear from the hill fire we can't ask a question just accept it as is and deny your question allah will punish you allah will cook you allah will make you barbecue for that we all scared afraid yeah we have someone we have someone who calls ahmad a kuffar so let me see why he says he called me kuffar yeah i'm just gonna say he came to insult me okay okay this guy used to be game also last time do you remember him i think so nba we talked with him last time oh really you jahil oh really nba why why are we jails because you're not muslims simple okay are you are you manifesting as your prophet right now huh so the mother of muhammad she's a muslim no she wasn't she wasn't so she is a jahil too right muhammad mother she is a disbeliever no why you call me jahil because i'm not a muslim because so muhammad mother also not a muslim she is a jahil too because you're preaching against islam she wasn't so abu lahab is a muhammad uncle also supposed to be abu lahab muhammad uncle also supposed to be destroyed muhammad and allah actually he's not going into the hellfire and his daughter zainab can you tell me uh the name of uh his daughter husband zainab do you know him he went to the google come on man what was the question so muhammad has a daughter she's name zainab right yeah cool can you get me the name of her husband uh ali ali he's a husband of zainab say bye to the camera kick him bro kick him they were laughing on you bye bye learn about your islam man he doesn't know did he say yes he doesn't know ali married fatima not zainab coward handicapper and we are jahils right hey this is insane boom 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 oh goodness hey ahmad today we had such a beautiful show i'm going to be honest to you such a beautiful show such a beautiful show seriously this is this is this is islamist this is not normal this is so krank juli du kannst erzählen was du willst es ist einfach krank ist so ist wirklich so dass einfach world disney never happy end aber also schon respekt die ganzen leute die hoch gekommen sind hatten einfach wirklich keine oder wenig ahnung und haben einfach nur verteidigt ohne wissen und dann müssen müsst ihr euch vorstellen dann habt ihr diesen mann hier der diese ganzen bücher fast auswendig kennt eine maschine ist wirklich das christentum kennt den ganzen islam durch studiert hat und dann ich bin einfach ich habe einfach respekt dass er gerade noch sitzt und das noch macht so ja also heftig gott ahmad is number one he he rob christian samshamun number one diesen wirklich uh nummer eins i'm just waiting for samshamun to kick in in this channel uh ahmad by the way let me let me tell you a funny story brother why i ask nba this question so zainab she is a bigger daughter of muhammad biggest one right yeah her husband name is abu al-as ibn rabia abu al-as ibn rabia he is a kafir from quraish right and he didn't believe in muhammad and he used to destroy muhammad right and zainab choose to be where with her husband not with her father her father is a messenger of allah as a prophet she didn't choose to be with her father and he ran to his family uh his trip she went with him she leave it muhammad his daughter biggest daughter zainab she leave it muhammad and didn't if she believe in muhammad she's supposed to be choose muhammad stay with her father she leave it him and she went with her husband the kafir and her husband used to attacking muhammad cursing destroyed him and one day muhammad he captured him as a slave she came to her father gave it her jewelry to her father to take her father to get her husband from under muhammad hat sie musste ihren mann zurückkaufen von muhammad sie hat ihre ganzen juwelen und gold hast ihr alles abgeliefert bei ihnen damit er ihren ehemann freilässt weil ihr ehemann hat sich immer gestritten mit dem muhammad also mit dem propheten und die musste alles abgeben damit er ihren mann wieder freilässt ihr eigener vater das ist der prophet das ist seine älteste tochter und ihr mann der der hat nicht an den propheten geglaubt und er hat sich immer mit ihm gestritten die waren immer im krieg und dann war da was halt was passiert und dann wollte musste sie halt ihre ganze juwelen alles ihrem vater geben damit er ihren ehemann freilässt und die ganzen juwelen und alles was sie hatte hatte sie geerbt von ihrer mutter khadisha khadisha so if muhammad real messenger from khadisha was rich right oh she is billionaire at that time muhammad used to be bro without khadija muhammad doesn't know how to wash his body come on man khadija she sended masara her muhammad boss muhammad boss masara and she asked masara she said take this guy muhammad and wash him take him to the bathroom let him take a bath a bath and buy a new clothes for him man he's many dirty so two time in his eternal life only wash his hat ist body ja er sagt dass die frau von ihm die kardische halt sehr reich war und wo sie ihn halt kennengelernt hat hat sie als das erste was sie gemacht hat da hat sie gefordert dass er gewaschen wird und neue klamotten kriegt weil er der prophet halt nicht so nicht gehen ich aussah also der prophet hat sehr sehr gerochen gestunken und er wusste nicht mal wie man sich richtig wäscht und durch khadija ähm ja wurde er eben halt khadija she asked masara muhammad boss to take muhammad to the bathroom and for he wash his body so muhammad doesn't know by himself hmm or muhammad has a dirty smell stinky smell yeah according what according sahih al-bukhari so there is a doc died you know you know under what the woman says here she said it's because uh muhammad was uh very wise and that's why he didn't clean himself what what let me tell you this very wise mr very wise and there is some animal coming out from his head yeah what do you call the camel camel what do you call camel oh uh fleur fleur yeah yeah coming out from his hat yeah it's very wise man come on and also there is dog poppy died under his bed he didn't smell it he's very wise man am an und verstorben unter seinem bett und hat das nicht mehr gerochen and he used to drink as dirty stinky water a bear bedock and it's very wise man come on hmmm yeah and he had to drink as water getrunken yeah from the canalization so so mäßig that's why the beer canna she fan wadjahu alem may weißt du was ich wirklich verwirrend finde es wirklich dass man muslims so konfrontiert werden dass sie sagen mir das nehmen wir nicht an ach das stimmt doch nicht das hat das ist falsch und das ist richtig so ja so man jetzt denken weißt du was meine so die ja ahmed agessat äh قلteu jaani anna lech am bachar bett dennu viel nes lima anta bett krah halchi biu lula nixny mannacbel wala nixny am nirfett hadal hadith wala nixny am nukbel hadal hadith jaani fien nes biachdus shuma beden und bichalus shuma Ich weiß nicht, wie soll das? Das ist schwer. Das ist nicht muslimer. Ich weiß, aber sie sagen, sie sagen das. Sie sagen, jemand kommt hier, oder jemand kommt hier? Derjenige, du bist nicht muslimer. Nur, dass der Muslim glaubt in den Koran und der Sunnah. Wie sagt Allah? Allah sagt in Sürat der Nijm, »Wa ma yentok an el-haua in hua illa wachyun yuha«« Was bedeutet? Er sagt, wenn es gewisse Leute gibt, die z.B. sagen, die Hadith nehmen wir nicht an, oder sind nicht authentisch, oder suchen sich irgendwelche Ausreden, dann kann man denen einfach sagen, ihr seid keine Muslime. Weil sogar im Koran steht, dass wenn ihr gewisse Hadith, also die Wörter, die der Prophet gesprochen hat, kamen ja nicht von ihm selber, sondern von Allah. Und wenn man das ablehnt, dann ist man automatisch also kein Muslim. Okay, I need the verses, because when I debate with the Muslims, so that they can't run away, because even Imams, they deny Sahih authentic Hadith, because they say it contradicts the Koran. So if it contradicts the Koran, it doesn't matter, you have to still accept it. It's Sahih. I made one topic on my YouTube channel, Ahmad X Muslim in English. All that topic about the Hadith, and I prove it Hadith greater than the Koran. Yeah. The Koran is nothing in front of the Hadith, brother. Nothing. The Hadith upgraded the Koran. The Hadith explained the Koran. The Hadith judged the Koran. However, who said, if some Hadith contradict the Koran, only Shia Kuffar saying that. And Shia doesn't have authentic Hadith about this. Okay. For example. For example. Surah Al-Masad. Who is Abu Lahab? Allah didn't explain it in Koran. And his wife. Who is his wife? Who is Abu Lahab? We don't know. We have to go to where? To something greater than the Koran. Explain it to me. Who? The Hadith. Right? Which means Hadith. Explanation of the Koran. The Koran without Hadith is nothing. For example. Okay. Allah come into you. Did I tell you the Alman? Hey. Er sagt halt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr auf seinen YouTube-Kanal gehen. Da hat er ganz viele Videos, wo er das alles richtig erklärt also und auch breit erklärt. Und es geht halt darum, wegen den Hadithen und so, dass es gewisse Sachen hier... Problem ist, diese Tina, diese Tina, die hatten wir ja tatsächlich schon mal hier drin gehabt. Also Tina, du folgst eigentlich etwas, wovon du überhaupt gar keine Ahnung hast, Tina. Ich glaube, wir haben schon mal geredet. Ich habe dir auch schon ein paar Sachen gesagt, aber anscheinend liebst du es, die Lügen zu folgen. Deswegen, ja, das ist... Man kann Leuten nicht helfen, wenn sie an etwas sich klammern und, ja, keine Ahnung, die Lügen weiterhin annehmen wollen. Bitte schön. Ich meine, das ist jedem selbst überlassen, aber du musst im Klaren sein, dass dein Gott dir keine Antwort geben kann. Dein Gott kann, ähm, deine Gebete nicht hören. Diesen Gott, den du da jeden Tag rufen tust. Und, ähm, genau. Das ist einfach nur, weil du in der falschen Lehre bist. Ne? Das wirst du auch irgendwie... früher oder später wirst du es merken. Ja. Julie, sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Ne, alles gut. Also auf jeden Fall, der hat gesagt, dass ihr seinen YouTube-Channel checken könnt, dass er dort alles ausführlich, ähm, ähm, zeigt und, ähm, erklärt. Und, ähm, er meint halt auch, wie vorhin schon gesagt, dass, ähm, in gewissen Stellen im Koran, ähm, etwas gesagt wird, aber man nicht weiß, wer die Person genau ist. Und dafür braucht man halt die Haditha, um genaue Erklärungen zu haben. Das heißt, dass viele Haditha sogar wichtiger sind als der Koran und halt, äh, ja, wichtiger sind. Ja. Ja, der hat gerade seinen YouTube-Channel auch gezeigt. Ja. Das ist Ahmad's YouTube-Channel. Ich denke, ich bin bereits auf dem YouTube-Channel. Okay. Ich habe eine Haditha. Ich will Sie es dir. Ja. Sonan Abidaud, 67. Read es von deinem Seite in Deutschland, wenn du nicht mindst. Okay. Before wir saveen die Zeit. Sonan Abidaud, du kannst es finden in sona.com. Ja. Gib mir, gib mir eine Sekunde. Ich will nur öffnen meine Computer, weil ich es closed. Ja. 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 statute. people ask of the Prophet of Allah water is brought for you from the well of Buddha what is Buddha the name of where it is a well in which dead dogs menstrual clots oh my god really oh my e get either let me read it again oh I heard the people ask of the Prophet of Allah Muhammad water is brought from for you from the well of Buddha it is a well in which dead dogs menstrual clots and extra of people are thrown the messenger of Allah replied verily water is pure and it is not the field by anything this this guy is so nasty also hat gesagt das was sag mal auf deutsch bitte oh my god really water is pure also das wasser ist trotzdem pur und es ist nicht gefiltert defilt 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 auf deutsch defilt defilt via anything the field by anything gefüllt oderую zu filtrist perfilt ist doch nicht gefüllt def dir ford ja ich Ich fresse Wörter gerade, weil ich einfach zu lange gerade mache. Kleinen Moment. Der fehlt. Also im Englischen komischerweise verstehe ich das. Der fehlt. Oh mein Gott, warte. Der fehlt. So, we're gonna translate it. Der fehlt Schumana, too, Ahmed. Der fehlt. Okay, also der fehlt verunreinigt. Oh. Water is pure. Also da sind tote Hunde und Menschen, die da reingeschmissen wohnen sind. Er sagt aber, the water is pure. Ja. Also genug Internet für heute. Beautiful teaching for all Muslim. Bro, I will give you some better than this. This is nothing. Go to the Sunan Abidahoud 3841. 3841. 3841. 3841. Oh. 3, 8, 41. This is teaching for all Muslim around the world. Oh. 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 Yeah. And he washed himself in that dirty water, right? Sunan Abidahoud 3841. Yeah. Hold on. Hold on. I heard something like that, but I've never been involved with it. But now it's a bit of confirmation, right? Yeah. So this is the Muslim. Sunan Abidahoud 3841. Do you know what is really weird? I can't find this hadith here. Okay. Let me show you. I can't find it here. Allah. If somebody eating anything, please stop eating now. Till we finish. Stop eating, please. Okay. 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 This is Sunan Abidahoud 3841. So, Mu'mina said, a mouse fell into clarified butter. Okay. The prophet, please be upon him, said, was informed of it. He said, through it is around it and eat. Wait. Let me read it again. Go from the beginning. A mouse fell into clarified butter. Okay. The prophet, may peace, please be upon him. Yes. Was informed of it. He said, throw what is around it and eat. So, for example, if you're eating something, if you're eating, for example, hummus, 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 hummus came inside your dish. And the mouse fell into and eat it with the mouse. Yeah. A mouse came inside your dish. Just take the mouse out and clean around the mouse and eat. No problem. Oh, yeah. So wenn eine Maus in euer Essen fällt, schmeißt die Maus raus und ist einfach alles auf. Mascha Allah, Mascha Allah, Islam is a truth, my brother. Mascha Allah, Mascha Allah. Aber noch, wasn't there a verse, I heard something like that, I don't know if it's true, about a fly, when a fly gets into your... Yes, same thing, in Sahih al-Bukhari, you can found it. You remove one of his... No, no, just put it all the fly inside your water and dump it, no problem. Or put it inside your tea, inside your coffee, it doesn't matter. Ja. Mascha Allah, I mean, not to talk about anything, mascha Allah. If you want to know, for example, if you want to drink water or drink water, mascha, let it drink water, let it drink water, let it drink water, let it drink water and drink water. Okay, also er sagt, wenn jetzt eine Fliege in euer Essen oder in euer Trinken fällt, dann sollt ihr sie nicht da rausholen oder in Stücke reißen, sondern einfach die Fliege nehmen, ganz tief eintauchen lassen, ins Essen oder ins Trinken und dann einfach aufessen. Also Nehemi hat gerade geschrieben, dass das wissenschaftlich bewiesen ist. Nein, es ist es nicht. Das ist der größte Rotz, da irgendwas reinzutumpen, irgendeine Fliege in dem Getränk reinzutumpen und dann am Ende noch zu sagen, so, ah, jetzt, das ist doch gar kein Problem, let's eat and drink together. hoch nein 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 das ist alles gelogen und das fliegen halt dann ist ich hatte die gehen noch von alles auf alles drauf das wurde wissenschaftlich bewiesen sollte bitte hört in arabic side islam i nobody care about islam anymore i don't know your side the west side why they trying to learn more about islam and you know accepting islam for which reason if muhammad culture destroyed allah and they don't care anymore islam because it doesn't make any sense islam in arabic side in main language of muhammad in allah language they don't care about him if you came to my arabic life stream you will see minimum every time i'm six seven hundred person with me they don't care about allah nobody knows this religion so i don't know still take your uh brother in the west take time to learn about islam yeah the problem the problem is ahmad the problem is ahmad in germany here um most of the muslims they don't know their religion they just defend the religion but they don't know it and here in the west especially here in germany yeah they are super aggressive that means you just have to say allah and they want your address they want everything if you say muhammadan they 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 just want to kill you they they want to kill you i have it the brook uh from uh ibn thimiyah's uh tongue i have the book however who insult allah doesn't matter no problem allah he will judge him but if you insult muhammad he will honor life you should fly your head so who's a greater who's a greater because allah has messenger of muhammad why allah praying to muhammad so you guys praying to allah and allah praying to muhammad so save your time pray to muhammad directly why you wasting your time with allah yeah because you guys muslims are praying to allah and allah praying to muhammad save your time make it short pray to muhammad directly easy uh flex i have a question but my english is not enough enough you know do you hear me? we are not good if you want to ask a question it's no problem okay i hope jemand von euch kann das gut über übersetzen okay und zwar damals hatte ich einen kollegen der hat den islam verlassen der sprach perfekt arabisch okay und der hat mir ein hadith gezeigt aus muslimat ahmad und in diesen hadith ist etwas sehr komisches passiert und zwar hat er mir erzählt dass abu abu bakar und umar zusammen unterwegs waren okay brother und zwar dass abu bakar und umar zusammen unterwegs waren dann ging omar verloren und dann hat er ihn gesucht und dann fand er ihn unter leuten die die sich dins nannten und die beiden wurden von denen vergewaltigt und ich frage mich wo dieser hadith sind wurden sie vergewaltigt nein von den dins wurden die vergewaltigt ja von den dins von den dins ja genau ja und ich will ihn fragen ob er diesen hadith auch kennt weil das würde mich sehr interessieren den wieder zu haben dann gibt ihn doch diesen hadith gibt ihn doch diesen hadith das ist ja das ding ich kenne ich kenne also ich weiß nicht wo das ist genau in welcher nummer vielleicht weiß der das okay gib mir mal eine sekunde vielleicht finde ich das morgen flex bruder guten morgen wie geht es hier wo ich habe die ganze nacht geschlafen oder wie geht es richtig gut ich glaube ich bin eingeschlafen gestern aber nicht mehr du findest überhaupt ja nicht mehr wo wir sind weiter flex ganz kurz neben mir du findest in hadith weißt du wann wann wenn du endlich an die trinität glaubst und auffasst die gottheit jesu zu leugnen okay jetzt mal ohne spaß kannst du ihnen vielleicht kennt ihr den hadith ja nehemir weißt du warum faith das gerade angesprochen hat weil das ist wichtig dass du ähm dass du das hörst ja ich weiß man das ist ja gerade gar nicht das thema weißt du ja aber ich finde schon dass es wichtig ist dass wir darüber sprechen in gottheit jesus immer thema immer nehemir das weißt du ganz genau guck mal wir können anders sprechen über das thema aber jetzt ist musnad imam ahmad 3788 3788 hat der bruder gerade hier reingeschrieben um ahmad do you know the hadith or um yeah the hadith is called the musnad imam ahmad 3788 i have the book musnad imam ahmad okay so tell me what the had is talking about it's talking about djinn's having intercourse with uh yeah someone else i don't know whatsoever so if if you tell me okay the number is 3788 was bedeutet ob englisch feig gewaltigen difference in english i have it in arabic let me show you the book just seven in arabic yeah i have in arabic all musnad okay okay very good very good okay look here this is almost night this is almost night this is the book of musnad see musnad imam ahmad this and and this is a great green one also this is the short this is the complete i have it the musnad but we are we are as an arab speaker we know the hadith from the subject of the hadith not from number okay 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 naemia then we will continue on because we have a different topic but we will talk a different topic okay naemia ja okay aber kannst du also kannst du das dich übersetzen damit der bescheid weiß worüber erkennt er kennt den hadith aber aber das ist gerade nicht das thema weißt du also kennen tut er es auf jeden fall ja okay dann ja dann bis zum nächsten mal ja du redest ja darüber dass die vergewaltigt wurden sind von diesen jeans und ja und es bringt jetzt nichts wenn ich ihnen das jetzt sage mein gott ja der rate der jeans rate the people or whatsoever das ist ja nicht so wichtig gerade ja ich ja ja gut okay alles gut alles gut alles gut alles gut aber bruder bitte 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 lies nochmal die sachen die ich dir gegeben habe die verse ich werde dir verse geben bezüglich auch morgen bezüglich die gottheit jesu christi yahweh es gibt verse die eindeutig sind wie zacharia 14 9 ja wo drinnen steht auch und der herr wird könig sein über die ganze erde und an jedem tag wird er der herr der einzige sein und sein name der einzige und der einzige namen ist der herr jesus christus der der herrschen wird ist der ein einziger herr und das ist der herr jesus christus und in der offenbarung liest du es finden und da wissen wir genau dass damit jesus christus gemeint ist und jesus christus ist gott mein lieber verleugnet die gottheit jesu christi nicht bruder wenn du das leugnest dann bist du nicht gerettet guck mal ich helfe dir nochmal in sacharia ganz kurz nehemia in sacharia 14 9 lesen wir das nochmal dieser vers ist mehr als eindeutig und damit das weist auf einen einzigen gott den wir dienen und zwar und der herr wird könig sein über die ganze erde und wenn jesus christus wiederkommt wer ist der könig über die ganze erde jesus christus so an an jenem tag wird der herr der einzige sein und sein name der einzige und das ist christus er ist einzig und alleine okay darf ich darauf antworten oder da gibt es nichts zum antworten das ist die wahrheit bruder nicht regnen du weißt schon dass der sohn dem vater wieder später alles geben wird ja genau richtig aber er und der vater sind eins sie sind ein wesen sie sind trotzdem eins bruder da steht daneben zu doch noch johannes 10 30 ja aber jesus sagt gleich wie ich mit dem vater 1 bindet gleich so sollt ihr eins werden ja er sagt eins werden ist damit gemeint wir sollen diese lehre folgen und den herren folgen den herrn jesus christus folgen so dass wir mit ihm eins werden können oder ich mache ich mache gerade momentan bibelstudie okay und ich sage dir eins das was ihr da verbreitet das ist eine lehre bruder ok flex du sagst das ist anders gemeint aber du hast es nicht alles gemeint das theologisch sogar ausgelegt aber du hast gar keine felsen dafür flex 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 ich hatte schon das vergnügen mit ihm ich hatte schon das vergnügen mit seinem mit seinem boss neo der geflüchtet ist das ist nicht mein boss weiter wissen das ist nicht mein boss die haben genau dasselbe verständnis von der schrift wie muslime genau dasselbe sie sie bringen dieselben argumente und sie dieselben lügen wie muslime ganz exakt dasselbe flex guck mal wenn jesus sagt ich und der vater sind eins und dann später wenn du weiter dies erklärt er wie das zu verstehen ist direkt so wie ich mit dem vater eins bin gleich genau so sollt ihr untereinander eins sein du hast du hast es immer noch nicht verstanden ich lese es dir sogar noch mal vor aus dem ersten korinther 86 ich bring dir ich bring dir jetzt mal die bibel ein bisschen bei bruder okay so gibt es für uns doch nur einen gott den vater von dem all dingen sind und wie es wir für ihn und ein herrn jesus christus durch den alle dinge sind und wir durch ihn das heißt also jesus ist gott weil alles geht nur durch jesus christus okay darf ich darauf antworten warum leugnest du das immer noch was ist nein ich leugne es nicht nur ich sagst du dir auch in diese stelle und ich kann ihnen das auch beweisen durch professoren ist nicht so übersetzt worden wie es eigentlich übersetzt werden sollte übersetzungs fehler jetzt letztes übersetzt 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 von welcher sprache zu welcher von der hebräisch aramäisch von griechisch auf deutsch griechisch ich helfe dir ich helfe dir sogar noch viel viel noch noch besser ich gebe dir sogar noch einen ausschlaggebenden vers okay wenn du jetzt in johannes kapitel 12 vers es gibt sogar verse die kann ich schon mittlerweile auswendig in johannes kapitel 12 vers 45 gest worte lesen wir und wer mich sieht der sie den der mich gesandt hat aber jetzt geht es weiter jetzt wird es auch erklärt warum ich bin das licht in die welt gekommen auf das wer an mich glaubt nicht in die finsternis bleibe weil er gekommen ist damit wir ihn erkennen so dass wir was gerettet sind und nicht verloren gehen deswegen ist so einfach zu verstehen wo ist also wo ist jetzt der argument denn da jesus ist das licht der welt ok fertig ohne ihn kollege nehemian ohne ihn wir sprechen von einem einen einzigen gott die verse sind klar und deutlich bruder du hörst mir glaube ich nicht zu guck mal geh doch mal bitte in sacharia 14 9 da wird es dir erklärt wir dienen nur einen einzigen gott und wenn du die verse vergleichen tust die bibel ist wie eine wie ein puzzle ist eine bibliothek so das musst du zusammenfügen das heißt dass der herr jesus christus alles geht nur durch den herrn jesus christus ohne den herrn jesus christus deine ewigkeit kein ewiges leben für dich ohne herrn ohne den herrn jesus christus bist du verloren mein freund ja bist mehr loren flex schau mal es ist doch ganz ganz klar dass am ende der sohn dem vater alles übergeben wird zurück dann gibt es ja wirklich dann gibt es ja wirklich nur einen herrn zum beispiel sagte jesus den namen meines gottes und meinen neuen namen also hat das ist immer noch immer noch ein wesen und du sagst es gibt nur einen namen jesus mein name und den namen meines vaters aber wir können das nächste mal sprechen da kann sie das beste erklären oder 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 oje 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 hat das jesus gesagt oder hatte das nicht gesagt also jesus christus hat was gesagt ich und der vater sind 1 sein fleisch sein fleisch ist am kreuz gestorben okay wenn ich wenn ich bin ich warte warte mir bitte zu ein einer gibt mir nur eine minute noch nicht mal es ist ganz einfach ja ist der vater der sonne und der heilige geist es ist alles zusammen ein geist haben wir den vater der heilige geist ist der geist gottes ja das ist der der heilige geist ist der geist gottes jesus ist das wort gottes wir also die menschen haben hier als menschen erlebt gesehen und gehört verstehst du was ich meine aber er ist sein wort das heißt er gehört zum vater die sind zusammen eins verstehst du was ich meine aber ich gebe dir einen rat weil du bist sehr also stur und so ne fragt doch mal den heiligen geist wenn du betest sagt heiliger geist zeigt mir die wahrheit leite mich darin ich kann es nicht verstehen helfe mir zu verstehen und wenn du es von ganzem herzen macht wenn du sagst hey die jungs sagen mir immer so bitte hilft mir zu verstehen weil ich glaube so und so dann wird der heilige geist dir die wahrheit offenbaren direkt so hören wir zu nein nein wir haben zu bitte oder wenn du von ganzem herzen fragst wirst du antworten bekommen von gott direkt du kannst mit menschen diskutieren von hier bis morgen und du kennst die bibel ja du liest ja anscheinend ja du weißt ja sehr vieles und so ich glaube einfach nur dass du die kraft von dem heiligen geist und den herrn jesus sehr reduziert und nicht wirklich so sie ist weiß was ich meine fragt den heiligen geist erst dafür da ja der hat der ist dafür da uns alles beizubringen und uns die augen zu öffnen und die das herz zu öffnen und alles frag ihn und er wird es zeigen 100 prozent ich verspreche es dir wenn du es von herzen machst du was antworten bekommen oder das hat keinen sinn du diskutierst hier aber das ist folgt nicht der christentum also gar nicht deswegen deswegen wir sprechen ein andermal ja gut okay der herz ist der schlüssel gottes segen guys 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 i have to give a small uh thumbs up it was a very nice live stream also ahmad that was a very very amazing stream but but it's time to go to bed i am so super tired i need to take a sleep and i think everyone here wants to take a sleep as well super tired super super tired sleep and is our time in the background this is a prophet muhammad caring allah oh my gosh ma sha allah yeah ma sha allah ma sha allah such a beautiful allah i love him man look 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 ma sha allah ma sha allah ma sha allah ma sha allah yeah allah he came from syria to the uh arab balansia and from arab balansia taking allah also to yemen ma sha allah ma sha allah this is allah to right hand with two right foot but 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 let me let me ask you something because i always see this picture but like is it a real uh sculpture something it's a real yes it's a real real yes okay it's it's a describe um that describe him like that but is there uh exactly um yeah it's a real muhammad used to have it in his home 13 years after he claimed he's a messenger there's proof for that so there is proof so the muslim for that i'm saying okay for that sister go to my youtube channel and check the topics there is i made a lot of topics and i ask a question why muhammad keeping this allah in his room in aisha room 13 years okay but i made my question is more like do the muslims agree or do they say no this is not that's not true confusing didn't read it before don't know anything about it okay those those just only knowing surat al-khlas surat al-fatihah pray fasting dingy dingy allahu akbar that's it that is the knowing they're knowing dingy dingy muta intercourse breastfeeding and knowing to pray fasting ramadan allahu akbar takbir that's it they don't know anything about their religion yeah true 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 i agree with you that is true because the only thing i see here is no allah has not said allah has not said that you give them the hadith they were like no allah is big allah has never spoken like that i'm like oh man are you serious like what but but the real muslims like the those who read the book and everything they do believe that we don't have real muslim we don't have real muslim but do they believe that it really looks yes they're believing they're believing allah has a has a right hand allah has a one foot and put it in hellfire and they're believing allah has a five fingers and allah speaking with the voice and letter when he spoke with moses okay like i'm speaking with you now i'm speaking with you with the voice right and letters and you understand that same thing allah spoke with muslims okay the problem the the problem here in in germany is 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 just that those um shisha muslims they believe in allah a new allah new allah yeah they're creating the new allah the modern when you speak against you speak against their religion they're going to be looking at your face and be like hey why are you insulting my allah and when you show them the source they're going to look at your face and say hey hey muhammadan rasul allah don't speak like this to my my brother why are you so obsessed with me why are you so obsessed with me why are you so obsessed with allah yeah that's what they say why upset damn and i have one more question please brother before you leave us yes yes uh two questions the first the question is would you please always come back to the stream of flexa because we love when you're here because you you're yeah you give us so much knowledge you know absolutely sister absolutely i will proud to be with you my brother and sister in christ thank you much love from here for you and my last question is um it's i don't know if it's true but someone told me me uh because i never read the islam or something like that i never had the interest you know um i've i found the truth for me so and it's the truth not only the truth for me it is the truth our lord jesus christ but i heard that the father of muhammad was christian and they called him mahmad so the uh they could tell after the muhammad is that true not like that no not like that let me tell you the story yeah okay praised appraised appraised muhammad praised one you praised who who's appraised one god right yeah okay let me tell you the story of his name okay so who named him muhammad his uncle abu talib because muhammad is uh his nephew muhammad his you know nephew he doesn't have a father and mother when he grew up right who named him abu talib so the people of abu talib the nation came to abu talib their trip and confusing they're saying okay why you reject to name it him according his grandfather's or uncle's or uncle's name because as arab we are as arab we always take our father name always so my grandfather is ahmed my son will be ahmed like that right so we always taking our father's name our uh in arab side so the trip of quraish came to abu talib and they asked him why you didn't name it him according his grandfathers or uncles abdu manaf blah 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 why you named him muhammad he said dangerous word brother focus with me flexa he said i named him muhammad i have it from physical book this story from muhammad biography so he said i named him muhammad for the god praise him in heaven oh and the people praised him in the earth as made to muhammad ali ahmed hollaha fissama well yahmed hoon nasa ala lord also der der wurde so genannt und dass der gott im himmel ihn preise und dass die menschen auf erden ihn preisen you only prove it i can prove it now so fast so muhammad so muhammad is making himself like god greater than god god of god greater than god not himself his uncle sein onkel die haben seinen onkel gefragt wieso hast du ihn nicht nach seinen großeltern also großvater benannt und hat er gesagt ich habe ihn so benannt damit er vom gott im himmel angebetet wird und auch von den menschen auf der erde ich weiß ich weiß deswegen sagen die doch bei jedem gebet so muhammadan rasulallah always like that and i'm like okay wow these guys are mohammad 6 am morgens ich kann nicht mehr schwöre they're really muhammadans really original muhammadans oh my god brother let me show you yeah this is i will translate to germany okay okay yeah this is from islamweb.net yeah islamweb.net the question is go to the question warum wurde abdul mutaleb der prophet muhammad genannt oh gott segne unseren prophet muhammad oh worshipers oh my god lob gebührt gott und mögen segen frieden auf dem gesandten gottes und auf seiner familie und seine gefährten sein was folgt als sahih sagt sahabis rechtschaffenheit al bakka what is that 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 go back is asha risikallor he is asha risikallor er erzählte mit der autorität mit der autorität with the authority ok von abu al-hassan al tanuki berichtete das am siebten tag der geburt des gesandten gottes möge gott nie segnen wow und in frieden schenken sein Großvater für ihn geschlachtet und die Quraysh gerufen. Und als sie aßen, sagten sie Oh Abdul Muttalib, wie hast du ihn genannt? Er sagte, ich habe ihn Mohammed genannt. Sie sagten, warum hast du nicht? Okay. Die Namen seiner Familie erwähnt. Er sagte, ich wollte, dass Gott ihn im Himmel und seine Schöpfung auf Erden preist. Okay, I am done. It is okay. It is done. So why is his name Mohammed? For Allah praise him in the heaven. Praise Mohammed. So let me give you the source also from Quran. In Quran, Allah's name is Believer. Believer in who? I am Believer because I am Believer in God. You mean one of his 99 names? One of his 99 names is Believer. Okay, wow. Yeah, why? And Allah said, it's a religion of Islam with Allah. So Allah, he is Believer and his religion is Islam. Man sha'a Jesus. So believe in who? And Allah pray on Mohammed. Allah and angels praying on Mohammed. Cool. For that I am saying, save your time, Muslim Habibi. You pray to Allah and Allah pray to Mohammed. Save your time. Pray directly to Mohammed. Easier. And you know, one more time when I came next time, I will prove it to you. According sunnah books, Shafi'i. Sunnah Shafi'i books. Mohammed is infinity, unlimited, everywhere. Allah is limited. Show me the next time. Show me the next time. Yes. Next time, we will talk about this point. But I want one new we wrote right now. Do we have it still on the computer? I want to screenshot it, please. Oh, yeah, yes. We need a source. Yeah, yeah, I need that one. We need that one. You know? Okay, Yuli, machst du screenshot? Yeah, I'm doing screenshot. Okay, okay. And zoom in. You can zoom in. But close a little. If you want to see any picture, not... Type arm or head, class. No, no, but we want to know any picture, the first. Yeah. Okay, super. This is also in Seera al-Halabiyya, the biography of Muhammad, Seera al-Halabiyya. I have a physical book here. I have it physical. This one, you see this one? Yeah. This, the black, the black one in the middle. Yeah. In this book, I have it physical. Can't take screenshot. Even I have it in this book, Allah pray. Okay. Wow. Pray like Muslim praying. Same. Wow. Wow. Yeah. So when Muhammad fly on back of the donkey to meeting with Allah, he passed that tree and he beside, he arrived beside Allah room and he heard voices from inside. Abu Bakr, he said, stop, your Lord praying. Uh-uh. Why stop? For he didn't cut his prayer, man. Come on. This is crazy, you know. But again, again, brother Ahmed, you know what it is? The problem is all over the world that those people lack of knowledge, you know. If they knew, they would be like you, you know, that even rhymes. Like, if they really knew, they would be like you, they would run. But they don't know and they defend for nothing. They don't have any knowledge and the most dangerous people on this, planet Earth are dumb people, you know. Like dumb people defending something they don't even know. The dumb people are the most, most scariest people on this, on this Earth because they would kill you and not even know why they are even killing you, you know. The problem is, the problem is their religion teach them to attack and to harm people and that is the problem. I think Ahmad knows it and he can also, I think Ahmad agree, agree with me. Yeah. Yes. Kills the religion. Yeah. And then, and then, they always say, no, no, Islam is peace, Islam is love. Yeah. Peace of what? Peace of what? Yeah. Peace of what? You have to tell me when he said, when the Muslim said, Islam is peace, I will directly ask him, peace of what? Peace of what? Right? Yeah. You know, yesterday I saw a live stream, there was a Muslim he put on the background, on the screen, like, happy Easter for the Christians, but he's not a Christian. So, a lot of Muslims came up and they start to curse him, like, you are crazy and you are and I don't know what and another Muslim came up like, yeah, my religion, your religion and, you know, like, yeah, the real Muslims, this is the real Muslims. We love the Christians, we don't have problems with Christians, I can say, happy Easter. And I was like, you don't even know what's written in your book and you talk out of your heart. That means that your heart does not belong to Islam, it belongs to Christianity. You know, that's the first thing I think when people love everything and everyone, then that's not the right religion for you. The problem is, Ahmad, the Eroshisha Muslims, they don't know what is written in their book because if they know, they would not say hello to a Christian, they would not say hello to a Jew, they would torture them, they would attack them because the book says something different. Yeah, you know, we can talk to Muslims, we love the Muslims because they are humans just like us and we want them to get saved, you know. Are you sure they're humans? but the difference is the book, you know, our God does not teach us to hate anyone or to kill anyone because he's the one who's going to judge at the end of the day. Who are we going to kill someone if God gave us the free will? Why should we take the free will from anybody? You know, and that's the thing that they do. They take your free will, they say, oh, you're going to be like us or we're going to kill you then in, you know, in the Arabic lands, you know, they did that. In the Middle East, everybody knows and I'm like, yeah, you're playing God. I would never kill someone just like that. And even though I kill someone just like that, my God does not tell me to do that. So that's the difference and they don't see it and I hope, I really hope that they're going to see it one day because this is really, really sad. It's sad, man. It's sad. By the way, I kiss you guys as hard but right now we have to go to sleep, brother. God bless you. Yeah. I'm telling you, our sleep shuttle is so done. I'm going to be honest to you, Ahmad. It's in the morning and we're still sitting here speaking. God bless you, brother. God bless you. God bless you too, brother. Thank you for everything, for the knowledge you shared with us, really. And may our Lord Jesus have his mighty hand on you and your family may he protect you in the power of the Holy Ghost in the name of the Father, the Holy Ghost and the Son. Amen. Amen. May we all be protected by God. Amen. Hallelujah. I will show you the last video and we will go. Okay. This is funny. This is funny. Okay. Oh, this guy. Yeah, I know him. I mean, so, you know, sorry. Look, look, look. This is this. God, Isayim Prophet Muhammad. Basala Muhammad. God, Isayim Prophet Muhammad. I mean, power finger to Muhammad. All life, some muscle. This guy doing dawah and when I joined to his live stream, he just muted me and to tell me something after that blocked me. Right? And he said, God, Isayim Prophet Muhammad. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, this is great. God bless you all. Oh, wow. God bless. God bless. Also, Leute, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das war wirklich ein starker live stream und ja, Leute, wir machen jetzt einfach mal eine kleine Pause. Juli